Single Entity to be exercised and contains 200... Okay, also zwei bis drei Beweise. The old and lost house of the... Ich will mir dich mal angucken, was du da in der Hand hast. Some of them would have disappeared in curious circumstances. Oh, das Ding hab ich in deinem... Einige Vorbesitzer sind auf seltsame Art und Weise verschwunden. Nett, die kommen rein! Ich hab aber nichts da, also nichts an. Tutorial? Nein, wo seid denn ihr jetzt hin? Ach da, Truck, da gehts da. Wir können die Items irgendwie im Truck kaufen, wenn wir vor Ort sind oder sowas, ne? Kaufen kannst du nicht, wenn du vor Ort bist. Wenn, dann musst du jetzt kaufen und du kannst dir nur noch droppen, wenn du vor Ort bist. Hallo, Andrea, Kevin. Hopp. Wow. Ja, das ist ja hier... Aber Lenkrad können wir losfahren, das lassen wir erstmal, ne? Naja, nee, lass doch mal ein Netty rein und drück aufs Knäppchen. Learning by doing. Und hier hinten ist irgendwie so ein Automat, da können wir Sachen spawnen lassen, hier in den Kisten, ne? Genau. Metti! Metti! Ja, mein Router hat sich gerade gesettet. Metti! Ja, mein Router hat sich gerade gesettet. Ja. Tuni, Elektron, hallösch, hallösch, hallösch. Heute war es ganz was Feines, was Neues. Ich hab aber nichts dabei. Du bist aber nicht in unserer Gruppe. Du brauchst aber nichts dabei zu haben, wenn wir in dem Truck bist. Wir müssen dich erstmal wieder einladen. Wir müssen dich erstmal wieder einladen. Schau mal zwei. Schau mal zwei. Es geht um einen Geist zu identifizieren. Es geht um einen Geist zu vertreiben. Hat's dann geklappt mit dem Dauerloch? Ich weiß noch nicht genau, wie genau das Game funktioniert. Ich bin auch ganz neu. Schau wir uns mal an. Kommt in den Truck, Mädels und Jungs. Lasst uns mal gucken. Und hüpf. Ah. Aber hüpfen kann man immer noch nicht. Man kann sprinten und man kann kriechen. Ja. Springen kann man immer noch nicht. Okay. Ja. So. Grafisch schon mal. Wollen wir das Knöpfchen? Das ist das Lenkrad, ne? Wow. Uh, los geht's. Ich bin gespannt, was das schönes ist. Ja, ich auch. Okay. Glitsch. Äh. Ja. Auch ein Ein-Mann-Entwickler-Team. Man sieht, dass viele Assets gleich sind wie bei Phasmophobia. Also viele Gegenstände hier. Diesen Aim-RF-Rieder, den man da auch hat. Sieht ähnlich aus wie bei Phasmophobia. So. Upp. Hier leckt's kurz. Wow. Ja. Und jetzt äh. Und jetzt dann? Du hast doch schon mal gespielt. Erklär wie's geht. Jetzt schafft euch eine Taschenlampe. Und es ist natürlich noch eine da. Also müsst ihr eure persönliche hinten sporten. Ne? Kann man genau. Ah. Da haben wir jetzt noch sechs Stück von, oder was? Nö. Jeder hat eigentlich. 1 bis 6. Achso, es gibt sechs Seiten. Ah. Ja. So. Jetzt macht er, jetzt macht er eure Taschenlampe an und drückt er. Uh. Uh. Also man kann beide Hände benutzen. Die linken Hand. Jetzt ganz in der rechten Hand noch was anderes. Mitnehmen. Ich mag dieses Cook-Ding haben. Welches ist das Cook-Ding? Das da unten, ne? Ja, genau. Das ist das Scanner? Ne, 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 will ich nicht. Doch, nimm den mal. Der ist cool. Ich wollte das, wo man den unsichtbaren Geist sehen kann. Hä? Was denn für unsichtbaren Geist? Achso. Wenn irgendein Ding siehst du dann auf dem Bildschirm den Geist, wo den, oder unsichtbare Gegenstände kann man sehen und so ein Kram, ne? Ja, das ist hier der stinknormale Fotoapparat mit. Nein, ich bin nicht zu viel. Ich habe keinen Gedecks. Der hat Nachtsicht. Netti, drück mal R bitte. Jawoll. Ja, Gedecks den 70 habe ich bei mir noch drin. Ist zwar auch schon uralt, aber für sowas reicht es noch. Oder irgendwas anderes. Oben links, ganz in der Ecke, sehen wir jetzt nicht. Also pass auf, wenn der kommt, rennt. Ab in den Wagen. Also immer wegrennen, nix irgendwie hier. Ja, du kannst dich manchmal, manchmal zeigt er sich auch nur. Ich bin mal gespannt. Hier, das ist wieder mein Real-Life-Puls. Ich habe wieder Pulsmesser umgeschnallt. Ab geht's. Okay, der ist gleich hier vorne. Hier ist gleich mal den Pirna geplatzt. Ja, und jetzt? Warte mal. Das machst du mit deinen Armen. Das sah dann auch witzig aus, okay? Kann noch jemand EMF holen und hier mal hier vorne im Flur messen? Weil ich glaube, der ist hier vorne. Und bleibt bitte zusammen, weil ich kann immer nur ballern, wenn ich euch sehe. Also mein Signal-Search-Ding hier sagt gar nichts. Muss das denn irgendwas sagen? Ja, dann guck mal hier in dem Raum hier. Der muss sich langsam hochladen. Oh! Zwei Prozent! Fünf Prozent! Ja, 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 ja. Zweiter scannt, bis du 100 hast. Und dann das Ergebnis nennen und dann tragen wir das ein. Signal-Near. Signal-Near. 21, 23. Uh, dann ist er in der Nähe. Da ist er hier drin. 31, 34. Vorsicht, der kriegst du an der Decke lang, ne? Sind jetzt bei 44, 48. Hi, Franz, Bob, äh, Frank, genau. Schlappi, Halle, Rainer, Acht, Tony. Mach mal Nachricht an bei deiner Kamera. Oh, 68, 71. Geht immer höher. Machst du voll am Zittern. Wenn du 100% hast, hast du ein Ergebnis und das müssen wir dann eintragen. Ach so! Ja, und, äh, bitte alle, alle Sachen wieder in den Truck schaffen und mitnehmen. Sonst sind sie, also, selbst gekauftes. Scan completed, 9P-350. Ja, das müssen wir über Escape dann in den Ghostpedia eintragen. Bei Entity Scan war das, ne? 9P 350. Bleibt nicht so lange, da drinne kommt raus jetzt hier. Hm? Ihr seid viel zu gemütlich, ihr seid zu faszinophobiert. Das Ding lasst jetzt wieder hier liegen, ja? Jawoll. Also, jetzt tragt mir erstmal schnell ein. KI, EMF-Meter, okay. Jimmy, was hat sie gesagt, was? Hier steht's noch, äh, 9P-350. Genau. Ja. Mario, hallo. Äh, Escape Ready und bei Ghostpedia. Zweiter, zweiter Abschnitt bei Entity Scan. Ja. So. Hast du's? Ja. Aber das sind jetzt nur Bonusaufgaben, oder was? Wir erkennen den Geist am Aussehen und am Verhalten. Genau, du hast genau das Rüchte gerät. Das ist mein echter Puls. Ja, krass, ich muss mir über den Sport machen. Thermometer. Und um die 90 immer. Ne, Film. Kamera. Ja, EMF ist gut. Und Netti, du musst ein Foto machen vom Geist. Ja, jetzt lass mich das noch eintragen. Escape, Ghostpedia, zweite Zeile, Entity Scan, nach rechts klicken, 9P-350. Hm, 350, okay, hab ich eingetragen. So, und einfach zumachen. Okay. So. Sobald der Geist hier ist bohrend, mach mal bitte ein Foto. Mit 90? Es ist scheißegal, Habsachfone. Hast du ein Signal? Negativ. Oh, dieser isn't so. Oh, die Tür lässt, auf jeden Fall anders offen als in Fasmo. Haha. Das ist klar. jetzt bin ich im garten oder was bin ich hinten raus mein bild ist so verschwommen ich bin tot ja war ein koppel aber draußen hat er mich erwischt ich habe mich rückwärts gesehen gegangen haben nichts gesehen okay ich dachte doch das ist heftig hier die kannst du dir hinten das emf holen bitte damit ich mich schütze ich habe ich kann daraus geist jetzt hier weiter rumlaufen wie über fast man auch na ja ja ich rausgegangen das emf finden du kannst doch alles anfassen und benutzen ich habe dir mal das emf vom toten stimme bitte es kann sich genauso treuen über fast aber ja hast du es ja immer weiter scannen bitte weiter scannen bitte ist an aber jetzt das bild wird sich so verschwommen wie man fassen wir dann nach vorneweg nach vorneweg wolf ich benutze eine app am handy pulsoid die ist kostenlos kannst du dir auch kostenlosen account machen sobald der herzschlag hörst und mein pulsmesser ist per bluetooth vom handy gekoppelt die app lädt das auf der website hoch oder kann ich das genauso wie man auch im chat oder weiß ich was hier als als overlay einfach hier irgendwo am open dan net kommuniziert und auf dem server oder das per a球 zur verfügung stellt und dann kann ich das als browser source einfach in den stream einfügen Hier stirbt man auf jeden Fall schnell Mario Also das ist kein Fasmo, ich laufe weg und verstecke mich Ich habe selber nur ganz kurz auf YouTube gesehen, der In-Sim, den ich immer schaue der Fasmo-Phobia spielt, aber hier gibt es halt krasse Ereignisse zu kram, ich würde den gerne mal sehen Ich weiß jetzt nicht, ob ich den als Geist auch sehen kann Ich kann sogar Licht an und aus machen als Geist LOL Und hier gibt es halt auch, also das ist halt wo ich sage, es gibt viele, die gleichen Assets Assets Unity Assets, die auch Phasmo-Phobia benutzt Hier, ne, dieser Hase hier Oh, krass, wir können Stühle umwerfen Ich kann ja sogar die Stühle umwerfen und durch die Gegend schleudern Hast du was gehabt, Niddy? Nee, ich hatte nichts Niddy ist auch schon fertig mit der Nerven Und hier bin ich gerade gestorben, ne, genau Okay, als Geist kann ich auch sprinten und komme aus der Atem Wie lollig ist das denn? Denkst gar nicht wegwerfen, ey Äh, die Fotokamera, die liegt beim Jimmy Ich kann nicht, dass ich sogar Sachen bringe, ne Du kannst drei Sachen mitnehmen, wieso hast du denn die Achso Ja, die liegt beim Jimmy Ja, da ist er, genau Ja, guck mal, ich bringe euch jetzt meine alte Taschenlampe ins Auto Ja, läuft Werden sie bestimmt auch noch fixen Wie gesagt, das ist der zweite Tag hier, das ist total cooles Spiel Und man kann sich, man steht sich im Weg Und das finde ich auch gut, man steht sich im Weg Man kann nicht durch einen durchlaufen, ne? Ja Was ist das Ziel? Diesmal nicht mehr nicht entdecken, was für ein Geist das ist Wir müssen den Geist vertreiben, besiegen Mit Hawaii-Wasser oder mit Salz oder verschiedene Arten Ja, da ist ja das Gute dabei Äh, Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag Und die Hinweise, die wir hier finden Die deuten nicht auf die Art des Geistes Sondern es gibt nur nochmal Bonusaufgaben Gut, also hast du jetzt dieses Rot-Blaue Licht gesehen Das war ein erfolgreicher Exorzismus Jetzt ist er, ist schon besiegt jetzt oder was, das Ende? Nein Äh, der besteht aus mehreren Stufen Ja Nein, das brauche ich auch irgendwann Können wir, können wir fragen, wenn wir sowas haben Da das meistens so ist, wäre ich jetzt mal hier ein bisschen Salz Bei Amazon gekauft Hier ist es so ein Ich will jetzt nicht das Hemd hochmachen Was ist so ein Ding hier, ne? So ein Gurt dran, schnallst du dir um den Brust Also ich tippe immer auf, einfach nicht Weil der krabbelt die ganze Zeit Du merkst du nix von, außer dass es ein bisschen drückt Ja, der hat die ganze Zeit gekrabbelt und ist dann aufgestanden Und der ist halt per Bluetooth beim Handy gekoppelt Ich bin nicht von Handy, ja, was kann Dazu vor wie für 400 Euro eine Kamera zu kaufen Habe ich mir einfach eine App für 499 gekauft und benutze mein Handy auch als Cam Sehr spannend Yo, ich bin aber leider schon tot, ich kann jetzt nur als Geister daherlaufen Mit dem Salz funktioniert hier Also vorne ist Don und hier hinten ist Netti Ich habe den Gast jetzt eben leider nicht gesehen Kann ich denn jetzt mithelfen? Kann ich das Salz jetzt irgendwo hinbringen? Könntest du theoretisch Ist aber glaube ich nicht so gedacht Puls bin ich auch oft zu schnell Ja, ich habe immer das Problem Das ist noch Sport gemacht Ich habe auch den Ruhepuls von 60, 70 gehabt Zum Beispiel durch das Salz läuft Aber seitdem ich schon noch brauche und trinke Müssen wir genau darauf achten Ob der mit weiß verpufft oder mit rot-blau verpufft Ich weiß nur, es gibt auch so unsichtbare Gegenstände im Haus versteckt Die kann man irgendwie mit so einem Detektor Ja, die holst du mit der Kamera, mit Infrarot Also da machst du R und dann kannst du so ein bisschen gucken Ja, genau Und mit dem Thermometer hier müssen wir noch was machen Ich habe jetzt eine Hand frei Warte, jetzt gehe ich mal Thermometer Ja, in der Hand nehmen kann ich nichts Ich kann es nur tragen Hier eine komische Kanone hier Aber ausrüsten kann ich so nichts Sieht trotzdem ein bisschen komisch aus Wie er durch die Gegend rennt Aber nicht ganz so komisch wie auf Astrophobia Also die Manikens sind schon besser gemacht Ab drei Monate Ich muss nur noch gucken, dass der Vogel nochmal kommt Ja Ich will mir überlegen, ob ich auch auf Dampf umsteigen soll Äh, da noch hier haben wir die Karte Vor allen Dingen jetzt, ich gebe im Urlaub hier jeden Abend Plasche Bierchen rein oder fünf oder acht Uhr Oh oh Ist nichts zum Looten, genau Ah, da kann man nichts mitmachen Wir auch nicht Scheiße Hat er jetzt gestanden oder? Nein, nein, gekrabbelt Ich habe nämlich eine aufrecht stehende Silhouette gesehen Wir haben Übungstemperatur 0 Können wir eintragen Ich habe ihn Krabben gesehen Hat er gezählt? Ja Als was? Im Arm in diesem EMF fehlt noch Ach, was? Wie, was? Foto, hä? Wie? Na, hier hat irgendwas gezählt Ach ja, hier gibt es doch noch diese Wand mit den Aufgaben Ja Ach, das kannst du als Geist nicht sehen Ach, das kannst du als Geist nicht sehen Ja, Achtung Measure a temperature error Detect a spirit with the EMF Okay A single entity to be exercised Aber hier steht auch bei Es gibt nur zwei bis drei Hinweise, ne? Catch luck Ja Das ist dein eigener Netti, wenn du Herzschlag hast, du musst dann auch mal aus dem Weg gehen Weil ich komme sonst nicht weg Ich bin dann tot Das ist ungünstig Blöd, dass ich das so schnell tot war, dass ich die Gast überhaupt gesehen habe, ne? Ich habe mal bitte mit EMF, Netti Das hatte ich ja eben dabei, da war nirgends wo was Und da anzeige, wie viel Ausdauer noch hat, gibt es auch nicht, ne? Nö das hörst du dann das wurde das wurde das wurde das wurde er hatte ich aber dann ist aufrecht gegangen woher kommt zu dir er geht aufrecht ja er war an der decke gewesen dann an der seitenwand und dann ist ja ja flimmert das ist mit alkohol gegen regeln regeln ja könnte ein trak schaffen es wäre nett ja gut das ist ja bisher die grundausrüstung die haben wir nicht bezahlt nur die sachen die man bezahlt hat er zurück lässt die sind dann in der nächsten runde weg also nicht über fast wo man kauft einen fieber thermometer und hat die ganze zeit das thermometer sondern wir haben sogar gesehen die haben ihre leichen reingeschleppt ins auto kann ich aber nicht kann die leiche nicht tragen als geist nicht ach so du kannst jetzt aufheben oder was und gibt es irgendwo wo ich nachlesen kann wie man welchen geist vertreibt ist noch gar nicht oben gewesen also bei alpha auf dem server habe ich kurz was gepostet ich schicke dir noch mal was also oben brennt über lichter wo wir gar nicht oben waren doch noch wir waren was soll ich dann gemacht ach so was das für ein ding ist und so ein check in the box ok der ist hier oben der ist hier oben ich hab grad hier oben gesehen er hat jetzt das licht angemacht da ist gerade unterm bett gekrabbelt hier also krabbelt immer noch bist du auch hier ich sehe dich nicht nett oder warst du unter dem bett gerade wenn du mit dem teddy der teddy hier naja hat ja hat nee ist ein dicker teddy ich bring dir mal runter war da ja das kann sein wenn wenn es ein poltergeist ist dann wird da richtig das check in the box also ist das nette jetzt ja genau das tut ihr das also ist es kein revenant dann wird es nur ein poltergeist sein dankeschön ach liegt das zeug dann im weg kannst du nicht drüber laufen ich kann nicht drüber laufen ich kann es nur weg schießen er läuft also ja da soll man hier rauslaufen das rakete ganze zeit wo ist er steht jetzt in dem raum hier wo fenster und jetzt ist er an der decke da soll rauskommen der knallbruch wo das alles gemacht ist gut ist leider nur schmerzweiß weil ich schon tot bin kann so jetzt runter mal gucken ob dann jetzt da durchlaufen kann ich habe das fahrrad da weggestellt ja wenn der knallbruch jetzt nicht kommt da habe ich ab der hockt ok da habe ich gerade ein grafikpack oder der ist so nach hinten wie bei fast bevor wir aber um 180 grad also er hatte quasi sein kopf zwischen den füßen rückwärts ja das machen die manchmal das ist absicht in der küche ich werde jetzt nicht reinkommen vielleicht kommt er nicht raus wegen dem salz ja das ist an der decke lol das radio bist du nette ja das war bescheid wenn er wenn er zur türe kommt bitte man steht jetzt an der selben stelle der küche aber an der decke jetzt steht da an der wand kannst du fast alles tragen und mir sogar die stühle messerblock tasse egal wo ist er jetzt gerade anscheinend nicht mehr ich sehe dich dann hinter der hinter der hinter dir das war jetzt das weihwasser oder was jetzt ist genau genau der fenster oben an der decke genau da war das bei wasser nicht oben an der decke ja ist aber nicht passiert wir müssen mal gucken ob der jetzt verpufft der ist immer noch da steht an der stelle wo es hingeschmissen ist oben an der decke jetzt steht er unten genau jetzt steht er fast in der pfütze also er blinzt halt immer nur so ganz kurz auf für eine halbe sekunde oder so also er hat weiße augen keinen mund mehr lagten oberkörper ach du große gott der spielt bestimmt gerade mit netti äh ich stecke vor ihm ne mit der leiche meine oh mein gott wie seh ich denn aus schick schick muss man mal im stream nachher gucken jetzt ist er hier an dem rechten fenster äh du ich seh das selber ne an dem linken fenster nein 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 hier dann hier sind drei fenster wo du die pfütze hingemacht hast und jetzt steht er wieder jetzt steht er wieder fast in der pfütze drinnen oh jetzt kommt er auf dich zu komm ich zu komm ich zu komm ich zu er läuft hinterher er bleibt bei der tür stehen er läuft hinterher 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 er ist immer noch hinter dir hinter der hinter der hinter der immer noch der steht jetzt am truck und rammelt sein kopf wie die tür der ist wieder so komisch nach hinten gebeugt er steht immer noch an der tür 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 immer noch immer noch immer noch rappelt der gerade an dem truck geil ja jetzt ist er weg aber selbst als geist und das tigerzeug hat nicht geholfen also an der tür ist er ganz kurz stehen geblieben als er dich verfolgt hat ist das salz schwarz geworden ich hab eh nur schwarz was kann ich ja nicht sagen ne 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 nicht passiert die doofe kamera die ist dran schulter wäre fast oder der geist ist an der kamera stecken geblieben ich weiß es nicht naja ich hab dran gesteckt die Tür hier wackelt aber das war ich nicht ist das kaputt also ich trage jetzt mal ein poltergeist ein wieder alles einstecken oder was ja wie gesagt das ist ja das standort zeug das wurst Oh, warum atmet die denn so? Ist das Tigeraugending da? Das ist so ein Edelstein oder so, ne? Ach, das ist nett hier doch schon. Ich wollte es gerade aufheben. Als Geist sieht man sich gegenseitig nicht hier. Also die Geister sehen sich gegenseitig nicht. So, wo trägt man jetzt den Geist ein? Ja, da wo wir... Wo ich bin hier? Andere eingetragen haben. Auf der rechten Seite ist das. Ah, Poltergeist. Was gibt es überhaupt? Poltergeist, Shadow, Revenant, Demon und Child. Ja, könnt ihr euch jetzt entscheiden. Also ich würde... Na, Poltergeist. Zwei Sachen haben wir rausgefunden. Das sind... Hammer 0. Also... Nö, eigentlich gar nichts. Haben wir nicht rausgefunden. Dann, äh... Geschrieben hat er nichts. Und Audio haben wir auch nichts. Also müssen wir jetzt sehen. Jetzt... Weißt du, wenn du Poltergeist eingetragen hast, trägst du jetzt unten auf Print Exorcism und da hast du dann, äh... Beemon bekämpft. Und das muss man vor... Ah, okay. Do a flash close to the entity with an instant camera. Using... Ding, äh... Räucherstäbchen. Ja, ja. On the end with... Neutrino... Neutrino gun hast du ja gemacht. Ja, aber das muss, glaube ich, auch die Reihenfolge sein. Von Moin, Biene. Das heißt, ich müsste jetzt fotografieren. Ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Danach müsste man ein Räucherstäbchen nehmen. Ach, auch in der Reihenfolge dann? Ich denke auch in der Reihenfolge, ja. Weil wenn du... Es ist so, wenn du in der falschen Reihenfolge machst, wird es ein weißer Puff. Also du hast ja vor uns gesehen, so ein Rot-Blau ist. Ne, eben nicht, war schon tot. Bei Rot-Blau ist es richtig. Bei Weiß hast du es schon gemacht. Und wenn dann blaue Orbs kommen und sprudeln, hast du erfolgreich Exorzismus gemacht. Dann kannst du dich auch frei im Haus bewegen. Dann ist die Runde Ende, ne? Dann kann man Bonus-Items suchen gehen und weiß ich was. Genau, genau. Dann kannst du suchen und... Guck mal, du hast... Habe ich auch so eine Marke um? Ich gerade erst. Du hast so eine Polizmarke um. Nein, du nicht. Ah, ich mach mal ein Fisch. Okay, habt ihr alle eingetragen? Ja. Ja. Ja, weil... Wenn ich jetzt hier noch länger rumstehe, habt ihr ja kein Spaß zu bewegen. Lasst uns hier abhauen und das nächste Mal nochmal versuchen. Aber das war jetzt die kleinste Map, ne? Ja. Ja, ich würde sagen, machen wir die erst mal zum Gucken. Aber Netti, du siehst fesch aus, also dein Charakter. Ja. Warte mal, ich hab ja deinen Streaming sowieso an. So, also... Es war ein Poltergeist. Es gab 36 Polkos. Ach, das steht jetzt hier, ja? Und 20 XP, genau. Und wenn wir jetzt noch ausgetrieben hätten, gäbe es nochmal mehr. Genau. Aber das Hauptziel ist ja eigentlich, ihn auszutreiben. Und unten steht Pictures Taken, das sind die Fotos, ne? Also wir brauchen jetzt immer einen, der gleich Fotos macht, sobald er kommt. Aber ich hab... Ich hab classified, ich hab jetzt 0, 0, 0. Okay, ich hab... Beis tot bin, krieg ich gar nichts. XP jetzt hab, krieg ich ein. 3 XP müsstest du haben, oder? 1 XP. 1 XP, na immerhin. Das Game ist mega funny. Also ich... Ich bin dreimal Solo losgezogen und hatte danach 5 XP und bin dreimal verreckt. Also ist das doch schon mal nicht schlecht. Und meisterlich noch nicht, genau. Okay. Ich klicke mal hier aufs Knöpfchen. Hast du nicht hier jetzt hin, ne? Ach, jetzt hat sie die Kanone gefunden. Hat die Kanone gefunden. Netti. So funktioniert das nicht. Schnapp dir Salz und lade die Kanone. Ah, die kann man noch eh erst mal die Kanone. Richtig. Wenn du das sagst, ne? Boah, ich kann ja voll... Ist das hier Dauerfeuer dann, oder was? Also die Waffe... Die Waffe hat den Vorteil... Ach, jetzt ist alle, okay. Hör zu. Die Waffe hat den Vorteil, gegenüber der anderen im Truck, dass sie sich wieder auflädt. Die im Truck ist endlich. Ah, okay. Level 10 kann man sie bauen. So habe ich das bei einem Streamer mitgekriegt. Musst du kaufen. Was bauen? Was bauen? Na, die Schrotflinte kannst du erst ab Level 10 kaufen. Ja, ja, ja. So, wir haben jetzt noch gar nichts. Die Karstler und spawnen sie dann im Truck und dann müssen wir zusehen, dass es wieder drin ist. Also, von mir aus, gehen wir los. Also, selber heute noch mal, ja? Ja. Wo kann man denn was kaufen, wenn ich Geld hätte? Escape. Im Ghost Market. Du hast ja Geld, Jimmy. Ja, ein Geld. Ne, 200 habe ich, ne? Ja, genau. Da könntest du jetzt zum Beispiel, wenn das sinnvoll ist, ein bisschen Salz kaufen, weil das immer sehr schnell alle ist. Fotoapparat wirst du nicht kriegen. Und der Rest ist eigentlich sinnlos, weil alles da ist. Salz. Wo ist denn das Salz? Ach, das ist Chorus Salt Crystal, ja? Uh, kostet 10. Bauen wir mal eins. Okay. Ich habe auch was gekauft. Juhu. Komm, erstmal weiterspielen hier. Oh, mein Mann. Don ist erfahren. Ja, der hat zumindest schon ein paar Runden gespielt. Mehr als wir. Oh, guck mal, hat er... Hat er dieser... Kann ich losfahren? Jo. Jo. Ich habe dann jetzt ab Level 10. Ich habe sogar extra nachgeguckt. Ach, du hast auch mitgespielt, Idle. Okay, okay. Ich dachte nur Alpha. Flashlight. Spawn. Blub. Da. Anmachen. Andere Hand. Okay. Ich nehme mal das EMF. Wieso gesagt, man kann drei Items nehmen. Ich habe eben auch nur zwei genommen. Na, du hast eine Taschenlampe und zwei Items. Sind drei. Nö. So, jetzt kannst du noch eins nehmen. Noch eins. Du nimmst dir noch eins und dann einfach mit dem Maus raus scrollen. Ah. Ja gut, bei Fassbogen machst du... Ja, ist ähnlich wie bei Fassbogen, du hast hier halt die linke Hand animiert hast, ne? Ja. Ja. Kannst du auch Taschenlampe kippen, jo. Dann hast du dann halt auf der Schulter, ne? Ja, ja, ja. Scheiße. Oops. Geben die Taschenlampe nochmal an. Geben die Taschenlampe nochmal an. Geben die Taschenlampe nochmal an. Weichte Hand. Spirit, können wir uns? Äh, Jimmy? ja emf ist cool idee erst emf dann box ja emf und dann temperatur weil mit dem voice ist hier ist das ist der rahmen raus hier meine kamera holen und einstellen das kann man jetzt das beweis eintragen ja ja 525 direkt fünf netten brauchen wir ja bis zum letzten roten lämpchen die gäbe die nicht alleine du bist schneller wird wie die musa ganz das ding hier meinte ich nein wissen das ding was ich meine haben wir das noch nicht okay ich hab das das ding jetzt ja ja sei mal so lieb und schnapp dir mal die kamera da unten einer von euch beiden ja genau die und die stellst du mal in den rahmen ganz links rum weiter haben also männer links ja ich bin hinter dir ja das frauen rechts genau das ist männer links ein das ist frauen links dahinter einig dahin nicht dahin nicht dahin nicht dahin nicht dahin da wo dunkel ist das ist um die lampe durchgebrannt genau und bitte nicht genau in die mitte von der tür ja dort ist super klasse 14 grad und 4,3 o cc mit einer occ ist wie sieht es aus jimmi 16 grad und 4,4 o cc was ist das occ keine ahnung habe ich noch nicht rausgekriegt das occ und temperaturanzeige möchte ich mal bitte direkt an der tür hat sie doch das emf ne ja dann ja was mal aufmachen ja kann sie machen machen da nicht ist ja an das wo sich da flimmungs bei dir kommt zurück na alles gut gut okay da haben wir halt keine temperatur das muss ja nicht zwingend sein also wieder raus ja da ist guck mal mit der kamera also hier die kamera funktioniert indem man auf den links rechts klickt ja jetzt ist an und guck mal mein signal search ist auch bei 33 prozent stehen geblieben wo ich das gar nicht benutzt habe ja dann war vielleicht in der nähe wer hat denn jetzt die tür zugemacht na der geist klappert auch gerade so komisch kann das sein mir tut sich nix und im räumchen mir tut sich auch nix mir tut sich nix dann guck mal wo es piept hier hat es doch gepiept oder hier 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 45 48 50 da sind geräusche okay jetzt gibt's nicht mehr also gerade woanders irgendwas atmet aber das draußen was draußen sein jetzt oder oben und ich bin gar nix versuch mal oben das kann ja wenn der wandert aber sei bitte vorsichtig zumindest noch alle türen zu gehen wohnwagen da ist doch die toilette auch nicht dann jimmy mal ist noch nicht wie pot aber nix hier ist licht aber hier waren wir nicht kann das sein ja dann hat er das gemacht wieder runter wie viel prozent hast du denn schon 60 87 herzschlag 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 da 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 im flur da da genau 87 was erfolgreich das war erfolgreich das war rot blaue hast du es gesehen ja so ein bisschen ich habe auch meine dinge es ist gerade auf 87 ausgeschlagen 87 prozent jo jo hallo hallo von der herr bin ich erstmal gehalten eine enttäuschung jo das haus kommt jetzt erstmal das gleiche immer bis wir das spielprinzip auch verstanden haben tony ich habe nur ein item dabei soll ich noch das zweites mitnehmen jo kamera fotoapparat ja die hat nicht die ja die was ist abgelegt bist du hier wo bist du gib uns ein zeichen leider ist das spiel nur auf englisch ne ja das ist kacke ähm wir haben schon drei sachen erledigt da in der tür in der oh jo das war weiß das war weiß blau kann das sein genau ne das war auch wieder blau das heißt das war auch wieder äh hat auch wieder gepasst ok dann können wir uns einfach gucken welcher also ich habe jetzt als ergebnis einen neuen p350 ok dann erstmal eintragen so was jetzt eintragen wieder das neuen p350 und emf level 5 ach guck mal hier measure in occ temperature above 10 was immer occ also ich habe eben anscheinend occ über 10 gemessen wo ich sagte occ sowieso film spirit next to a camera ist erledigt und detect spirit with the emf genau die kamera das ist die das ist die hier die wir reingestellt haben ja wir haben und das unten habe ich noch nie geschafft weil ich nicht weiß was das ist wahrscheinlich haben wir das gerät nicht dazu measure temperature error also die temperatur die error zeigt also der geist steht es kann schon mal auf keinen fall ein revenant sein es ist kein shadow und es ist kein kein da bleibt noch über poltergeist und daemon das was muss ich bitte mit dem foto operat fotografieren ich hab den einfach nur geist einfach nur geist fotografieren da gibt es drei sterne und kohle die menschen kammer und bitte keine fotos verschwenden die braucht man ja das gleich bloß für eine tv für instant camera das kann man nämlich nicht exorzieren tschuldigung da hast du noch fotos 1 ja dann hebt das bitte ich hab den foto berater oder dich was habe ich denn hier nein du hast kein foto aber das ist ein ding auch dass die polaroid die geht auch das ist doch damit ist der kern das ist doch die instant camera genau genau mit der muss jetzt ein foto machen super ich freue mir und danach bist du weil du hier unser englisch kriegt bist musst du hier die holy bibel lesen ja ja die da und die funktioniert nur du schlägst dir auf liest dann musst du wieder zu machen um damit sie wieder funktioniert wieder an wo du haus place in einem euro und jetzt kannst du das ganze noch mal an der tür machen ich muss doch mal erst das foto machen oder nicht ja ja das funktioniert falls ich sterben sollte das erstmal hier am boden liegen ja ich stehe mit weihwasser hinter dir das scheint ja gut funktioniert zu haben wo bist du musst du hier alle quatsch muss auf englisch reden und netti macht ein normales foto wenn ich eins hin kriege und ich warte hier draußen dass ihr sterbt und da hinten fängt er zu bumpern okay wieder weg das dreirad ist weg doch nicht da wo ist bumpern sei doch richtig bist du denn wo bist du denn komm raus ich komm raus ich komm raus ich nicht ich nicht da hinten da hinten ein foto okay noch eins jawohl erfolgreicher exorismus guck hast du die brummeln gesehen ja das war das war das jetzt wegen meines fotos oder mit dem weihwasser ich denke das war dein foto weil ich war das zweite foto jetzt ja ich denke das war das foto oh guck mal das zweite bild ghostly writing das war jetzt nicht der geist oder hat netti das fotografiert nein aber es ist ja egal zwei sterne ja aber es ist es ist es ist es ist schrift schrift dingen hier und jetzt geschrieben das fotografiert ja ja genau da hast du irgendwo was geheimnisvoll unsichtbares was wir sind jetzt fotografiert genau und jetzt können wir noch nach da jetzt kein geist mehr gibt können wir jetzt nach sachen zu gehen mit infrarot das macht nett die mit ihrem foto aber hat kann sie gucken ob der kurs fighting hast du das foto noch nicht die ich habe noch was weiß ich will gebraucht wahrscheinlich nicht so wie es aussieht vielleicht war es doch falsch geraten ich nehme noch mal thermometer dinge mit ob es jetzt auch mal was wir raus wenn der geist ist aber jetzt anscheinend weg weil ich habe jetzt 0,1 occ 0,8 occ wir haben jetzt erfolgreich bekämpft ja ja genau 0,7 0,2 da ist es war ein poltergeist weil für ein poltergeist brauchen bloß neutrino kann und instant camera und das haben wir ja beides geschafft genau in der reihenfolge guckte mal wenn der poltergeist hat und das grün klicken läuft gut ja schatten entity nur turin organ durch flash klausel insta kamera ok ist die insta kamera jetzt dann ja man kann so fotos machen ist nicht nur dafür da um den geist zu vertreiben oder ja ganz beides aber mit den mit in den sachen hier werden wir jetzt auch keine beweise mehr finden also wenn es jetzt so eine temperatur gegeben hätte wenn wir jetzt auch nicht mehr finden genau aber dieses rr ist glaube ich in temperatur messgerät das ist glaube ich das andere das ich habe ja ich habe hier ich habe ja ich habe hier beides occ und tempo draufstehen genau und dann gibt es ja noch das geld mit thermometer als fast nur und das scheint das zu sein das haben wir hier gar nicht das ist höheres aber jetzt muss das mit der kamera gucken ja genau die macht jetzt macht überall sich da so geht mit infrarot durch ob irgendwo groß freig ist und wenn sie was findet macht zum foto davon also wir machen jetzt erstmal überall sich da aus dem entgeister jetzt guck mal mit infrarot ob an der wand irgendwo was geschrieben steht oder an der decke ja die geister also den leben der hat uns ja auch gekillt der geist jetzt hier der war nicht so stark ich glaube meine taschenlampe stört ja mach's aus erdrücken ich finde man da kann man nichts mehr machen ja und dann maus maus klicken jawohl und jetzt wieder er jetzt nimmst du dein fotoapparat und ich leuchte dir aber auch du siehst ja auch so ganz gut oder ja ich sehe dass du da stehst so einfach mal die wände und die decken ableuchten und das machst du dann irgendwo das war für jimmy der hat doch ein puls messer hm wieso was ich habe gerade erst angefahren luka das war für dich mit der kamera was war für mich ich verstehe gar nicht die kamera ist voll klein und dadurch dass äh da nacht sich äh ich jetzt an habe ist sie total klein ich lauf gerade ohne licht hier lang da komm doch hoch aber es ist kein georgangst musst du keine mehr haben der geist ist nicht mehr da ja schiss brauchst du keinen haben geist gibt es nicht mehr das haben wir schon vertrieben hier steht nischt oben zweiten stock ja bin ich doch physik nehm ich nicht ich stehe jetzt da wo ein lichtschalter ist oben ja ist in jedem zimmer zwei stück da wo die gitarre ist seh dich ja läuft einfach weiter guck ein bisschen an der wände rum das muss ich um das muss ich ändern guck ich Decke Decke ich drück immer steuer und spriechen aber hm ach kann ich ja jetzt nicht ändern ne doch keyboard mouse ich schmutz das bitte auf äh crouch hier left control mit dem teil da läuft kann ich machen ach komm lass einfach hin ach komm lass einfach hin ich hab ja ich hab ja eben zumindest was fotografiert da musst du lass mich aber zumindest mal da durchgucken das ist das was ich hier haben wollte äh 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 das müssen wir noch eintragen ne das ghost friday da da muss die taschenlampe ausmachen äh wo eintragen moment bei ghostpedia ne das ist hier von oben aber was steht denn bei dem foto da warte mal da steht da ghost reef writing ja wall writing wall drawing also was gezeichnetes auf der wand was gemalt ist auf der wand simple picture writing hm na trolling war es ja nicht es war friday textual friday ich mach einfach mal textual friday jetzt habe ich den auslöser gedruckt gedrückt wollte ich gar nicht äh wie äh wie wechsel ich wie macht das die taschenlampe aus rechte hand nehmen mit r und dann mausklick wenn ich r drücke kriege ich auch infrarot ansicht hier ja dann äh mit einem mausrat auf dein nächstes item ich hab nur die kamera dabei also weg schmeiß ihn kurz weg du hast ja eh kein film mehr ist doch wurscht oder ne 0 von 3 du hast sogar noch 3 fotos ne 0 ich hab grad das dritte foto ausversehen gemacht wo hab ich ich hab hier irgendwas fotografiert ausversehen an der decke guck mal an die decke ich war hier im eingangsbereich ich stand ja hier und hab ein foto gemacht ja äh irgendwas vielleicht vorne an der haustür irgendwas im außenbereich da hier ist zu viel licht ich bin ja schon weg im foto ne hier ist ja der truck leuchtet da hier rein ich sehe meinen eigenen schatten ja irgendwas hast du fotografiert ne ja eben wo ist die tür da ist die tür naja scheißegal komm wir haben oder verschwindet das wenn der geist verschwindet ich hab jetzt poltergeist eingetragen jetzt guck ich echt nur auf den kleinen bildschirm da unten ja ich auch das ist anstrengend und dann flackert der zwischendurch so blöd da ist ein 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 ne hast du was schalzt spiel hier ist aber ein ebucks hier gibt's auch orbs hier sind orbs hier sind orbs mal soogramm einfach ja kann ich nicht ich hab kein foto mehr in der küche fliegen so zwei grüne so grüne kugeln fliegen hier rum gaele da sind orbs aber die nützen uns hier nicht pross der eine springt jetzt blz tipo das ist redakt Abdullah dieser drüge doch jetzt bin ich so dr94 meiner kamera okay ja wir auch wo steht wenn man rennt dann sieht man nix mehr aber hier writing oder sowas finde ich jetzt nichts aber das muss nett die fotografiert haben die kamera hat jetzt null von drei bilder und wir haben drei fotos und ich glaube diese insta dinge die polaroid hier das ist echt nur um den zu blenden oder um man hat doch nur zwei schuss hatte ich poltergeist drin ich weiß es nicht ich hoffe ich habe jetzt nicht zu zeitig gedrückt ja ich weiß nicht ob es drin hatte wir haben jetzt kein ziel jetzt kannst du erstmal in der wand gucken was gekriegt hast 70 xp bekommen und 77 geld ich hatte aus versehen noch einen falschen geist drin wie könnte das sein ja ich auch minus 10 ich habe doch aber ein poltergeist drin gehabt in der mitte oben stehen klassifikation auf der nt shadow kategorie wieso im shadow drin stehen ja ich hatte auch nicht hätte reingetragen ich hatte poltergeist eingetragen ja es ist halt noch relativ verbuggt alles aber jetzt haben wir hier alleine für die evidence den exorzismus hat man richtig und das picture haben wir fünf plus also ist schon ordentlich evidence found zwei von drei aber wir haben drei gefunden hä ja zwei von drei eigentlich hat man das ja es kann sein dass noch irgendwo stimmen waren oder dass irgendwo was geschrieben war oder das war ja hier schreibt egel schreibt grad es war ein shadow es war kein poltergeist es war ein shadow es war ein shadow deshalb steht das shadow kategorie und wir haben auch ein poltergeist das hätten wir doch gesehen der shadow sieht schwarz aus und wir haben auch wir haben den ja auch exorziert mit als poltergeist wir haben einfach nur mit der mit der neutro gun drauf geballert und dann dieses instant foto gemacht und das geht nur beim poltergeist das geht nicht beim shadow da kann ich nichts zu sagen ich kenne die beweise nicht doch ich habe noch ein buch drin ich habe ein buch reingetragen nee das kann nicht sein und doch das doch 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 guck mal guck mal bei shadow wie denn also da dann bei es gibt groß pd ja ja genau und was wir gemacht haben du flash close insta kamera und dann neutral ist ja das letzte war der holy water genau du hast das foto gemacht und ich habe den beballert ne also war es doch ein shadow und warum habe ich denn so viel gekriegt 77 habe ich auch gekriegt ja 77 haben wir auch das ist deswegen weil man exorziert haben in der mitte bei goal classification of the entity schädelke es war ein schädel und wir haben poltergeist da kriegen wir zehn geld noch mal für abgezogen sie hätten noch mehr haben können ja igel willst du mitmachen wir könnten gerade noch nicht nachvollziehen aber wir haben das er oder hat das weihwasser da drauf geschmissen oder jemand was dagegen wäre doch cool aber wieso dann hast du in deiner werkstatt so eine gruselige puppe hier das ist annabelle die ist hübsch das soll annabelle äh wer ist annabelle kennst du nicht den film den horrorfilm annabelle nö ich kann cool ich gucke keine horrorfilme ist mir zu gruselig das ist ein reiner horrorfilm sowas gucke ich mir nicht an kann ich nicht gut schlafen bester youtuber danke danke der igel 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 in jedem horrorfilm muss man eine puppe muss es eine puppe geben genau das ist auch noch so ein spiel emily wants to play will ich vielleicht auch demnächst mir mal holen also gibt es heute kein fassmo auch nicht nachher wir mal gucken wenn ich die lust aber ich bin jetzt erstmal hier oder ich glaube zum entspannen können wir dann noch zwei runden fassmo machen ja gut dann bin ich zufrieden igel hat keinen von uns bei steam ja wie soll er auch bitteschön na warte ich schicke ihm ich schicke ihm mal eine freundschaftsanfrage aber ich sehe wirklich fesch aus ich könnte dich mal im real life anziehen ja hab ich dich boah gute haarstatt ist ein bisschen anders ne du hast nur ein auge wo ist das andere auge unter den haaren unter den haaren was ist das? Patronenkurt oder was ist das? oh oh schicke auf jeden Fall siehst du mich jetzt? ja guck mal hier er donnert eine polizeimarke umhängen da ist ein officer ja du mister officer das kannst du ja ändern du kannst ja auf profil drauf gehen ja dann sehen wir aber gleich aus es gibt ja noch nicht so viele ne es gibt ja hier zwei männer und drei frauen die farbe kann man auch noch nicht machen auch noch work in progress äh farbe kannst du doch auswählen achso von dem hintergrundbildchen da aha ok warte mal wie sehe denn jetzt aus? oh jetzt hast du ja auch nicht schlecht aber auch nur ein auge ich glaube der programmierer steht kann keine frauenaugen warte mal ich hab noch eins wollen wir schon dabei sein ja das war so ein bisschen ne aber wuuu hast du da totenköpfe auf den Schuhen? anscheinend ja ja ok warte so 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 das sieht alles gut aus und wieder keine Augen wo hast du denn bei alpha was geschrieben im chat? ich? bleib mal lieber bei dem rotkäppchen das könnte man noch ein bisschen besser gestalten warte hat Igel sein ob schreibt äh äh nachtsschlag wink zurück ok so jetzt bekomme ich kleine freundschaftsanfrage und dann sollte es weitergehen bierblick ok oh wo hab ich den bierblick gehabt guck mal schon da ich will bei mir im discord auch eine neue kategorie noch machen für äh für clips weil man jetzt auf youtube auch clips machen kann ich könnte auch die clips immer da reinhauen die körperhaltung äh von Don die sieht komisch aus ja ich hab auch keine Fingernägel bei Jimmy bei Jimmy sieht es sieht es gut aus aber bei Don der hat auch keine Fingernägel ne aber er bietet wer anders ein Tablet hält ich hab auch keine so geht los so geht los oh hab ich das grad geklickt hier ja was aus Versehen ah ok dann hier List of Contracts und dann flackern da die Aufträge durch dann müssen wir ah ok da USA Lost House ne ja simpel 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 ok das kann man auch noch schwerer stellen ne Schwierigkeitsgrade ja na wir haben jetzt erstmal ach das sind doch alle da ja ja erstmal auf einfach erstmal auf einfach immer auf einfach genau und dann wie gesagt wir haben ja auch die die kleinen äh die kleine Map erstmal ist auch besser zu warm werden so ich mach mir jetzt ein Zigaretter so verjätet Danger Detector was ist denn ein Danger Detector Onalyze the Local Energies to Detect Entities Assaults in Case of Closing Entities lights up will er hier noch light oh 180 required level 15 schade hier hab ich auch grad gesehen haben wir eigentlich so Sticks haben wir sowas kauf ich mal ja ist immer dabei aber hab ich auch noch ein paar gekauft also ist immer noch aus der Reserve da kann ich nicht kaufen hä required level 1 required level 1 ich bin doch ich bin doch ich bin doch level 1 nein bin ich level 0 ja ach so level 0 da siehst du mach mal escape oben siehst du es ne hier steht sie auch in der Klammer auf dem großen äh level 0 ah ja und bei escape siehst du oben links siehst du deinen Namen dein Level und wie viel XP du noch brauchst ja genau da oben ja genau da oben money 71 da sei doch gut weggekommen wir haben drei Spiele gespielt und hatten fünf so kommt noch derjenige ins Voice oder ach so ja da musst du dich drum kümmern Jimmy dann muss der Igel mal in irgendeinen Kanal bei mir gehen dann kann ich ihn nämlich zu uns rein ziehen warte mal ist doch schon hä aber wo hä wo ist er denn ach da der Injunktetektor äh deine Frau hat geschrieben da ist er dreimal durch mein Discord gescrollt und haben ihn jedes Mal übersehen naja allösch'n 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 meine Frau wo hat gerade geschrieben dass sie zuhause ist und Kinder sind da ach da bin zuhause warum sind ja die Kids doch wach ja weil sie nicht schlafen ja tu das gut soll ich sie denn schlaf prügeln bis 10 Uhr gewartet genau weil es so ist ne ich hatte heute einmal eigentlich Kinderdienst aber pfff was soll ich machen soll ich mich da oben vor die Tür setzen und warten bis die schlafen heute ist der Abend uh aber die waren jetzt alleine oben sprich äh das ist doof ich sitz hier im Keller bin am streamen und da aber wenn was ist habe ich denen gesagt sollen sie runterkommen ach da ist das nur ne lampe wa hä ja danger detektor ist das ja leuchtet wie war das leuchtet leuchtet blau wenn er in der nähe ist und rot wenn er handelt genau ja mal gucken ob es mitkommt ach so du hast dich von hier mitgenommen manchmal bleiben die da würdest du mal bitte auf gaspedal trinken chimie sei mal so lieb danke du bist der Autofahrer ok so chimie wieviel hast du schon getrunken jetzt hörst du alles runterfallen hast du gehört bin glaub auf zweiten bür also die Handhatten ist runtergefallen und manchmal bleibt es liegen da ist er ja du hast echt okay meine knarren der alten bug user weißt du als spiel ein tag auf dem markt und die kennt schon alle bugs tja ja da kenne ich noch jemanden ähm ich hab keine taschenlampe dabei äh was ist das denn was denn meine Hand ist total komisch guti weh ich nehme EMF und äh das ist gern die gebums das klappt ja anscheinend auch wenn man äh jetzt kann ich kein zweites nehmen wieso kannst du das jetzt nicht nehmen jemand hat meine Taschenlampe gebobst oh meine Hand ist auch grad gebrochen du hast noch du hast noch einen in der Hand Netti ich hab keine doch du hast einen in der Hand hab ich grad dieses Scan Ding in der Hand Don du bist doch der weibliche Charakter ja du hast einen in der Hand du hast einen in der Hand jetzt ist mach doch mal keine Panik jetzt seh die bloß nicht ah jetzt so weil mit F fallen lassen meine Kanone zeigt auch in die Luft das gibt sich Deine Arme ja das ist verdreht und wenn du das schmeiß mal weg und nimm du dich mal wegschmeißen und neu aufheben kann ich nicht weg tun weil das nützt mir nicht gerade mehr guck mal hier hinten wirds gelb oh da wirds gelb ok ist doch gut ruf bitte wenns rot wird oh wieso ach die Tür ist rot mit den kaputten Händen mit den kaputten Händen mit den kaputten Händen kann ich nicht schießen und ich seh auch keine Temperatur das ist richtig für den Arsch gerade nur wenn du es mal hinschmeißt rot 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 laufen 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 ne die ist gleich tot der Poltertür drin das ist ein Poltergas der hängt an der Tür ja der hängt an der Tür pass auf ach man äh Igel der ist direkt in die Hände der ist hier draußen der ist hier draußen der rennt gerade die Tür wieder rein ich bin im Auto ne dann ist das äh 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 chimie der da draußen rumrennt direkt neben der Geist ja der Geist rannte grad rein durch die Tür der war der Truck Tür oder was ja der der rammelt an der Truck Tür rum der ist immer noch hinter der Tür ist ja ich bin doch ich hab jetzt die Truck Tür zugemacht so komm ich auch rein hallo der rannte gerade an mir vorbei in das Haus wieder rein durch die geschlossen ich hab die Stadt die Haustüre zugemacht weil du sagtest der ist hinter der Tür hab ich die die Haustüre zugemacht du standest du standest vor der Haustür und der stand hier am Truck und du in aller Arsch ruhe darf draußen ja und ich bin da zurückgekommen sah ihn durch mich durchrennen hab mich umgeguckt und sah ihn dann durch die geschlossene Haustür wieder reingehen also der ist auf jeden Fall aufrecht gegangen und ich hab ein Search hier schon von 19% abgeschlossen feine Sache also bei mir nützt hier gerade nichts ich sehe hier überhaupt nichts auf den Anzeigen das ist richtig von Poco gerade ich hab nur die Kamera an ja und jetzt müssen ich das machen ich muss mal jemand anders die Knarre nehmen bitte ok ok hier oben geht die Suche weiter oben 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 ok ich geh rückwärts die Treppe runter das piepert nicht mehr ok also muss oben sein gerade genau da links hat es gerade angefangen zu piepen hier mein Signal Search ok 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 Alter mich das gerade erschreckt wie Birne? aber wo? ich nehm an der Raum wo wir grad drin waren Igel du bist ja leise Fahrrad da oben ist was nett hier ok ja du bist derjenige mit ner Taschenampe nur Kamera ich hab nur total verdreht der Foten hier hier unten Flur fängt an zu piepen ja der kommt gerade die Treppe runter ok ich seh nicht äh ich auch nicht ich auch nicht ich auch nicht mach ein Foto und nicht die ach hast du den jetzt durch das Ding da gesehen durch ein V oder was ja durch das durch das Licht hab ich das gerade gesehen Igel bist du mal so nett und schnappst dir mal die Knarre weil das immer meistens das erste ist was wir machen müssen denn einmal damit bekämpfen und meine Hände sind so verdreht ich schieße in die Luft ja ich komm runter supi liegt hier vor der Tür ähm jetzt muss ich kurz die Taschenlampe an ok hier biepert es öh höll ich wieder auf zu biebern das biepert wieder unten im Flur 71 72 ok also man muss das Item anscheinend nur dabei haben und anhaben ich bin jetzt gerade auf dem EMF und der hat weiter hochgezählt aber hat wieder aufgehört zu biepen oh das ist ja echt Herzschlag hier ne wow wow Herz 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 voll Panik gleich wieder raus rennen ok der war gerade erscheinend aber wo muss oben gewesen sein 82 hab ich 84 87 90 Herzschlag da kriecht er da kriecht er die Treppe runter ja weißes Licht war das ja ja ich sehe verschwommen hä ok wir haben oh wo ist er er hat mich gekillt ne der ist der ist despaunt warte hör auf zu ballern hör auf zu ballern das ist das einzige was wir noch haben muss einer mal hier auf das Display gucken bitte i-n-l oder sowas steht da auf dem Messgerät lauf ich weg jetzt ist es Messgerät hast du das Messgerät jetzt ja ein Truck gebracht gerade i-n-l l-120 ach 1 n ne 1 n unterstrich 1 n unterstrich l unterstrich l ja du bist tot genau ja aber krass die laufen echt durch die also hier ist nicht über fast nur wo wir haustür und self bist du leid hier ist auch hier setzt der haustür tot ja ja der kommt auch in der kommt noch ein Lkw der schlägt 5 mal gegen die Tür dann hat er sie eingeschlafen zieht er geistig zurück beim ersten Tod habe ich vorhin auch verschwommen gesehen ja ne meine Hand ist immer noch verkrüppelt kann ich jetzt EMF messen gehen? ne ne es schwebt auf jeden Fall vor dir rum ja jetzt seh ich es nicht mehr verdammt und brauchst du ein Haus? ne ist an der Tür hängen geblieben was? ne ne ist an der Tür hängen geblieben was? geh da weg geh da weg geh da weg wieso sterbe ich immer als erster? du bist der mutigste ich kann das EMF nicht mehr oh jetzt habe ich es geklagt oh shit ne da an der Türschwelle habe ich es hingelegt ok der ist im Wohnzimmer im Wohnzimmer an der Decke steht da was ist Wohnzimmer? direkter Raum links wenn der Tür reinkommt oder wo? ja guck mal doch mal da steht keiner ich kann das strollen achso du guckst mit dem ach du guckst mit dem Kamerading achso die hab ich anders da ja dann guck doch mal eine Taschenlampe jetzt vor der Tür liegen achso deine Hand ist verkrüppelt äh meine Hand ist kribbelt so das mit der Kamera mal erledigt jetzt fehlt noch EMF und ja dieses komische Ok Temperaturding das liegt hier drinnen wolle Dreirad kaufen? ich habe eine Foto ja ich hab dir mal was ging was wo das mit deinen Füßen was spielst du? hier ich lege euch die Wache hier vorne hin da ich geh nochmal mit dem EMF vor allem gibt es ja ein paar andere Werkzeuge die man jetzt erstmal kennen lernen muss ne die kennen wir ja mittlerweile alle ne erst sterben dann belästigen verdammt nicht mehr verdammt nicht mehr wer poltert denn hier so uah uah was war das fürn Schrei er hat mich denkst du auch vor der oh hier ist er genau jetzt ist er vorne auf der Verand boah ich bin schon tot er hat mich grad zu Tode erschrocken äh nicht so aber äh geht dein Pultmesser nicht der zinkt nicht ich hab mich grad trotzdem ich denk so wo ist das? das das Dreirad wollte er nicht und sieht schon brutal aus nett mit der mit der Knarre in der Hand ähm im wohnzimmer ist das licht an Shit, mir ist die Lampe umgefallen Wollte die mal hier vorne im Flur stellen Kann ich die aufrechthin stellen? Kannst du nicht Nur indem du irgendwo gegen Rade nimmst Wer rennt jetzt mit meinem EMF weg? Ja, wenn es Jimmy nicht ist, dann kann es ja nur ich sein Ich komme, sonst stellt einer von euch bei der Lampe ordentlich auf hier Geht nicht Doch, ihr als Lebener könnt es Fällt auch wieder um Türen zu Warum? Du mich nochmal, ich armen Achso, Ghost open the door oder was sagst du jetzt? Ach ne, Quatsch, du hast gar nicht das Sprechding Habt ihr den irgendwo lokalisiert? Der ist ja überall Die Temperatur 0 OCC 47, ok, Hammer Wie OCC 47 Die Temperatur Das sagt ja nix Über 10 musst du ja rekorden, ne? Größter Feind im Spiel Ja Wird gerne deinen Stream sehen, aber in Unterkirchnach Hab ich genannt Danke, Will Liebe Grüße, Joel, Papa, danke dir Kommst gerade zu, ich hab mal da Philipp Oh, das blendet voll Also ich kann nicht lesen, was da erledigt ist Das ist das Geist Ich sehe nur die, die, die vier, die Ähm, das mit der Kamera Film Achso Ja, ich muss aber nicht lesen Die Techmuse IMF, also muss ich doch auch IMF geben, oder ich weiß auch nicht Ja, das IMF hat doch, äh, muss ich, keine Ahnung Äh, ja Hast du das IMF wieder runtergebracht, Igel? Ja, liegt hier vorne Exorcist Containing 2-3 Evidence Maximum Also zwei bis drei Beweise Oh, meine Hand geht wieder, sehr schön Hier liegt noch eine Taschenlampe im, im, im Truck, ne? Wenden Sie Steady sofort ballern Oh Und bitte treffen Warum ist denn die Tür schon wieder zu, hier? Du hast die zugemacht Nein, ich hab die aufgemacht Was war das? Schon wieder die Bühne durchgebrannt Herzschlag weg Wack, 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 wack Eine Küche ist aber nicht Da hinten rechts war er Da hat's gebubbert Ja, hier bin ich hier gerade Da fliege ich hier, ne? Fliegt eine Kamera Äh, Taschenlampe Okay Wo bist du denn jetzt gestorben? Am Truck Don't ist drinnen am Suchen Du stirbst am Truck Scheiße Na, ich schieb gut Jaja, ich mach'n Fisch Jetzt können wir noch mal deine Augen sehen Äh, fast Das zweite Hier ist die andere Kanone noch So, dann müssen wir hier mal die Taschenlampe Ach, da ist noch ne Hose unter dem Rock Wieso ist die zweite Kanone jetzt hier? Weil ich die zweite Kanone nur in der Hand hatte Und das Ding hat eben nicht funktioniert Wo, wo lag, wo lag die Kanone? Die lag im Auto Ja, es gab Funktioniert wunderbar Funktioniert wunderbar Ja, du darfst nicht die linke, sondern die rechte Maus nehmen Und bei euch ist die linke und bei mir ist die rechte Guck dir doch mal Nettys Leiche an, bitte Hast du dekoriert? Oh, ihr seid fern, nö Nö, was denn? Bei mir sieht jans anders aus Ach, die Beine lagen Hast du jetzt die Beine geändert? Oder was? Ja Wie das denn? Ich kann hier nix bewegen Wie hast du dann die Beine bewegen? Ich hab die Taschenlampe in die Hand genommen Und dadurch kannst du dann die Körper bewegen Also rumschieben Rumziehen Ah, jetzt wiesig Super Geil Oh, dein Bein ist gebrochen Ente, tut mir leid Wenn man sonst nix zu tun hat Könnte mal gucken, wo er sich rumtreibt, bitte? Seid das immer so nett Äh, Moment Ja Ich war grad Ich kommisch Ich kommisch Ja, ja, ihr werkels Ja, ja Mit Nettys Ich weiß, die ist noch warm Aber lass die mal in Ruhe Boah, die ist noch warm, genau Küchentür hat sich bewegt Ja, Licht ist ausgegangen im Flur Igel, machst du grad hier die Tür auf und zu? Ich hab die Tür gerade aufgemacht Machst du die Tür zu? Nein, ich bin gar nicht an der Tür ran Ich seh nur, wie sie auf und zu, auf und zu, auf und zu geht Ich mach sie auf und sie geht automatisch zu Ne, ich steh grad hier beim Hasen am Tisch Ja, ich stand an der Tür gekommen Hab sie aufgemacht, aber nicht zugemacht Die geht echt von alleine wieder zu Jetzt bleibt sie auf Jetzt geht sie ganz langsam zu Ich hab ihn noch nicht gefunden Ich geh jetzt in den ersten Stock Oben ist er auch nicht Der war am Hinterausgang Hat er Herzschlag gehabt Macht ihr das Licht an oben? Nein Ich hab ihn gar nicht Cool Aber ihr könnt gerne überall das Licht an machen Ich hab kein Problem damit Im Garten ist ein Klettergerüst Jimmy geht klettern Ihr seid geil Wie man als Geist außer Atem sein kann, ist mir schleierhaft Du kannst doch als Geist gar nicht rennen Doch Normalerweise nicht Nein Doch, hab ich doch gerade und dann war er außer Atem Und dann hab ich aufgehört zu rennen Naja, hat schon ganz schön Bugs noch Wie rennt's denn Schlauch hin? Äh, wo ist der Schlauch jetzt? Äh, wo ist der Schlauch jetzt? Lass doch mal die Gitarre Entschuldigung Entschuldigung, ich hab's wieder hingestellt Besser so? Ja Kannst hier die Viloline oder Geige nehmen Die passt Die passt nicht durch die Tür Die bleibt im Flur hängen Die ist zu breit Äh, Treppe mitnehmen? Nee, ich muss jetzt hier auf die Seite schieben Nicht, dass er nachher noch Don des Willen stirbt Nee, dieses Opfer hat den Geist Äh, exorziert Das reicht Also Also ich so Ganz sicher Naja, er kommt ja nicht mehr Wo ist er denn, der Knaller? Da find ich das schade, dass man Äh, die Sanity halt nicht sieht Ja, gibt's ja nicht Du kannst das Haus betreten Und nach zwei Sekunden tot sein Weil er dich instant hunted Hier gibt's ja nicht so was wie Sanity Aber das ist echt nicht mehr da, wa? Sonst gehen wir mit diesem OC-Dings da Bums da rein Aber kann ja nicht sein Der hat Nette getötet Ja, aber es war komisch Ich bin im Haus entzogen Und was macht der Knaller? Der killt die Mädels raus Äh, der ist im Wohnzimmer An der Decke Links Da bin ich doch gerade Ich hab' ich gesehen nicht Oh, da glaub' ich auch nicht gesehen Okay, das war Das war weiß Weiß ist nicht gut Ja, ich hab' das weiße Hab' ich gesehen Aber den Geist hab' ich nicht gesehen König, König, König Da steht er am Fenster Da steht er am Fenster Ich hab' ich gesehen Ich hab' ich gesehen Wohnzimmer am Fenster Guckt Richtung Truck Was ist denn, was ist denn, was ist denn... Ach, wohnzimmerzeit mit dem Fernseher? hallo hallo du bist gerade abgehackt ich sehe den geist ans geist wahrscheinlich nicht war kein weil das ist das letzte was wir verstanden haben keinen fall und davor war fünf sekunden stille das spielbecken da hinten was eben im kühlschrank auch schon gesehen in bestimmten winkeln verspielen wie gesagt early 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 access auch dieses spiel erst seit gestern auf dem markt oder vorgestern gestern der komische detektor hat übrigens auch nicht alles geschlagen den herd baut man aber eigentlich anders auf oder kommt die seite hier nicht nach oben und dann der top da der ist im wohnzimmer fenster also ich sehe nicht wenn es wenn er wirklich da steht was ist bei uns wollen sie immer links oder rechts wenn ich reingehe rechts rechts ist der fernseher anderes wohnzimmer da wollen die zwei sessel stehen hier zum fenster raus gucken hier sehe ich ihn aber auch nicht ich habe ihn jetzt die ganze zeit nicht gesehen auch immer mit dem ding geschossen hast habe ich nur nachher die rauchwolke gesehen dann guck mal im stream da steht er nämlich da steht er nämlich oh ich bin gerade nicht offen äh geil ja aber wenn du ihn da siehst ich sehe ihn nicht was ist das für ein ding hätt die noch mal wo hast du die knarre äh äh hoch gehoben wo lagen die die lag bei mir an meiner leiche ich hab sie ähm ähm igel meinte doch eben schmeiß euch hier das ding vors auto ha die waffe vors auto im truck hab ich die äh waffe genommen wieso ja wo lag die im truck ich hab zwei kinder ja vorne wo vorne an der tür an der tür gut wieso weil das keine waffe ist die man standortmäßig mitkriegt die habe ich mitgenommen und manchmal erscheint die aber die erscheint wahrscheinlich nicht bei jedem deswegen habe ich gefragt wo du die gefunden hast weil ich habe sie nicht gesehen deswegen ach das ist die auch aus dem startding oder was das ist die aus dem aus dem startding weil die hier die ist unendlich munition hat die ja aber die hat bei mir nicht funktioniert da war aber so kann ich überhaupt was mit den jungs da machen wenn er ihnen zu hoch batze frech zu mir fsk 18 ne ja von mir aus kommt mal abhauen ich will nicht hier das ding zum beispiel auch was hier liegt es gibt noch mehr maps ja noch zwei insgesamt drei aber die sind größer und wir wollen uns erstmal so wie das hier funktioniert und so ne kleinste da könntest du mal messen wenn du das an kriegst bitte auch so atem ichs an ne kann die taschenlampe hier nicht aufheben das ist aber eine echte schöne wohngegend wo der wohnt ups ja in der wüste ne weit und breit wüste ich sehe zum beispiel die ganze zeit den geist nicht was wir sagen ganz geschossen oder war der wolke welche farbe blau blau war das blau das heißt das war gut und das wort und zwar war das das tiger hier vorne das hat reagiert seht ihr das ganz schwarz ja so muss es alles schwarz weiß das ding hier aber auch so klar ja ja es ist einfach nur schwarz das ding hier spiel gerade mit einer leiche rum das ist meine oder habe ich da jetzt so einen topf am hals das ist nicht meine das ist igles leiche also bei mir ist igles leiche auf deiner leiche nö meine liegt oben und igles liegt auf der treppe oder rutscht grad die treppe runter ich habe jetzt davon einen screenshot gemacht hehehehe so was ist das ist don jetzt auch tot was war das nein der ist irgendwo reingelaufen oh war ein schrei so ich habe zu hoch geladen wunderbar was man verkleinert leichen leichen schändung genau er hat denn jetzt hier die beine wieder zusammen gemacht wenn ich nix kann aber wenn man die beine bewegt dann habe ich raus hehehehe ahhh scheiße dreck das ist jetzt die bibel dann oder was ja so jetzt bitte alle mal du uns mal du 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 Let your body return to the dust. So be the will of God. Aha. Also falls du was sagst, wir hören nichts. Ich wollte gerade sagen, wie wir hören, hören wir nicht. Das ist für mich der Absicht. Weil wir tot sind. Da kann man es wahrscheinlich als Toter in-Game-Voice-Chat normalerweise nicht hören. Der hat sich gemutet, dass wir nichts hören. Er muss ja in-Game reden. Er muss ja mit dem Geist reden und ich stehe neben ihm. Ich habe auch den ganzen Satz auch vorgelesen. Das hast du aber schön aufgesagt. So steht es in der Bibel. Er hat es schöner aufgesagt. Amen, Brüder. Amen. Und Schwester. Nee, da ist er gerade da hinten, der Knaller. Ich sehe nicht. Hallo. In der Wunschstube. Können wir nicht an dir vorbei? Doch, komm mal da noch vorbei. Du haust this place in the name of the Lord. I command you go back where you come from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Oh, da, doch, ich hab's kurz gesehen. Hier in der Ecke, wo die Sanduhr in der Ecke liegt. Ja, ja, in der Ecke, genau. Ja. Vielleicht war da auch noch zur Zeit. Ich warte mal, ich spore mal noch ein, ein... Ich hab noch ein Rollen... Jetzt hat er die Hintertür aufgemacht. Oder zu? Ja. Er hat die Hintertür aufgemacht, glaub ich. Du bist vielleicht in den Garten aufs Klettergerüst. Du und dein Klettergerüst. So, ich hab jetzt mal die Kamera verstellt. Vielleicht siehst du ja was. Gibt's da ein Schwack, was man durchgucken kann? Ja, die Kamera. Ja, die Kamera ist natürlich. Die Bildschirme. Ja, ja, mal gucken. So. Sag mal an, wo der Knoller rumrennt. Nicht mit irgendwelchen Gießkarten spielen. Der ist in der Küche. Am Regal. No camera, no camera. Das steht über no camera. Du musst auf den... Da an der Wand steht da. Genau. Jawohl. Was weiß der Geist? Äh, der läuft hinterher. Hinter dir. Hinterher. Okay, das war's. Okay, da war ich gerade exorziert. Die können ja... Das kann gar nicht sein. Ich hab den gerade exorziert, ne? Erfolgreich. Mit dem Räucherstäbchen. Und dann killt er mich. Wie soll das gehen? Ja, weiß ich nicht. Also, das ist alles ein bisschen buggy. Aber man verliert es auch. Es war ein Dämon. Ja, es war ein Dämon. Okay. Null Geld und vier Experience. Ich auch. So sieht's aus. Na, wir üben das noch ein bisschen. So. Würde ich sagen, nehmen wir die Kamera mal mit, wa? Die Kamera ist übrigens gut, weil man die von innen, äh, die Richtung steuern kann. Ist gar nicht... Ja, aber ist ja auch da bug-using hier. Wo, 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 wo geht's hin? Äh, wo ist der Truck? Ach, da. Wo's A geht's wieder. Da kennen wir uns jetzt aus. Priesterdon. Ja, ja. Ich hab's gerade ein Update geladen. Ich hab's mehr mit Brussisch wie mit Englisch. Alfa sagt, es gibt ein Update, wiss ich spiel' gerade. Aber lass' wir mal. Ja, hier sind wir gerade alle drin. Hol' wir mal noch ein paar Items. Wer fehlt? Wer fehlt noch? Igel. Ich bin eine Dusche. Ah, klar, die Spotze. Eine Dusche? Wo? Oh, langweilig mit Klamotten. Oh, ich seh' dich von innen, netti. Äh, äh. Hier ist dein Dach. Lass mich raus! Echt da? Ich bin eine Dusche. Äh, was Spaß macht, können wir auf jeden Fall viele in dem Game hier. Oh. Ich bin immer noch in der Dusche. Oh, du hast die Schrotze noch? Warte, er hat die... Netti, guck mal bitte, ob die Kanone siehst. Die mit dem Display. Lock ich nicht? Tragen leicht? Die Schrotze hat sie wohl lebt. Ich seh' hier, was hab' ich hier? Ich schläg' die Schrotflinte wohin, wer wir sie haben? Was ist denn noch mal... Guck mal, aber... Meine, meine Kamera ist zum Futterapparat geworden. Oder hat da auch einer ein Futterapparat am Boden gelegt? Äh, meine, 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 äh... Videokamera ist zum Futterapparat geworden, oder hat da auch einer mitgenommen gehabt? Aber irgendwas backt hier noch rum. Ja, das ist hier, das Gerät. Welches Gerät? Was backt wo rum? Geigerzähler, oder was das ist hier? Da unten liegt das... Ach, OCC? Komme ich da dran? Gar nicht. OCC pro Zentimeter? Wenn wir jetzt wissen, was OCC heißt. 5 Grad? 4 Grad? Ach, die Temperatur ist 14. Ah, ok. EMF braucht man. Kamera wird er aufstellen. Ja, das ist üb. Bücher. Oh cool, das Gerät hat es überlebt. Das ist schon mal gut. Welches Gerät? Äh, was? Jimmy oder du in der Hand hat das Gelbe. Ja. Keine Ahnung. Der OCC pro Zentimeter zeigt er mir an. Aber, warte ich noch mal. Keine Ahnung. Naja, das ist ein EMF. Das ist ein EMF Detektor. Wenn der auf 5 schlägt, ist es genau wie EMF. Wie genauer. Wenn das Gelbe Ding überlebt hat, hat immer eine Kanone überlebt. Die muss irgendwo rumspringen. 2, 5%, 7%, 11%, ich scanne hier. Ja. Und dieses Ding, das piepert hier auf 3, auf 4, auf 5. Ja, dann ist es wirklich auf 5. Ach, da kann man diese Gegenstände mit finden, ne? Ja. An der gelben Flasche hier. Muss ich jetzt die gelbe Flasche mitnehmen? An der selben Stelle noch auch mit dem EMF Detektor reinhalten. Hast du die gelbe Flasche? Nein, hab ich nicht. Ich hab nix damit gemacht. Dann, an der selben Stelle noch. Ja, in der Wadermanne, Kind! Was? Kind? Ja! Wir in der Wadermanne stand grad! Hab ich keins gesehen. Ich hab... Ich hab schon wieder Herzbumpern. Lass mich raus, wo bin ich? Lass mich raus! Ja, weiß ich nicht. Weiß war's. Was ist das für ein Geräusch? Jimmy, das war für dich. Oh! Oh, hier! Treppe! Lass mich raus, lass mich raus! Lauf, 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 lauf! Hinter dir, Jimmy! Ja! Ich hab immer noch... Ich bin verschwommen, ich bin verschwommen, ich bin verschwommen! Nein, 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 nein! Let me in, let me in, let me in, little big, little big, let me in! Ähm... Also der Truck ist safe, oder? Ich will nix sagen, aber ich hab nur das Buch dabei und guck mal ins Buch raus. Das ist ein Kind, oder? Ja, das ist ein Kind. Bei den Zeichnungen würd ich jetzt sagen... Sie hat ins Buch geschrieben. Und in dem Raum, da hab ich noch dieses OCC5-Dings hier Ausschlag gehabt. Also der Geigerzähler hier war auf Ausschlag. Das Gang war wieder... 1NL120. Das ist ein bisschen das gruseligste. Right in... Film & Spirit ist grün. Measure in OCC-Temperature above 10. OCC-Temperature... Habe ich jetzt aber nicht gehabt. Ich hab jetzt hier irgendwie OCC... Pro Zentimeter steht hier auf meinem Messgerät drauf. Und oh, hier... Zwei bis drei Evidenz immer auch auf grün. Hier... 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 Schaut mal auf dem Fußboden. Schaut euch mal das Buch an. Ja, ja... Haben wir da grad eben schon umgeschrieben. Aber ich hab auch schon zwei Fotos gemacht, ne? Man beachtet die zwei schönen Fotos. Denk dran, ne? Das ist... Symbol Pictures... Friding ist das. Das ist nicht... Textur... Ghostly Riding... Irgendwie so zwei Bilder... Die sind... Doppelbelichtung, oder was? Das ist das erste... Oder... Drei Sachen... Das eine ist Ghost... Wir haben schon drei Sachen... Also... Das andere ist Ghost... Also... Eins vom Buch und eins vom Geist... Obwohl er nur schwarz ist. Was war das? 1NL120, ja? Ja. Writing Evidence... Haben wir Symbol Picture, würde ich sagen, ne? Textural Writing Wall... Writing Wall... Drawing... Nee, das ist dann Symbol Picture. Voice in the House? Nee, das war... Weil Nette gestorben ist, ne? Audio Proof... Haben wir nicht. Oh, nee, das war Voice in the House. Aber war das? Okay. Aber wir haben ja... Child. So, wir brauchen jetzt das Kicker Eye. Close to Tiger Eye Stone, dann Holy Water. Hallo! 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 Hört das noch jemand hier? Oder bin ich schon auf... Spiel da irgendwas, ja? Ja, das ist das... Das hier. Muss aus. Hallo! Hört noch jemand? Ja, hallo! Hallo, Don! Tigerauge! Wo ist das Tigerauge? Ich fühle mich eben... Ignorier, weil ich ja die ganze Zeit erzähle und niemand zuhört. Wir hören wir zu. Wenn ihr jetzt mal... Wenn ihr mal auf Exorzismus geht unten, dann seht ihr, dass wir als erstes das Tiger-Ei benutzen müssen... Das Tigerauge... Ja... Und dann Holy Water. Welcher Geist ist das denn? Also, und dann mit dem Buch wieder vorlesen. Ja. Aber wo ist das Tigerauge? Was war das für ein Ton? Ja, das hab ich mich auch grad gefragt. Oder Don hat... ...dyskodeckt. Ne. Und dann ist... Ne. Da steht doch noch. Was war das? Wo ist denn das Tigerauge-Ding? Hat das schon einer von euch? Ich glaube, Don. Da? Ja. Hört ihr mich nicht? Das liegt am Haus! Das sagst du grad zum ersten Mal, musst nicht mit uns schreien. Ja, ich hab das aber jetzt schon dreimal gesagt. Ich weiß nicht woran das liegt, aber ich fühl mich hier permanent ignoriert und drücke. Nein. Ich weiß nicht woran das liegt. Okay. Nein, wir ignorieren dich nicht. Ich hab schon dreimal gefragt, wo das Tigerauge ist und keine Antwort bekommen. Ja, und ich hab schon dreimal gesagt, das liegt im Haus. Also, passt auf, Tigerauge, heiliges Wasser, Bibel. Und diesmal bitte Jimmy mit der Bibel. Da kann das bestimmt viel besser. Ja, ja. Also müssen wir die jetzt hier rüberlocken über das Tigerauge oder was? Jawoll. Genau. Und dann müssen wir hoffen, dass das blau-rot pufft. Dann haben wir den richtigen Exorzismus. Habt ihr den eigentlich schon irgendwo beortet? Nein, Platz. Den ist doch da in der Badewanne, aber Netti hat sie am Flur gekillt. Ach, Netti ist schon tot? Ja. Gestorben für Jimmy. Das ist doch für mich. Das ist die hinter dir, ja. Badewanne. Badewanne heißt oben oder unten? Oben, 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 oben. Oben, ja. Da geh ich nicht hin. Nicht wegen 10 Euro. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. ここ. Und wenn das hier anfelsöst hat ... Ich will das Ding da mal mitnehmen. Das kann ich nur so mitnehmen, okay? Ich will das hier mal mitnehmen. Da hat es nämlich eben dieses Ausschlag gegeben. Also direkt vor dem Objekt hier stand. Und ich glaube, damit kannst du nämlich diese verfluchten Objekte orten mit dem Gerät, was ich da hatte. Alter, hast du mich gerade erschreckt? Ich habe gerade eine Tür geknarzt. Da ist er. Kommt die Treppen runter. Ja, lauf zum Ausgang. Ja, ich bin oben. Er ist die Treppen runter. Das ist aber keiner. Das war definitiv ein kleines Kind mit weißem Gesicht. Hat gewummert, wo ich zur Türe raus bin. Das Auge ist nicht ausgelöst. Nee, kommt nicht raus. Ja, da muss aber etwas mit deiner Leitung gewesen sein. Wie gesagt, wir haben in der Zwischenzeit noch mal komplett abgehackt. Da haben wir sekundenweise gar nicht verstanden. Okay, das ist gut. Aber ich erzähle immer, du fragst, wo ist das Ei? Ich sage das nicht genau aus. Das sind doch da bescheuert, wo Ei. Ja, ich dachte auch, wieso antwortet jetzt keiner? So, gehen wir nochmal hoch. Auslockig. Die ist irgendwo rechts im Raum. Da fängt sofort am Zupf, da steht sie. Sie kommt. Oh, die rennt zum Truck. Willst du ein Foto machen? Die rennt mir hinterher, die blöde Kuh. Die steht an der Truck-Tür. Mal gucken, ich habe ein Foto gemacht. Mal gucken, was zählt, wa? Bei mir warst du, komm rein. Ghost, drei Sterne, yo. Das Auge ist aber nicht schwarz. Denfalls bei mir nicht. Ja, da haben wir irgendwie die falschen... Da ist aber ein Kind. Wir haben uns alle gesehen, das Kind ist, ne? Mach mal das Moist abweg. Ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt bist du wieder ganz komisch. Wir hören dich nicht. Ist das neu, das Game? Guten Morgen. Pass auf, das Ende... Ja, seit gestern gibt's das. Und sich, äh, wenn ich jetzt... 15 Euro, Steve. Besser? Ja. Besser als Fassbo kann ich doch nicht sagen. Also, es kann sein, dass wir das falsch, äh, detected haben. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Null-Temperatur und einen EMF-Eintrag. Eins von beiden. Aber EMF... Dann ändert sich auch der Exorzismus. Hat einer den EMF? Ach so. Ja, hab ich. Ja, das ist, äh, total unterschiedlich. Das ist ja das Schöne dran. Also, je nachdem, was du vorne detectest, ist der Exorzismus anders. Aber das ist erledigt hier. Single entity to be exercised containing two to three evidence maximum. Also, das haben... Wir haben alle möglichen Beweise für den Geist schon gefunden. Äh... Der Text hier am Brett ist grün hinterlegt. Ne, also, alle ja immer. Ja? Ja, das ist doch nur hinterlegt, was schon erledigt ist. Das war das EMF-Eintrag. Igel, ich schmeiße jetzt mal das EMF-Eintrag. Und dann gehen wir mal zusammen. Ich nehme Temperatur und du EMF. Wo bist du? Hier, Treppe. Der Kling, huhu. EMF ist hoch? Da, da, ja, genau. Das kriege ich sich aufgehoben. Was haben wir überhaupt für Beweise? So, lass mal gucken. Am besten da oben in der Badewanne, wa? Detromant, minute, proof temp. Also, da habe ich... Vorhin zum ersten Mal gesehen. In der Badewanne. Stanze. Und Igel, die hat doch das gelbe Ding da bewegt gehabt. Ne, diese Dose oder was das war. Andere Seite, Igel. Andere Seite, Igel. Ich bin schon im Bad. Okay. Aber im Bad ist nix. Von EMF. Da, Geisterfutter. Lass mal weiterlaufen. Vielleicht finden wir ja was. Schalt. Ja, ne. Ich finde diesen Clown da voll gruselig. Warte mal, mein OCC ist gerade gestiegen hier. Für Kind. Ist doch definitiv für Kind, oder? Ne, ne. Weiter, weiter, weiter. Genau, schönen Sonntag. Ist doch ein Kind. Wir sind uns einig. Hier, hier. Ich geh jetzt wieder runter. Du hattest bum bum bum. Ja, die Treppe. Neiße. Ausgelöst. Tigaro ist ausgelöst. Tigaro hat ausgelegt. So, jetzt Holy Water draufschmeißen, ja. Jawohl. Und wenn es dann noch nicht reicht, müssen wir... Äh, noch die Bibel, ey. Was hat mir denn jetzt... Also, wenn es dann noch nicht reicht, muss ich die Bibel noch machen. Jo, Bibel. Macht den Holy Water. Was hat mir die Vorbeweise alles schon? Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt eingetragen, ähm... Dieses 1p und was war das? Ne, 1n, oder? 1n. Ja, 1n, genau. Simple Writing. Warte mal noch. Depot Picture Friday, genau. Und... Ja, die Voice in der Haus, weiß ich noch nicht. Ja, wissen wir noch nicht. Wer mal sehen. Okay, ich trage es mal. Nein. Hast du schon Wasser hingeschmissen? Ja, vorhin, hast du gesehen. Das ist aber eigentlich gut, aber nicht funktioniert. Die Bibel muss ich erst nach dem Wasser lesen. Wenn überhaupt. Äh, ja. Ja, wenn überhaupt, genau. Aber muss ich sie dafür sehen, dann? Äh, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Nur einfach durchs Haus laufen. You hold this place in the name of the Lord. I command you to come back where you came from. Ja, ich glaube, letztes. Gestern warst du gut. Aber B, B, B muss ich dann drücken, ne? Ganz wichtig. Nicht, dass ich da rumrenne und passiert nichts. Ja, 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 B, genau. Ja, gestern hat der Google Übersetzer für uns vorgelesen. Ja. Habt ihr den Text da eingetragen oder hast du das vorlesen lassen, oder was? Ich hab ein Foto gemacht und dann steht das da drin und kann das vorlesen. Und wie hast du das ins Spiel gekriegt? Über das Handy. Ach so. Ich hab mir das vorlesen lassen. So, jetzt müssen wir nur noch provozieren, dass er rauskommt. Klein Mädchen. You who haunt this place in the name of the Lord. Ich kann mein Buch nicht lesen. Denk mal, musst du wieder zumachen, ne? Äh, äh, sonst funktioniert's nicht. Jimmy. Aber, äh, wie krieg ich denn da Licht drauf, dass ich den Text lesen kann? Vor der Tür geht's, da leuchtet der Truck drauf, aber... Ich kann dir leuchten, wenn du herkommst. Ich lass dir, ja, ich lass dir best vor der Tür liegen, aber ist auch egal. In der Küche, in der Küche. An der Wand. Jimmy läuft das mal, ja, das passiert. Der Bibel vorhanden. Kannst du Licht anmachen, hältst du die? Da ist auf jeden Fall bumm bumm bumm. Ist an. Danke. Sie jagt, Möchel. Kommt sie, kommt sie, kommt sie, ich seh sie nicht. Nein. Ne. Ich seh sie nicht. Ich zieh sie, äh, am Kühlschrank. Woah, 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 woah. Wirft das Wasser! Jawohl. Jawohl, hat funktioniert. Jawohl, hat funktioniert. So, jetzt hängt alles von dir ab, Jimmy. Ja, muss ich dich dafür sehen? Das ist jetzt die Frage. Nein, ich glaube nicht. Lies einfach mal ein bisschen. You haunt this place in the name of the Lord! I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. You who haunt this place in the name of the Lord. I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth! Let your body return to dust! So be the will of God. Hat´s funktioniert? Oder bin ich tot? Okay, wir sind bald ein prime tot. Weil ein 3 tot. Oder? Nein, ich lebe! Ich bin extra... ich habewir landmark Earth verseити. Ichung die ist einfach schnell zu Ende. Alter, das gibt´s noch nicht und ich... und Ich ballere los und ich steht vor mir und jetzt fähle ich um. Schwanerei Jetzt musst du das Buch nehmen und vorlesen Ich kann doch kein Englisch Na du hast doch bestimmt doch auf dem Handy den Translator oder? Ich kann das nicht funktionieren Wo ist das Buch? Ja ich sehe das Buch nicht mal mehr Weggepackt unter die Erde oder so Ich bin die Leiche die hier vorne liegt Auf der Kamera liegt es bei mir Buch Achso Bibel halt ne Ja das ist Ja ne Bin ich doch seit langem mal wieder gestorben Buch ist nicht da Ich krieg's Buch ist nicht mal da Oder liegt es jetzt draußen irgendwo Ich stand hier in der Ecke Da ist meine Leiche dicht Ja Kannst du die Leichen mal wegräumen? Dann geht das vielleicht Ja jetzt aber verdammt schnell Ja vor allen Dingen hast du zwei auf einmal gekillt Ne Ja Der Don stand hinter mir Der hat uns beide auf einmal gekillt Ne Schnapp dir doch mal die Schnapp dir mal die Kanone Räum die raus Da liegt glaube ich das Buch drunter Ne Kann doch sterben War geantwortet Achso das war die Frage Ja genau Stört man da nicht Doch Sogar noch schneller als bei Phasmus Hier gibt's Du kannst im Prinzip Haus betreten Geist kommt auf sich zu Und killt dich Instant Also hier gibt's nix mit Sanity oder sowas Und die Beweise die man halt finden muss Ja Muss man dann haben Um rauszukriegen wie man den Geist vertreiben kann Es gibt fünf verschiedene Geister Einmal äh Poltergeist Shadow Revenant Demon Und Child Die muss man am Aussehen und am Verhalten identifizieren Wenn man dann noch Die anderen Beweise hier gefunden hat Kann man dann hier Wir haben jetzt zum Beispiel ein Kind Kann man hier unten dann print Exorcism Steht dann Steht dann welche Reihenfolge Mal wie wo Was machen muss Schön Was wie den Clip genehmigen Ich hab eben nichts eingetragen Ja Ich hab jetzt hier Weiß jetzt nicht wo Sorry Ich bin ganz glücklich Wir haben neun nur Aber kein Geld Jetzt ist weg Noch völlig Also ich hab bisher Nix verloren Weil wir Auch nichts von mir benutzt haben Kann das sein Haben wir überhaupt schon Hat überhaupt jemand was verloren Ja Wir Wir können nichts verlieren Door sind sie door up Ich glaub ich hab ein paar Heuschen Gäbchen gesponsert Aber das war auch alles Aber das sind 10 Dollar Man kann die Tür noch zu halten Ja Und wenn es 5 mal geschlagen hat Sollten wir dann zur nächsten Tür rennen Danger Detektor Ja hier wird alles erklärt Wie das funktioniert So ich werd dann soweit Ich hab ein Clip reingeschickt In Youtube Ist bei mir nix Und ähm MrJoker1 Nein müsste dann hier stehen Wurde zurückgehalten Ich kann ja grad nix anklicken Oder wo hast du wie Wo was reingeschickt Bei Youtube hab ich ein Clip Erstellt Ja Mit MrJoker1 Ja Und den hab ich gerade In den Chat reingeschrieben Ja es steht bei mir aber nichts hier Normalerweise Ja ach du darfst Der hat keine Rechte MrJoker1 hat keine Rechte Zu schreiben muss ich Äh nein Dann muss ich eben Auf Konto wechseln gehen Nur Moderator dürfen links posten Sonst kann er mich Ich kann nur einstellen Dass jeder links posten kann Dann kann jeder links posten Ja Macht nix Ich hab das in der Bar gepostet Dann siehst du das ja Von mir für dich Erschrecke ich mich mittlerweile Schon fast gar nicht mehr Wir können mal losfahren Auch wenn er nicht im Truck ist Oder muss er im Truck sein Nein 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 Die muss im Truck sein Ach die steht in der Dusche Sag doch was Ich mach die schon wieder Oh Ich stehe hier und am gucken Eins zwei treiben Aber das sieht aus Das hätte sich da aufgehangen Guck mal Wo ist die Tür Ich stehe da Das hätte sich an dem Ding da aufgehangen So die Kamera ist auf dich gerichtet Ja ja Macht er jetzt in den Duschporno Funktioniert also wie gesagt Anders als Phasmophorbia Nicht dass wir den Geist anhand der Beweise feststellen Sondern wir müssen feststellen Was für ein Geist es ist Dann was für Hinweise wir haben Und dann aufgrund dessen kriegen wir eine Reihenfolge von Items Die wir benutzen müssen Um den Geist zu exorcieren Weil nicht dass ich die große geschwenkbare Kamera dabei habe Ja ja ist noch ganz gut buggy Wie gesagt gibt es seit gestern In den Rezessionen steht auch teilweise drin Eigentlich geiles Game Aber man stirbt aufgrund von Bugs Ich habe eben zum Beispiel den Geist eine ganze Weile gar nicht gesehen Ich habe hier die Kamera mitgenommen Die können wir eigentlich gar nicht mitnehmen Trotzdem ist sie jetzt hier Keine Ahnung Ich brauche noch eine Taschenlampe Flashlight Spawn Flashlight Anmachen Ich nehme nochmal das EMF Und was ist das Das ist die Kamera Nehmen wir das Ding Sie bumm sie dann nochmal Was ich auf jeden Fall wünschen würde Wäre noch so eine Sprintanzeige Wie lange man sprinten kann Und ob man gerade sprinten kann Oh hier Wohnzimmer mit den zwei Sesseln Fängt das Signalmeter an zu bieten Und EMF 5 Also das 5.4 Das ist die Safe Fünfte Lämpchen blinkert Bist du hier? Nettino muss Englisch reden Spirit are you here? Ne ne Wer hat mir jetzt das Licht ausgemacht? Sei denn des Wahnsinns? Der Pulsmesser muss schon was messen So guck mal Ich habe die Kamera Wir haben EMF 5 Hört ihr mich? Und dieses Scan 9 Ja Und dieses Scan Ding Hier sagt 9p-non Das ging ja fix Wisst du Und jetzt haben wir hier Das der erste Satz Ist doch normalerweise nicht in grün geschrieben Single entity to be exercised Containing two to three evidence maximum Also wir haben jetzt schon die Beweise Die wir brauchen Um rauszukriegen Wie wir hier exerzieren können Also das rechts steht immer In grün Immer? Muss ich gleich mal drauf achten Also da fehlt Das steht Siehst du ja jetzt Das steht zwei von drei In grün Nein Zwei bis drei Single entity Entities sind ja hier die Geistern Es ist eine einzelne entity Die exerziert werden kann Mit zwei bis drei Hinweisen Ja Naja Aber das steht immer in grün Ich dachte eben Das wäre ein schwarz da gestanden Keine Ahnung So ich gehe nochmal noch mit dem Thermometer rein Aber wir haben jetzt entity scan 9p Nona Und EMF 5 Also ich habe hier vorm Auto Schon Kamera flimmern Also im Auto Er hat gerade hier die Tür aufgemacht Weil hier ist gerade niemand Das kann niemand anderes gewesen sein Und ich war es nicht Hast du gerade gekackt Netti Nö Jetzt musst du natürlich in Englisch dazu erfordern Dass du ins Buch schreibst Sonst funktioniert das nicht Wie heißt das Schreiben auf Englisch? Write Eigentlich mit W Aber das W ist stumm Also write Writing the book Gott ich hasse mein Englisch Lol Das EMF Äh das Geisterboxding Hier sieht genau aus Wie bei Phasmophobia Nur dass da noch ein Mikrofon dran ist Und eine Antenne drauf gebastelt ist Jo Are you here Where are you Give off the sign Musst du da auch was stehen Nicht gehört oder sowas Where are you Are you here Zumindest Where are you Also Write to the book Das ist ja noch gar nicht Das ist ja noch gar nicht Wir wissen noch gar nicht Was ist Are you here Where are you War schon einer oben Where are you Spirit open the door Genau provozier den Geist mal ein bisschen Da kommt er runter Spirit close the door Ich höre irgendwelche Geräusche Spirit turn on the light Das ist mein Magen Warte mal das schon raus Die gruselige Geräusche Bei Alpha war Die Übersicht Was man den Geist fragen kann Im Discord Wir haben Wie heißen die Orbs Bringt das Ich weiß nicht Wo Orbs du grafier was Ja Von du grafierst immer Aber ich glaube Da gab es keine Einstellung dafür Aber wo die Orbs sind Müsst eigentlich auch der Geist sein Er ist oben wieder am Bad Also hinter dem Bad Also in den Gang Wo der muss zum Bad Haunting Origin Irgendwer hat Haunting Origin zweimal fotografiert Origin ist der Ursprung Du hast gerade ein Foto Ein Foto in grün gemacht Und ein Foto ohne grün Ne ich habe nur eins gemacht Aber gemacht zweiteilweise immer Ja das erste Foto Was in grün ist Da ist Ich glaube das ist der Ort zu sehen Das ist zwei Sterne Haunting Origin Also da ist der Ursprung der Jagd Aber ich habe genau ein Foto gemacht Und das zweite Das ist keine Ahnung wie entstanden Oh das sieht genauso aus als das zweite Was lass doch mal gerade Siehst du? Ich bin immer gemisst mit diesem Ollo Box Das ist ein komplett anderer Raum Aber wenn er lacht ist es ein Dämon Wie war das ne? Alpha Wolf Wo war das denn? Ghost Hunters Genau ne die gehen wir alleine I come in peace Wartest du nicht, ich komme hätte Geht's wieder ins Bad? Oh ich glaube zusammen Oha, der steht da Du hast das Licht ausgemacht Er kommt Erfolgreicher Exorzismus Was? Jetzt schon Das war ne weiße Wolke Ja Das heißt wir hatten das bereits schon mal Okay, also ist das Teil der Vertreibung gerade Also wir haben keine Fotos mehr Aber ich habe auch ein Drei Sterne Foto vom Geist gemacht Also ich guck mal was es sein könnte Also wir haben jetzt hier mit der Neutrino Gun Das nächste ist mit der Instant Flash Kamera Das kann Jimmy am besten Und danach wieder die Bibelbuch Das macht auch Jimmy Wenn es Poltergeist wäre Bring Entity Closed Tiger Ei Oder? Wie hast du das nachgebracht? Ich habe jetzt mal Pur offendämon Also am besten ist es so Wir legen das Ei hin Und das nächste ist das Instant Foto Also da Absichert Schlägt das Ei an die Tür Genau Du legst das Ei an die Tür Ups Das ist zu weit rein Und ich stehe bestimmt bereit mit seiner Instant Kamera Ich stehe an die Tür mit der Instant Kamera Und ich habe nochmal hier eine Sonderreserve mitgebracht So da braucht ihr jetzt den Plus wieder zu provozieren da oben Und dann Jimmy nicht sterben Komm du brauchst nichts mehr Komm wieder runter Ja anderer Seite Links ist es Bad Achter er kommt unten 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 Er kommt hoch Er kommt hoch Hinter mir Also das mit dem Tiger Ei Mit dem Tigerauge hat nicht funktioniert Doch jetzt gerade Jetzt gerade ist Wahrscheinlich also wieder reingelaufen Wo er rein ist wahrscheinlich wieder Wo er rein ist Ich habe was Hat denn einer in Wasser geschmissen oder was? Ja ich habe Ah ich habe das knacken gehört Und ich dachte Er wäre übers Auge gelaufen Wollt mich umdrehen Um zu gucken ob ich ein Foto machen kann Oder war uns zu tot Jetzt habe ich hier Grafikfehler Jetzt ist hier Alles ein bisschen dunkel So jetzt müssen wir nur noch warten Für das Foto ne? Und dann müsste es Oder warte mal Warte mal Warte mal Ich gehe Du hast halt auch Er könnte auch durchs Wasser gelaufen sein Jetzt ne? Das Auge ist aber ausgelöst Jetzt ist das Auge ja schwarz Das Tigerauge Und du hattest gesagt Das stand beim Poltergeist Dann wäre aber jetzt Ende Shot the entity of the neutrino gun And bring the entity close to the tiger's eye stone Hä was hast du alles drin stehen? Also ich habe eben Level 5 Und 9p 350 Das habe ich auch drin stehen Ja Und wenn ich auf Poltergeist bei mir Neutrino gun Und Instant camera Da steht bei mir Neutrino gun Und entity Tiger eye Ja ist ja schön Weil du hattest eben was vorgelesen Dass wir danach noch das Foto machen müssen Ja bei mir Bei mir war Bei mir steht drinnen Neutrino gun Instant camera Und dann Bibel Und das gleiche steht Ich habe Neutrino gun Tiger eye Und instant camera Bei shadow stehen Ja und ich habe bei Ich habe bei Poltergeist stehen Neutrino gun Und instant camera Und das kann es ja nicht sein Wir haben ja gerade den tiger eye ausgelöst Habt ihr noch irgendwo Was bei Temperatur eingetragen Oder so Nein EMR 5 Und 9p Unterstrichen ohne Ich habe jetzt mal Negativ eingetragen Drinnen Und er hat die Kategorie Poltergeist Hm Hättest schnell zum Bus laufen müssen Ja ich wollte mal Foto machen Mit Mario Ne Das bei jedem was anderes steht Das ist doch ein Arsch Habt ihr EMF Level Oder EMF 3 bis 4 5 Ich hatte die rote Lampe Ja die ging immer an Aus an Aus an Aus An Aus Und die unteren 3 Die unteren 3 sind noch frei Ja Ja OC 20 heißt doch da ist er Oder Wie bitte Beim Temperaturmessen Wenn das OC auf 20 hoch springt Von 4 Heißt doch da ist er Ja scheint so Ja Ja Ich sage gerade auf der 3 Nachricht eingeblendet Welcher Mod ist denn noch da Ja oder wir haben noch nicht genug Beweise Das ist doch was Was anderes drinsteht Also Fakt ist dass der noch nicht weg ist Also wir haben jetzt das dieke Auge Es kann auch sein dass es das heilige Wasser war Wir haben einmal mit der Neutrino Kanten verballert Kommt er Er hat mich zumindest gerade oben pochen lassen Ja ich will noch ein Foto machen Mal sehen Vielleicht haben wir es dann geschafft Er kommt Ja 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 ist durch die Stoß gelaufen Der verfolgt einfach stumpf Ich bin im Auto Wir stehen doch noch im Flur Nein da ist der Stück an der Truck Tür Oder wackelt hier Jetzt 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 klopft er in die Truck Tür Jetzt ist er weg Bei mir stand er die ganze Zeit im Flur Also er ist voll noch bugt hier Also das ist definitiv nicht sicher Irgendwie Ist durch Da kommt er Da ist er Wieder durch die Stoß gelaufen Hm? Ist nicht am Truck Na gut du hostest ja Ich muss es dann vor uns sehen Komisch Vor dir vor dir direkt vor dir Ihr steht vor dir weg in dem Kopf Immer noch immer noch immer noch immer noch immer noch Jetzt steht er in dir Jetzt hat er dich Ich hab Ich hab Nur zwei Fotos Und das Problem ist Die waren alle beide schon ab Die steigere Folie Und du weißt du Wirst du mit dem Kopf am Wackeln Ach Sven ist doch da Alles Und nun? Hast du mal hallo geschrieben? Egal aber trotzdem Ich wollte gerade die Nachricht einblenden Na bumm War sie schon da Danke dafür Ja du hängst an dir Und an die Wenn wir dann noch mehr Beweise finden Ja Fotos können wir jetzt keine Keine mehr machen Was sagst du? Ein OC20 Das ist kein Kein Ding Das man hier eintragen muss Ne Audio Proof Temperature Proof Oder das Buch Ja Da noch Dieses Flash Ding Der hat nur zwei Aufladungen Ne Das geht schon Du musst bloß Dieses Kamera Ding Das Gefühl schießen Aber die Instant Kamera hat nur zwei Ja 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 Mach nicht Insta Flash 22 Okay cool Also Wenn ich mir das hier angucke Habe ich den Geist fotografiert Aber es hat nicht funktioniert Das heißt die Flash Kamera Irgendwas ist falsch Irgendwas stimmt Ghost Irgendwas stimmt nicht Also Ich mach mal jetzt EMF Level 3 bis 4 Und dann guck mal nochmal Ja muss denn Die rote Lampe Kontinuierlich leuchten Weil 4 waren definitiv An Und die 5 ging immer An aus An aus An aus An aus Kann ich dir nicht Ich sag mal Ist nicht Ich hätte vielleicht auch Bestimmt die ganze Zeit Ein Blöck Hallo ich grüß dich Ich hab das als Immer 5 dann Interpretiert Kann die Kamera hier Keinen So Dicht machen Äh Igel Igel leg mal bitte In Salz hin An der Tür Liegt schon Ja da hätte er ja auch schon drüber laufen müssen Oder ist das neu Das habe ich schon neu hingeschmissen Ja wie gesagt Das mit der Kamera Das kann nicht hinhauen Weil wir haben 2 Fotos Mit der Instinct Kamera gemacht Und der ist nicht verschwunden Irgendwas ist hier faul Vor allem Und wer jetzt Das heißt Dein Leichnam Der liegt halt optimal In der Mitte Auf der Treppe Muss dir deine Arbeit machen Der Leichnam Geht ja Wenn er klickt Shadowfly Wie gesagt Daran habe ich gerade gemerkt Dass noch ein Mod da sein muss Das war eine Nachricht Zur Freigabe Schlafen noch alle gut Gehe jetzt ins Bett Bin sehr müde Da stand diese Nachricht Muss freigegeben werden Keine Ahnung Die wollte ich freigeben Und in dem Moment War sie schon freigegeben Dann habe ich gesehen Dass ein Mod noch da sein muss Ich bin mal kurz afgabend Da schließe ich mich mal direkt an Ich laufe als Geist Im Haus rum Wenn er wieder da ist Gehe ich mal pipi machen Ich gucke mal Ob ich ihn noch irgendwo finde Also der Geist nicht don War da gerade wieder ein Bug Hier die Tür da Da hat er gerade die Tür zugemacht Nein er hat das ganze Ding Ist auch verpackt Nein das Waschbecken Ist doch so geil Da hinten das Waschbecken Und das ist wohl Abschütteln mit dem Herd Ne Der auf der Seite liegt Also Den Monteur Dem würde ich ja So was von Ja und nun Ja suchen Ich bin doch schon dabei Ich laufe gerade als Geist rum und suche Ich laufe jetzt wieder hoch Ich bin oben Ich bin oben Ich bin unten Ah da ist er Da ist irgendwo eine Glühbirge durchgebrannt Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr Nein Das Salz muss dann schwarz werden Wenn es Salz ist ja Ja Okay ist aber nicht Ja das steht vor der offenen Schwacktür Immer noch Ich mach mal zu Ne steht nicht mehr hier Kommt raus Kommt raus Ich hab jetzt das Räucherstäbchen Vielleicht zuletzt damit Werner servus So Also das Salz hat er nicht ausgelöst Salz nicht Hm Wie gesagt wir haben ja Wir haben ein Foto gemacht Das Tigerei hat alles gelöst Also Pfff Ja ja aber eventuell falsche Reihenfolge ne Ne das ist wurscht Ich hab jetzt das Räucherstäbchen in der Hand Mach mal die hintere Türe auf Geh mal zum Klettergerüst Ich komm weg Wenn ich jetzt hochgehe sterbe ich Schon irgendwie Wenn er hier die Frag Habt ihr auch so Fragmente da drin Jetzt das bildet sich so Also wenn es jetzt nicht hätte Wer wäre es Bei mir Er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Er kommt Im Flur Im Flur Im Flur Er geht zur Haustür Er geht zur Haustür Äh Wo ist er hin Der hoch Die Treppen hoch Mir entgegen Aber ich hab Der ist hinter dir Hinter dir Hinter dir Hinter dir Lauf 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 Hinter dir Hinter dir Und das Räucherstäbchen hat ihnen auch nichts gemacht Er ist weg Nee da ist wieder Jetzt kommt er wieder zum Truck gelaufen Okay Das ist so ein Verbogener Der seinen Rücken nach hinten gebogen hat Jetzt steht er gerade Ja wie gesagt Revenant ist es auf keinen Fall Ja können wir ja jetzt Wir können es wirklich nur noch mit der Bibel versuchen jetzt Ja oder geht ein paar Sachen klauen Guckt aber aus dem Poltergeist Viel Spaß Und frohes tippen Wieso tippen 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 Das sind ja auch sehr böse Wörter Die Janine geschrieben hat Der ist vor der Tür Ich will wieder in den Lurk zurück Bewerbung Bewerbung schreiben Ich denke du hast Ich steck mich wieder am Arbeiten Bei mir steht er immer noch an der Tür An der Truck Ich mache einen Schritt zur Tür Und es fängt an zu Jetzt ist er weg Ja Ich steig gerade die ganze Zeit vor der Truck Tür Bei mir Maria Ich schütze mich Du weißt aber Jetzt haben wir einen Neutrino Gun und Tiger Eilen oder? Ja Meine Ja Ich habe bei mir noch eine Aufgabe eben stehen gehabt Warte wo das war beim Revenant Destroy the haunt of the cursed object with the Neutrino Gun The letter emits the powerful OCC value Also Revenant kann es nicht sein Weil ein Revenant läuft niemals aufrecht Der ist immer am Griechen Also alle Geister können Griechen Aber nur der Revenant wird niemals aufrecht gehen Mal gucken Was Was ist denn hier nicht schnitt und nagelfest Ich glaube nicht mal die Also es kann Ich denke mal Oh das klang auch gut Das war Voice in the house Ja Ich habe die Gießkanne in die Hand genommen Und dann kam es Okay Voice in the house War das eine Voice? Ja Und da denke ich mal Das ein Poltergeist ist Weil das sauer ist Dass du seine Gießkanne genommen hast Alter habe ich mich erschreckt Audio proof Voice in the house Und da habe ich jetzt was anderes da stehen Ja aber Neutrino Gun Instant Kamera Und Bibel Jetzt habe ich auch einen anderen Text da stehen Jetzt habe ich die Bibel mit dabei stehen Ja Naja dann Leg los Ihr zwei Hübschen Ah Und man muss es mehrmals Recite the exorcism of the exorcism book without interruption several times Also mehrere Male Man muss es nur einmal vorlesen Und wie gesagt Das funktioniert nur wenn du das Buch wieder zumachst Man müsste es irgendwo anders Du musst lesen Nimm es mal in der Hand Jetzt machst du mit rechtsklick auf oder linksklick Ja und dann Und dann liest du Und wenn du das Dann musst du es wieder zumachen Und wieder aufmachen Damit das funktioniert Beim zweiten Mal lesen Ich lasse aber Google-Würste zuvor lesen Ja Wie du willst Hauptsache du was auf und schreibst Ah da wäre ich gerne dabei Warte ich kann mal ganz schnell Pipi machen Das drückt gerade Eine Minute ja Ich glaube so wird wieder Bis dahin sind die tot Ich nehme dein Auto Kann ich das auch bei meiner Alexa vorlesen lassen Mach doch schon mal einen Test Der Anfang hört sich ja absolut christlich an Ja Spanisch Als ob ein Spanisch sprechender Mensch Englisch übersetzt Aber der Rest hört sich gut an Ja Müsstest bloß noch ein bisschen lauter machen Ich verstehe dich kaum Mich lauter oder Ne das Handy Das Handy geht nicht lauter Leider Und näher ans Mikro Ja das kann ich auch machen Wir sind live auf Sendung oder wie Ah ok Warte ich mach die Tür zu So Ihr Ferkel Was macht denn hier schon wieder Nichts Nichts Ich sitze hier auf dem Beifahrersitz Naja Voll dran Die Frage ist Muss ich dazu nur ins Haus rein oder in den Raum Ins Haus rein reicht Aber noch besser ist natürlich Du siehst den Geist Ja klar So wieder da wieder da Okay So dann machen wir mal ein IT-Sessel-Fritzer Das ist wechselnd Ich habe überhaupt nicht mehr funktioniert Ja das ist immer schade Callboy oder wie geht die Ich sauge nochmal einen Schritt vor Da kommt er Da kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kriecht er duckt Hey, was die Tür zugemacht hat. Doch nicht offen. Er ist auch offen. Er steht an der Tür. Der ist wohl nicht gut zu sprechen. Nochmal, nochmal, nochmal. Ja, mach gleich nochmal. You who haunt this place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. That's the will of God. Das klang gut jetzt. Wollte ich gerade sagen, er ist gerade verschwunden. Was war da? Pling, ich habe keine Wolke gesehen. Ich habe auch nur dieses dumpfe Dong gehört. Dann lass uns nochmal versuchen, oder? Nimm das OCC-Ding und guck nach. Oder Nettin, nimm du mal dieses OCC-Ding. Welches ist denn das? Ja, äh, ja. Was mit der Temperatur, ne? Das hier? Ne. Sag nochmal was du hierherst. Das hier, da. Ne, das ist hier. You who haunt this place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Na, kommt da. Kommt da. Kommt da. Nein. Ab, ab, ab. Blubble. Jetzt liegt da die Leiche im Weg, ich glaube es nicht. Ne, er ist weg, er ist nicht mehr hinter dir. Doch, ich höre es doch noch pumpen, als ich mehr. Oh, CC20. Ah, guck, wenn der Geist da ist, geht das Ding hoch. Okay, also, das hat auch nicht funktioniert. Ich würde jetzt mal vorschlagen, ihr drückt auf den Knopf und wir machen hier los, weil das hier jeder was anderes drin gestehen hat. Was haben wir denn noch nicht probiert? Wir haben Räucherstädtchen, wir haben Salz, wir haben alles ausprobiert. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Hope to do that. Jetzt steht er hier draußen, ja. Und das zuckt ihn überhaupt nicht, was du hier vorliest. Hässlich ist er. Oh, jetzt! Was war das für ein Schrei jetzt schon wieder? Oh, der ist bloß abgehalten. Der steht immer noch am Auto und Punkt dagegen. Ich würde sagen, wir gehen, oder? Ja, drück auf den Knopf, lass es abhalten. Hat jeder was drin stehen? Ich will immer J drücken, Escape muss ich drücken. Warte mal, Gott. Also ich habe Poltergeist dritten stehen. Ja, aber ich auch. Aber für Poltergeist, ich würde eher Demon, weil der so aggressiv. Nicht hier so was drin stehen. Demon can launch, Empedded Death and the Launcher is the best way to infinity him. Ich nehme einfach mal Demon. Ist eh scheißegal. Ich hab... Kann ich losfahren? Oh, jo. Ich steh draußen. Ich armer Geist. Ich bin hier in der Wüste gelassen. Du bist tot, du passt ins Haus rein. War Poltergeist. Ich habe gerade, wo du es gesagt hast, auch auf Dämon gewechselt. Die ganze Zeit habe ich Poltergeist da drin stehen. Neee. Egal. Kimi werden sowieso nicht gekriegt. Krieg ihr nix, ne? Looky look machen. Ach, Manu. Nicht drücken, nicht drücken. Ich habe... Jetzt könnt ihr drücken. Ja, Level 1. Ich bin ehrlich, ich habe es auf Poltergeist stehen lassen. Ich habe 75 Dollar gekriegt. Ja, nice. Das war ganz komisch jetzt. Muss ich ehrlich sagen. Jeder hat was anderes drin stehen gehabt und nichts hat funktioniert. Das kann man mit der Kamera sehen, ne? Nee. Ah. Ah, genau so geht es. Ah. Obwohl wir eine zweite haben, keine Schaden. Denkst du, ich finde jetzt wieder das Auto? Ach, hier sind die Sätze. Ah, okay. Test, warte mal. Test Audio, Red Button, work. Oh, so. Mal gucken, ob mein Ding hier überhaupt funktioniert hat. Ich glaube nicht, mein Audio funktioniert in-game gar nicht, wa? Kannst du testen über Escape. Test the reception of your microphone. If nothing displays, check that your microphone is functioned and click the reset button. Test the reception. Oh, good. Da scheint es aber zu gehen. Da geht es auch in-game. Wo sehe ich denn, welche Einstellung für Push-to-Talk ist? Nicht, dass das bei mir eine andere Taste ist. Netti, kommst du? Ja. Schnapp dir irgendwas, nimmst du mit. Schrotflinte oder irgendwas. So, ich stehe schon mal im Auto. Ich gehe kurz einen rauchen. So, wir drücken dann aufs Knäppchen. Ja. Ach, da geht's raus. Ich habe keine Schrotflinte gefunden. Nein, 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 nein. Im Discount bei mir ist ein Screenshot. Genau, genau. Habe ich eben schon gesehen. So, wir kommen in Belgien. Aber es scheint bei mir nicht zu funktionieren. Wie Belgien. Hast du jetzt eine andere Karte genommen? Jo. Ich habe mal hier unten liegt ein Okkult-Sniefer. Jimmy, guck mal hier unten. Habe ich gerade angefangen, mich an die Map zu gewöhnen. Wo ist es? Draußen, oder? Ja, ja, vor der Tür. Der ist sehr hilfreich. Schön, danke schön. Ich gehe mal nicht machen. Alpha sagt, teste B. Ach, passiert bei mir mal nix. Ja, super. Wie groß ist das Ding jetzt hier? Wo ist der Eingang? Ja, immer dahin, wo das Scheinwerfer zählt wird. Von dem Truck. Da ist eine Burg. Ich finde sie nie wieder den Weg raus, okay? Wo bist denn du jetzt nicht anmachen gegangen? Hä? Geh doch einfach mal den Scheinwerfer nach, wo der Truck hinzeigt. Da komme ich in eine Burg hier rein, ja? Und da hat jemand Licht angemacht. So, mal gucken, ja. Bist du da, Jimmy? Ja, bei dem Scheinwerfer, der hier jetzt leuchtet. Ach so, gut. Ach der bist du hier, ja? Ja, hier, ja? Durch das Sondersoß und sonst? Nö. Nö, aber es gibt zwei gleiche. Igel wollte sich nicht als Frau verkleiden. Was ist doch bei allen Games zu wissen? E-MF-4? Ja, das sagt doch. Oder es flackert. War schon wieder ein Netty dran. Ich seh ihn gar nicht. War eine weiße Wolke. War eine weiße Wolke. Das ist EMF weg. Okay. Also, EMF-4 erst mal eintragen. Ja, äh, 3, definitiv, 4 hat geblinkt. Na, 3 bis 4 ist ja. Das steht ja direkt da. So, ich gehe erst mal einen Truck zur Sicherheit. Ich bin auch wieder da. Hattest du das Ding hier lassen, jetzt, ja? EMF. Theoretisch, ja. Das müsste dann auch hinten ausgelöst haben. So, als nächstes der Netty-Scan und Temperatur. Ach, nee, das ist wieder das Schloss. Hehehe. Bist du schon wieder drin? Dann, nee, okay. Ich gehe jetzt rein, ja. Ja, ich bin hinter dir. Die Knarre ist gut, weil die, wie gesagt, die lädt sich selber wieder auf. Das sah übrigens aus wie Child, ne? Ich habe gar nichts gesehen. Nur, wo du das am Boden geschossen hast. War ziemlich klein. Wo war's denn? Hier, in der Ecke. Gleich. Hier, wo ich stehe, und hier war EMF-4. Hier. Hier, Igel. Ich habe hier noch nichts. Ja, ich habe ihn ja weggeballert. Da kannst du ja auch nichts kennen. Da liegt ein Hase. Wo ist nicht die? Da geht's in den Keller. Uh, nicht die. Die ist bei uns. Aber wo bist du? War ich die schon mal in dem Keller? Die wollte mich gerade verlaschen. Da, hat's wieder gepufft. Da! Nee, der läuft gebückt. Oh, 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 oh. Ist das ein Kind oder ist das was, was gebückt läuft? Wieder, 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 wieder. Läu, hinter dir. Ja, ist ein Kind. Nachthemd. Hatte, ist das ein Kind? Ja. Ja, ist ein Kind. War schon wieder. Also, wir sind jetzt am Schwackläufe. Die Prototypen in den Schwacklader. Ja, jetzt ist die Knüschbläufe, Alter. Jetzt müssen wir auch fahren. Wenn es wirklich entscheidet, ist es mal sehen, was wir als nächstes machen müssen. Filmen ist erledigt. Und OCC-Dingen hier ist erledigt. Äh, Salzkristall brauchen wir. Unbedingt. Da, kommt's jetzt von der anderen Seite? Hat zufällig die Schroldflinte überlebt? Nee, wa? Nein. Nee. Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Wo geht's hier raus? Zur Tür. Wo geht's hier? Wo geht's zum Auto? Oh, die kommt schon wieder angekrabbelt. Wer hat denn schon zwei Fotos gemacht? Hinter dir, Netti. Hinter dir, Netti. Ja, toll. Zwei waren dir das Ding gerettet. Ja, hier ist der Ausgang, ne? Igel. Ja, die... Das Ding ist, die kamen immer auf Richtung Ausgang. Oh, scheiße war das knapp. Ich war schon so gut wie tot. Schönes Dreischweißer. Danke, Netti, dass du mir den Arsch gerettet hattest. Das war ein Lächeln. Das war ein Dämon. Wir müssen... Also, eigentlich ist es ein Kind. Aber lachen tut nur ein Dämon. Voice in the house, ne? Hm, ja. Also, was jetzt eintragen? Ja, das werden wir schon noch rauskriegen. Ja, EMF 3 und 4 und Voice, ja? Ja. Das Piepsi-Ding zum Scannen, hat das schon einer? Ja, aber ich bin dabei. Wenn es mich nicht dauernd jagen würde. Da müsste das doch eigentlich sehr gut funktionieren. Was liegt hier auf dem Boden? Salz. Ne, da. Hier ist ein Kerzenleuchter oder so. Kerzenhalter. Ja, ein Armleuchter. Er sollt euch doch nicht beschimpfen. Tritt nicht, die Trügeratin. Das Licht weg. Ja, damit ihr Platz habt. Ja, das ist sehr helle. Meine Leiche, Finger weg. Ihr macht die doch bestimmt noch mal wütend, oder? Wir suchen sie, ja. Warst du schon mal in den Keller hier unten? Nö, da ist ein Sarg irgendwo unten. Da wollte ich nicht hin. Ich habe mit ihm hier hingelaufen. Aha. Jetzt tut nicht so, als wäre es absichtlich. Seid abgehauen und wusste nicht, wohin. Sind alle Kinder auch Dämonen? Ne, am Anfang wollte ich wirklich da runter. Weißt du, ich nur eins sage, das sind drei Särge. Vier Särge. Noch schlimmer. Wollen die auch noch? Ne, habe ich auch gerade als erstes versucht, auch dass ich dritt verstecken kann. Ne. Also wenn ihr jetzt von oben kommt, sind wir gearscht, ne? Zumindest einer von euch. Da kommt sie. Warum geht ihr auch da runter, wenn der Sportler auch immer auf? Ich verstehe euch nicht. Wer macht die Tür auf? Wer guckt nach? Hast du das Kruzifix-Ratter hingelegt? Das war, glaube ich, nett hier. Aber das ist kein Kruzifix aus dem Truck, ne? Ne, ne, das ist kein aktives. Jetzt ist sie zerbrochen, lol. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Jo, schnell zum Ausgang. Jo, jürgens. Ja, sie kommt. Mitkommt. Tschüss. Gute Nacht. Jimmy ist tot. Na dann, sie tut, dass sie zum Ausgang kommt. Wo ich die Tür zugehalten habe. Keine Ahnung. Ne, die ging auch auf die Tür. Und dann kam sie rein. Das habe ich direkt gedrückt. Ja, ja, aber ich habe eigentlich gegengedrückt. Weiß es nicht. Oh. Aber gut siehst du aus, wie du so an die Tür lebst. Wo bist du, Igel? Kommst du? Ja, ich versuche Richtung Ausgang zu kommen, aber sie steht hier irgendwo in der Nähe. Ich sehe dein Licht. Komm. Sie folgt mir. Jawoll, das Salz hat ausgelöst. Oh, Salz. Children. Wo geht's raus? Mal gucken. Wo geht's raus? Und als nächstes ist unser dein Ansage. Ach mein, warum? Jetzt sagst du vorlesen. Nö. Das hat so schön funktioniert bei dir. Weißt du, was für mir jetzt gerade bei Kins steht? Ja. Die Salz-Shotgun. Na, mit Salz? Egal, ob mit Shotgun oder nicht. Ja, wo ist denn die Knache? Ach so, ordne. Hier steht, use a salt crystal with a salt shotgun or by directly throwing it. Na ja, direkt draufwerfen oder hinlegen. Das geht auch. You who horned this place. Ah, or put it on the ground. Okay, okay, okay. Ich hab mich fertig vergessen. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Das Gänze wohl noch gleichzeitig. Das ist die Schlaue. Wohan. Links, 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 links. Ja, da, ja, okay. Hui. Also weiterlesen. Mach nochmal zu. Mach nochmal zu. Zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Ja. Ja. Zu. Buch auf und dann vorlesen. Genau. Und vorlesen, genau. You who horned this place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Gleich nochmal, los. Hoch zu. Hoch auf. Aber. Dann. B drücken, ne? Ja. You who horned this place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Ich stehe gleich vor dir, Don. Weiter, weiter, noch. Nochmal. Jetzt verfolgt sie, jetzt verfolgt sie. Igel, Igel. Hehehe. Also wir haben jetzt neun, neun P-9. Der Scan ist abgeschlossen. Oh, falsche weggeschmissen. Aha, 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 aha. Also müssen wir vorher noch mit der Instant-Kamera ein Foto machen. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ähm. Die liegt im Keller. Oh, oh, toll. Oh, hast du die mitgenommen? Ah, nice. Oh, du schlau, wie schlimm. Ja. Wir können sagen, die haben mich eben von Nettis Leiche mitgenommen, falls wir den auch brauchen. Und bin damit gestorben im Keller. Aber ihr könnt mal im Keller gucken, ob da noch ne zweite liegt. Ja, stimmt. Du hattest ja zwei, ne? Du hast ja eine mitgenommen. Wenn ich so weit rein, Egel, komm, die kommt doch hierher. Ich muss sie doch herlocken, oder nicht? Ja. Wo du die fotografierst, ist egal. Äh, wenn du stirbst, bin ich weg. Wisst ihr, hat sich nämlich wieder Text geändert, weil sich die Beweise hier geändert haben. Ja, ist immer gut, wenn du dort am Eingang stehst, weil dann weißt du, in welche Richtung sie läuft. Hier weißt du nie, von welcher Seite sie kommt. Äh, warte mal, nenn ich... Bei mir steht da Tiger-Ei. Child. Salz, Tigerauge, Exorzismus. Bei mir steht Salz, Kamera und... Uh. Das ist, äh... Frage, ist das noch Buggy? Ich hab ein Foto gemacht. Kommt sie? Ich hab doch schon ein Foto gemacht von ihr. Kommt sie, kommt sie, kommt sie, kommt sie, kommt sie, kommt. Wieder was? Ja, da wär sie aber, wenn du ein Foto gemacht hast von ihr, da wär sie ja explodiert in blau-rot. Also, wir müssen doch mal das Tiger-Ei hinlegen. Also, die Kamera ist jetzt fertig. Ich hab jetzt zweimal versprochen. Ah, ich weiß, wo sie ist. Leg mal das Tiger-Ei hin. Ja, ich kann nämlich nicht ein-ein-de-Wall. Sie spannt oben im Schlafzimmer. Es gibt Schlafzimmer. Wir haben trotzdem nicht hingehen. Also, das Salz hat funktioniert, ne? Ja, das Salz hat funktioniert. Was war das andere, was funktioniert hatte? Äh, die Kanone? Weiß ich jetzt nicht genau. Ob es Rot-Blau war? Aber Salz hat erstmal funktioniert. Das ist schon mal gut. Und jetzt schauen wir mal. Ob das Tiger-Ei noch? Tigerauge. Der Eye of the Tiger. Okay, ich versuch's aus dem Gut. Und dann sing ich. Ich werde angeflogen. Oh, da kommt Schachspiel angeflogen. Noch schlimmer. Da vorne läuft sie. Sie kommt. Geht da rein. Zugemacht. Zumachen, aufmachen, zumachen, aufmachen. Nochmal, Lays. Guck du sich die Wand an. Die ist noch da. Also, da tut sich nix mit dem Buch. Ja, mehrmals. Man muss es nur mehrmals. Mach nochmal zu. Aber die steht doch nicht mehr hier. Das gehört verschwunden. Du, die haunt this place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Musst du öfters machen. Lass dein Seel zurückkommen zur Erde. Lass dein Körper zurückkommen zur Erde. So be the will of God. Mach nochmal. Ich schieße ab, bevor sie zugekommen. This place, in the name of the Lord, I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of God. Oh, eine coole Lösung. Ja, wo ist sie denn? Ist egal, Lays weiter. Nochmal. Ja, ja. Ja, several times. Das heißt, einfach nur mehrmals. Wie oft genau. Ist auch eine Tür zugegangen. Hältst du, was du das? Hältst du wieder auf? Ich weiß ja, wo sie spawnt. Komm raus, schnell. Lauf, du kriegst ein Tiger. Tiger Auge hat ausgelöst. Tiger Auge hat ausgelöst. Ey, die ist jetzt fünfmal gespawnt. Ich habe die viermal abgeschossen. Das ist doch nicht normal. So, jetzt haben wir, was haben wir jetzt? Äh, Salz, Tiger. Salz. Was hat mir denn gesagt, dass es es ist? Warte, warte, warte. Ja, kind normalerweise, aber... Also, wir haben jetzt EMF 34, 9P 350 und boys in the house. Dann lese ich halt nochmal vor. Also, warte mal kurz, warte, 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 warte mal kurz. Bei mir steht Salz, Tiger Auge, Exorciusmus. Ich habe gar kein Tiger Auge hier zum Beispiel. Ich habe hier Salz, Instant Kamera, Buch und Neutrino Gang. Hat einer nochmal in den Keller geguckt, ob da noch eine Kamera, Instant Kamera liegt? Ich gehe nochmal. Ja, die von Jimmy liegt nach unten. Müsste ich ja dann hochtragen können, ne? Netti, bist du auch schon hier? Ne. Warte, hier ging gerade vor mir die Tür auf. Ich habe sie nicht aufgemacht. Verstehe ich nicht, dass wir jeder eine andere Anzeige haben. So ein Schnulli. Äh, wo geht's denn in den Keller? Hier ist ein Tottenetti. Hier, Mario, gut nachhert. Buch auf. Da ist noch eine Kamera. Sprünge mal hoch. Also ich habe sie da vorne laufen sehen. Ne, da kommt jetzt die Kamera angeflogen, okay. Dankeschön. Du und deine Blasemaschine sind bereit, ja? Ja, aber du musst das Foto ja machen erst mal, ne? Ich versuche es mit dem Foto, ja? Also immer schön Richtung Ausgang rennen und dann sagen, wann ich ballern soll, ne? Sie kommt, sie kommt. Ich lasse sie noch ein bisschen näher rankommen. Ja. Ja, weiße, weiße Rauchwolke, sie kommt hinter mir. Weiß? Doch, die ist immer noch da, die ist immer noch da. War aber definitiv eine Rauchwolke, als er Foto gemacht hat. Ja, aber weiße Wolke nur. Also das heißt, das falsche, falsche Exorzismus-Tor. Und was bleibt noch übrig? Wir haben doch nicht mehr. Doch, äh, Räucherstäbchen. Versuch mal Räucherstäbchen. Ob's bunt pufft. Ansonsten müssen wir ihm noch, müssen wir ihr noch so ein heiliges Wasser um die Ohren hauen. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Ich hab Räucherstäbchen an, aber die interessiert sich dafür gar nicht. Äh, ja, ich fahr dann mal los, ne? Die hat sich für das Räucherstäbchen null interessiert. Warte dann. Ach, ja. Jetzt ist es aus. Ich sag, du musst noch zu Ende rauchen, aber hat sie schon Ende geraucht. Äh, das Räucherstäbchen ist aber noch unverbraucht, ne? Ne, 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 das hat gerade gekweint, als ich getragen habe. Ich wollte sagen, du musst noch fertig rauchen. Okay, funktioniert nicht mehr. Ging's gerade aus. So, was fragt man hier rein? Ja, Kind. Das ist ja definitiv ein Kind, ne? Ja, ne, ja. Wie gesagt, ich hab ja Flash-Kamera, aber das war ja dann weiß, das heißt, das hat man schon gemacht. Dann, äh... Inselkamera war weiß. Ja, genau. Salz, das hat auf jeden Fall ausgelöst. Tiger-Auge hat ausgelöst, obwohl das bei mir gar nicht steht. Ein Verbrüfe, kompakt. Ich konnte es doch die Jungfrau hier versuchen. Ja, das steht aber nicht da. Ja, aktiviert einen Stick in dem Raum mit den Orbs. Ja, achso, mit dem Stick funktioniert natürlich nur in dem Raum, wo die ganzen vielen Orbs sind. Also, das kriegt ja nie ohne zu verbrechen. Ja, ja, steht da zumindest. Wenn du jetzt Kind anklickst, steht bei mir, Activate an Anniacin stick in the Anniacin room until it finishes. This room contains many Orbs visible by camera. Aber mir ist die Part-Child immer noch Salz, Zwerge-Ei und Exorzismus. Ja, das ist so... Das ist halt das, was verpackt ist, ne? Ja, das scheiße, wenn du... Ja, ich seh's ja bei dir. Bring Anniacin close to Tiger-Ei. Das hat ja auch ausgelöst. Tiger-Ei hat ja funktioniert. Ja, ja, Children. Ja. So, 25 hat's gegeben bei mir. Children. 9x13. Äh... GmfK2. Und wir hatten... Warte mal, Pictures. Zwei von drei waren richtig, was wir eingetragen hatten. Übermöchtet Evidence Found 3 von 3. Ja, bei mir sind ja zwei von drei und minus vier XP, weil wir wahrscheinlich das falsche eingetragen hatten. Du möchtest drei von drei. Ich hab drei von drei. Dann hast du irgendwas anderes gehabt. Ich hab zwei von drei. Ja, wahrscheinlich das Voice in the House, das hat wahrscheinlich nicht gestimmt. Das hatte ich aber auch eingetragen. Hatte ich auch eingetragen. Ich hatte nur Voice in the House, dieses 9L Nonne oder was es war. Und EMF 3-4. Mehr hab ich gar nicht eingetragen gehabt. Ja. Ja, das ist ja verbuggt ohne Ende hier. Ja, aber trotzdem macht's Spaß, oder? Ja, klar macht's Spaß, ja. Gut, wenn man früh tot ist, kann man ihn auch schließlich ärgern. Ja, ist halt los. Netti ist Level 1 und Chimmy noch Level 0. Ja, ich bin bei 99 von 116. Netti ist besser wie Chimmy. Ja. 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 Wann kommst du jetzt noch? Nee, die will fast bevor wir das spielen. Ja. Von mir aus. Wir sehen es denn alles auf Deutsch. Ja, das kommt ja hoffentlich. Weil das Spiel hier gibt's auf, was war es eben? Französisch und Spanisch. Französisch, Spanisch, Deutsch, genau. Nee, Englisch. Deutsch. Ja. Ja, alles gut. Da hoffe ich, dass du nix. Ich mein, ich kann mir das problematisch vorstellen mit der Spracherkennung halt, ne? Ey, was machst denn du? Fotografierst hier unter den Rock. Oh, das ist jetzt strafbar sogar, ne? Upskirting. Ja. Da muss ich ja jetzt meinen Spiegel vom Schuh abmachen. Ja, genau. Nee, ist doch schon seit einiger Zeit, dass das sogenannte Upskirting sogar mit Gefängnis bestraft werden kann. Ja, Igel, machst du fast bevor wir auch mit? Kann ich machen, wenn ihr wollt. Ja, das kann ich machen. Ich frage es, ob du es magst. Wenn ich da... Du darfst hier alles, bloß keine Beleidigungen von dir geben. Okay, dann bin ich mal raus. Bist du nett, ist so leise. Jetzt sind sie alle weg. So. Die Beta-Version spielen wir aber, oder? Ja. Ich bin Level 3, hieß ja sagenhaft. Hoffentlich verpackt das nicht wieder so wie neulich, Don, wo wir gespielt haben. Oh, Gott. Dann kann ich ja Jimmy's Stream auslosen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum Netty so leise ist. Wir haben auf Discord auf 70% gestellt. Don ist bei 200% und Igel ist bei 140%. Du hast mich immer leise gestellt. Jimmy macht Lobby? Yep. Der große Streamer macht immer die Lobby. Magisch? Oh doch, ich habe gerade noch 10 Leute auf Twitch dabei. So, dann wechseln wir mal auf Passmophobie. Ich will nur mal eins davon, oder so. Ähm, warte mal gerade, äh, Twitch die Beschreibung ändern, ne? Na, erstmal fass, bevor wir starten. Spiel, ey. Intenheim machen. Aber ganz langsam weiter. So. Äh, Twitch. Ach Gott, ich bin arm in dem Spiel, scheiße. Aber ich habe ein besseres Level als Netty. Äh, Stream-Info. Äh. Was muss hier? Ja. Noch ein paar Rötchen. Entspannen. Ähm. Ohren. Entspannen. So, alle da, oder, oder, oder fehlen jetzt ein? Ich brauche noch die Nummer. Für die Lobby. Ja, geht gleich. Fö. Die Nummer. Äh, unter 0-330-8, nein, wie geht das? 0-190. Nein, ja. Skandal im Sperrbezirk. Herrin Paula, Herrin Paula. Ähm, privates Spiel. Popieren. Ähm, ich... Biss bei euch die alle. Ähm. Audio-Test. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ah, gut. Funktioniert. Funktioniert. Oh, danach noch ein Rundes Scum. Möder, pff, nö. Ich glaube, du musst ganz von vorne anfangen. Und da müsstest du gar nicht auf welchem Server. Haben jetzt wieder alle die olle Jacke an? Sieht dann wieder alle drei gleich aus, wa? Ne, nur die zwei, okay. Apropos, ah, 4.800 habe ich noch. Jo, 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 jo. Ich habe noch 227. Ja, 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 ja. Macht der Don wieder alles rein. Ja, wenn ich nicht sterben muss, gerne. Kein Problem. Ja, ähm. Wir machen eine neue Lobby auf. Weil? Ich habe zur Auswahl Prison und Highschool. Okay. Oder wir machen direkt am Anfang Highschool. Genau, würde ich sagen. Lass uns doch mal eine Highschool machen. Aber dann wieder nur auf fortgeschritten. Jawohl. Ich mache auch alles rein, was ich habe hier. Und ich habe viel. Ihr braucht nicht zu sponsern, wenn geht es auf meine Karte. Nehmt alles raus, was ihr habt. Ich mache mal zwei Teams. Ich gehe mit der Netti. Ein Thermometer. Ein EMF. Ja, ich muss Push-to-Talk jetzt reinmachen, so. Achso, muss ich jetzt auch Push-to-Talk machen? Achso, ja. Ich bin gleich wieder da. Ich gehe nur kurz die kleine Mitte. Ich kann nicht machen, wenn du willst, weil du nicht streamst. Ja, nee, wegen In-Game. Oh, ja, 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 ja. Dann reden wir In-Game über In-Game Boys. So, ich habe alles voll gemacht. Mehr habe ich nicht. Also, ich habe schon noch ein bisschen was. Ich habe nur bis 20 gekauft. Wer irgendwas reingetan hat, nehmt es wieder raus. Wer kann es nicht rein? Bewegungssensoren brauchen wir da nicht so viele, oder? Audiosensoren auch keine vier Stück. Nein. Die Parabol-Mikrofone. Hau wieder raus, du Scheiß. Das Stream-Hass. Achso, stimmt das. Ah, danke, Netti. Ah, eins. Und hier, Bewegungssensoren. Die Kategorie hatte ich noch vergessen. So, von jedem eins. So besser? So. Ja, die Grötel brauchen wir ja nie. Ich habe noch nie die Parabol-Mikrofone-Schleiß-Nix-Termusen. Ah, schlecht sind die nicht, ne? Du hörst halt, wo er ist. Ist ähnlich wie mit diesem OCC hier im... Hm. Äh, Jimmy, ich habe das Game schon bei dir geändert. Ja, das ist alles, was ich vergessen hatte gerade. Und die, und die, und die, äh, äh, was wirklich gut ist, sind die Audiosensoren, ne? Weil du siehst genau, wo der sich bewegt auf der Karte eben gerade. Ja, so ein Radius, ne? Von 5,5 Meter oder sowas, ne? Ja, das ist wirklich gut, sie hat das bedrückt, ne? Aber wir müssen... Ja, du musst bereit machen. Ja. Ist jetzt nicht wieder zu laut. Ich wollte lieber noch ein bisschen quatschen. Also, ich gehe mit niemandem in den Spind. Särge. Warum? Ja, nächstes... Ja, nächstes... Warst du noch nicht auf den Spind, oder was? Oder warum? Äh, nein. Wir haben doch gest... Gestern... ... haben wir doch gespielt. Da bin ich doch geschahen. Wir beide waren noch im Spind. Schon vergessen? Ja, das lag daran, weil ich meine Tür zugehalten habe, und du hast deine nicht zugehalten. Was sagen, musst du Tür wieder zumachen. Aber Netti, ich war doch nicht mit dir im Spind, also können wir das mal versuchen. Ihr wart schon zusammen im Waschrahmen, da könnt ihr auch zusammen im Spind gehen. Ja, probieren wir mal. So. Jetzt ist der Ton auch besser, ne? Sehen wir mal, die anderen zu laut, Netti, zu leise. Bei mir dauert es noch ein bisschen. Ja, ja. Ich hab auch noch ein paar Defendplatte, ja. Wir wissen ja schon mal... Hab ich auch! Wir wissen ja schon mal, wo der Sicherheitskasten ist. Ich bin auch schon bei 20 Prozent. Also, ich schau'n uns wieder unter dem Treppenhaus, ne? Jo. Rechte Seite, ne? Also rein rechts. Jo, jo, jo. Achso, funktioniert dann in-game? So, Igel, wir zwei... Du hast das Zeit? Ja, Netti, ja! Warte mal, ich muss euch alle leiser machen, in-game. Boah. Ich fahr näher ans Mikro drinnen, jetzt nicht mehr. Hallo, alles gut? Ich hab euch mal auf 60 Prozent gelacht, alter Schwede, die hab jetzt die Ohren mal weggebrüllt. Kannst du mich hören? Ja. 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 Netti, nimmst du EMF oder nimmst du Temperatur? Was nimmst du nicht mit dem Don? Äh, nimmst du dir Voice, Voice Box bitte? Und Fingerabdrücke. Okay. Und, warte, und dann tauschen wir uns die Kopfkamera, und dann tauschen wir mal, dann nimmst du EMF, und ich Thermometer. Du weißt, ich hab Fingerabdrücke, ähm, das Box und die Kamera, ähm, und Licht. Ja, schmeiß mal, schmeiß mal, schmeiß mal, schmeiß mal dein, äh, Fingerabdruck-Licht hin. Wo ist es? Da, oder? So, da haben wir jetzt zwei Aktive, du hast das EMF, und ich hab das Thermometer. Gehen wir rechts oder links? Wir gehen rechts. Okay, ich bin nett hier links. Netti, ganz ist der Thermometer, ne? Wollen wir von direkt nach rechts rennen? Ja. Ja. Weil, ach, ist ja jetzt die Sicherung nicht raus. Ich hatte gefragt, ob der Rest direkt reinlaufen. Äh, so ist besser. Ja, jetzt wär ruhig. Also, sollen auch, wenn wir sagen, ... Ciao. 네. Also, ich war für ein paar Bezoscheidechen. Der erste mag uns Wieso? Die Gradzahl, die spinnt so was von hier draußen 19 Grad, 17 Grad, 22. Ja, ist ja egal, erst wenn es unter 10 ist, kann man den Geister haben. Bist du hier? Weiß ich. Du findest hier keinen Wanderrucksack? Vielleicht ein Reacherbrett. Naja, die großen Mäps sind aus dem Start, was ich trotz. fifth La 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 la. La 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 la. Ist jemand da? Nö. Alter, so ruhig. Mir kommt zuvor, als ob man jetzt deutlich schneller hängt. Nö. Also das ist auf jeden Fall schneller, als das Gekrieche früher. Türen wollen wir hochgehen? Das sind noch ein paar Türen. Ah, ok. Da, wenn wir jetzt zurückgehen und dann links Richtung Haupteingang, Richtung Treppe. Ja, also kommen wir eh jetzt. Wenn wir zur Treppe gehen, kommen wir eh da vorbei. Ich mach da im Flur mal das Licht wieder aus. Sollt ihr schon hochgelaufen? Nein, noch nicht. Wir sind jetzt gleich auf dem Weg. Da war ne Tür. Da war ne Tür. Mhm. Und wir waren noch nicht in der Spasshalde, ne? Ja, ignorier dich einfach. Da war wieder ne Tür, oder? Ja. Das waren wir. Aber ich. Sorry. Da war ne Tür dann zur Treppe hinten. Guck mal hoch. Hui. Ich fliege. So schnell kann man hier rin. Hui. Hm. Kommt nicht schneller. Jetzt übertrappst du aber ein bisschen. Kommt nicht schneller vor als früher. Also ich finde das einen massiven Unterschied. Wir sind jetzt oben. Das ist fast so schnell wie drüben bei Hunters. Also nicht ganz so schnell. Tschö. Ja, da wir keine Fußabdrücke hören, können wir uns erst mal befeucht hier zurückziehen. Ja, das bringt nichts. Es wäre lustig, wenn das genau der Raum ist. Was gibt dir noch? Negativ. Ja, sicher. Jetzt kann ich nicht funkeln. Das muss aber ziemlich nah gewesen sein, weil... Es hätte ja sein können, weil gerade die Hand eigentlich gehört hat. Ich habe nicht mal Fußabdrücke gehört, Nanti. Äh, Fußabdrücke gehört, genau. Ja, aber die Tür habe ich ein paar Mal gehört. Telefon. 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 Tür habe ich zum Beispiel gar nicht gehört, okay? Hier ist die Tür offen, das sieht schon mal gut aus, ja. Seid ihr oben? Ja, auf unserer Seite. Da habe ich gerade ein Licht gesehen, genau. Aber ich komme, wir kommen rüber. Ja. Ja. Ja, die kommst du mir? Ja. Ich folge dir unerfällig. Warte mal kurz, ich gucke mal nach Fingerabdrücken. Ne. Seid ihr Treppe rauf und links oder Treppe rauf und rechts? Na, Treppe rauf und den Langgang. Also nicht Richtung Mitte, sondern auf die andere Seite. Ja, das haben wir euch. Wir haben euch. Ja. Hier ist auch noch eine Tür offen. Guck mal, guck mal, hier ist noch eine offen. Bist du hier? Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Lass das Telefon klingeln. Mach das Licht an. 13, 16. Wo bist du? Oh. Ich habe fast fallen gehört. Bist du hier? Im Halbbüsto. Bist auch auf. Bist auch auf. Ja. Bist du hier? Ach, das nett ich schon. Nett, hast du vor der Tür aufgemacht? Ja. Ah, kein Sachter. Da machen wir jetzt wieder zu, oder? Muss ja irgendwo hier sein. Aber kalt hat noch keiner gefunden, nein? Nein. Aber es könnte auch sein, dass die Sicherung raus ist, weil es hier allgemein gerade runter geht. Igel, wir gucken noch mal runter, schlapp die Sicherung raus. Hast du das auch gehört? Guck mal, ob das Licht angeht. Da hat es zwei Türen gehört. Zweimal habe ich eine Tür gehört, ja. Komm, hier lang. Hier im Raum steht er. Nimm mir vier. Netti, du oder ich? Ich wollte gerade sagen, Netti, du oder ich? Okay, wir haben den Raum. Netti, Isar wird zugelaufen. Dankeschön. Dankeschön. Wo ist der Raum? Der ist oben. Wo ist der Raum? Ich schmeiß eine Taschenlampe davor, Moment. Wo wir eben waren, von der Treppe, äh, Treppe, äh, rechts, Moment, hier ist die Treppe, ne? Treppe, wot, 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 wot. Ja, aber in. Lauf, Jimmy. Also, die linke Treppe, ne? Nicht die, wo wir waren, oder? Doch, euch Seite. Hä? Ihr seid ja weggegangen, und wir sind da geblieben. Also, da hinten, in dem hinteren Bereich, also. Ja. Ich habe vor die Tür aufrechte Taschenlampe hingestellt, jetzt. Aber die Gradzahl ist gleich geblieben. Also, er ist in der Ecke gespawnt, den Menschen dahin gelaufen, haben wir eben mehr vier gehabt, hab ich doch gesagt, hier ist der Raum, und drei Sekunden später war die nächste Hand, und du warst tot, weil er vor der Tür gespawnt ist. Ja. Bist genau richtig. In Raum? Hier drin, hier, da ist, hier drin ist Nettie gestorben. Und da hinten, hier im Eck, habe ich eben MR5 gehabt. Bist du hier? Wo bist du? Rechts, lockere 16 Grad, also, das muss nicht der Raum sein. Dorn, der ist hinter dir. Ja, zu spät. Ist ein anderer Raum, nicht mehr. Es ist ein Revenant, weil der war schneller wie ich. Oh, die Lecken dralala. Übrigens, ich wollte nicht sterben, weil ich alles reingetan hatte. Achso, Entschuldigung. Ja, aber ich kann nicht dafür jetzt. Ja, ich wollte mich nur... Ich kann nicht drüben, Nettie. Trotzdem. Äh, das ist der Raum daneben, Jimmy. Er ist ja eben in, ist ja eben in dem Raum. Ja, das ist der Raum daneben. Ich gehe mal eine Kamera holen. Da, wo Don's Leiche liegt, das ist der Raum. An Don's Leiche habe ich eben F2. Im ganzen Raum habe ich gar nichts. Gefriertemperatur, Gefriertemperatur. Dann ist es auf dem Flur. Wo Gefrier? Hier, in dem Raum. Stimmt, hier, in dem Raum. Wo Don's Leiche da vorliegt. Okay, minus 7. Ja, du hast 0%, ne? Genauso wie ich. Gebrauchten Bewegungssensor in der Kerze und ein Foto. Immer der rauschenden Box hinterher. Ich habe mal die Box vor die Tür geschmissen. Treppe rauf. Rechts. Ne, links. Der grüne Kasten war Bewegungssensor, ne? Ach, drückt. Ne, der mit dem roten Punkt. Muss meine Taschlampe nicht mehr ausmachen? Nein. Nein, 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 nein. Man kann sich sogar verstecken jetzt. Es gibt sogar eine ganz neue Map, die basiert darauf, dass man sich vor ihm versteckt. Mit der Waschmaschine in den Ecken. Ne, wir haben nur Gefriertemperatur. Ne, am F4 hatte ich gehabt. Okay. Das habe ich leider hier nicht zur Auswahl. Äh, ne, ja, ne. Er macht Türen auf. Ich bin jetzt auch im Truck. Ich würde gerade fast tun. Ich habe es da reinstellen. Moment, das war jetzt rechte Seite, Treppe hoch. Ja. Links rum, dann muss ich... Da gibt es keine Cam, die in die Richtung gucken, verdammt. Und dann ein paar Meter hin. Ne, ich gucke an die Kamera, aber es gibt keine Kamera, die in die Richtung guckt, ne? Das ist nur die gelbe unten rechts, aber die zeigt in die falsche Richtung, ja. Ja, die habe ich doch gerade gehabt. Gerade. Ich glaube, hast du gefuttert? Einmal oder zweimal? Einer. Da wird schon eine fehlt, okay. Also, zwei jetzt. Ja, den habe ich ja genommen. Ja, es sind aber nur noch zwei da. Wenn du eine genommen hast, müssten nur noch drei da sein. Das meine ich halt. Ah, ne, da hinten liegt eine. Okay. Also, Treppen hoch und dann links, ne? Ja, auf der Mitte ungefähr. Folge dem Rauschen der Geisterbox. Da liegt er noch ganz leicht vor der Tür. In dem Raum ist er. Äh, ist mir aber wie gesagt ein Rätsel. Das hatten wir ja alles, das haben wir ja alles schon abgescannt gehabt, ne? Und da haben wir ja wirklich lang genug drinnen gestanden. Und da konnte ich auch keine, hatte ich auch keine Chance abzuhalten, weil ich bin genau in die Richtung gerannt. Ja, aber eben ist er halt in dem anderen Raum gespawnt. Einmal hinten in der Ecke, da habe ich dann das EMF lokalisiert. Und dann direkt vor der Tür, als wir raus wollten, hat Netti sich schon geoffert. Foto fehlt noch und Bewegungssensor. Bewegungssensor, habe ich keine dabei. Doch, in meiner Leiche. Da muss dann ein Bewegungssensor sein. Du liegst in wo? Das ist auch ein Bewegungssensor, oder? Ein Foto. Da hat bestimmt kein Foto von dir heißt. Erst mal feststellen, was es ist. Nimm ein Buch mit. Also, die Gruppe, wenn du es auch spielst, dann hast du ein bisschen was. Wohlpuls bei 102, was ist kaputt. Zu wenig Sport, zu viel Alkohol und Zigaretten. Das ist kaputt, Lukas. Wenn ich aufs Klo renne, Treppen rauf, habe ich nur 120 bis 130. Egel, nehmen wir noch eine Pille. Netti, wo liegst du? Weiter geradeaus. Andere Seite. Du läufst gerade Richtung Dorn. Zwei oder drei Räume weiter. Falsche Richtung, Andere. Da hinten rechts irgendwo. Ein oder zwei Räume weiter. Der letzte Raum. Und Egel, du musst noch eine Pille nehmen. Der Raum. Bist du hier? Okay. Arschloch. Wow. Wow, der steht direkt vor mir. Bist du hier? Hast du Foto gemacht? Box. Wir haben Box. Ich frage dir, wo bist du? Kommt erst mal. Und dann zeigt er sich mir. Und dann sagt er mir behind. Obwohl er vor mir stand. Arschloch. Gespenst, Mario oder Dämon. Ich habe ein Buch am Tisch gelegt. Und eine Kamera aufgestellt. Ich habe Knochenflückerfoto mitgenommen. Bewegungssensor erledigt. Wir brauchen nur noch Foto. Knochen? Geil. Weg da. Hand. Hand. Ja, ich sage ja. Igel, du musst rauskommen. Du brauchst eine Pille. Sonst handelt er noch mal so. 15%. Ich habe mich schon zwei genommen, ja. Da habe ich gerade voll angehaucht. Da habe ich runtergedroppt. Ja. Aber wie gesagt, Igel ist gleich wieder auf Null. Deswegen handelt er ja auch die ganze Zeit. Ich bin ja schon auf dem Weg raus. Jo, sehe ich. Habt ihr die Tabelle? Könnt ihr mir sagen? Gespenst, Mario, Dämon, was wir brauchen? Für Dämon brauchen wir Pumpt. Für Mare brauchen wir Obst. Und für Gespenst, wo wir Fingerabdrucklampe liegt bei meiner Leiche. Buch, ob, Finger. Okay. Habe ich die Kamera ja mal gut dahingestellt, wa? Ja, direkt in der Nettie drinnen. Ja. Hä? Du siehst Nettie nicht. Ach, er ist bei ihr gespawnt, oder was? Nö, Nettie steht dort direkt vor dem Urb. Ach so. Ja, der eine ist davon, der andere ist auch rechts davon. Mare. Was war mit Mare? Warte, was ist der fotografiert? Toter Körper am Knochen. War der Knochen auch direkt da? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, der Knochen lag auch im Zimmer. Mare, erhöhte Chance anzugreifen. Dunkel. Und hat ein Belichter an. Ist eher gering. Ist die Frage. Nochmal rein, um ein Foto vom Geist zu machen. Für 10 Dollar. Oder abfahren. 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 Ah, da hat schon genug verloren, ne? Ja. Wie gesagt, kann ich auch abnehmen. Ich habe gesagt, lass dich das Parabolzeug da raus. Hab ich doch. Ja, hier ist doch einer hier. Wir haben doch nur einen Bewegungsmelder und einen Paraboler mit. Das geht schon. Bewegungsmelder ist viel teurer. Woher kann ich Eagles Kopf drin kochen in dem Ding? Hat er ihn eingetragen? Ja, ja. 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 Abwart. Die Kopfkamera ist irgendwie teurer. Die Kopfkamera ist irgendwie teurer. Ja, das geht durch den Knochen. Ja, 150 Dollar jetzt. Aber es war ja meine Wahl, ne? Zwei Mal. Ja. Zeit im Gastraum, eine Minute elf bei 25 Minuten, okay. Oh, ich habe die Versuchung gekriegt. 460. Ja, ja, immerhin. Ja, ich habe ein Foto gemacht von dir. Mach mal jetzt eine neue Lobby. Ich habe Prison und High School. Warum willst du nochmal durch die High School rennen? Oder durch Prison? Äh, Prison mag ich nicht. High School wäre mir egal. Ja, oder halt eine neue Lobby und ein paar Runden in Anführungszeichen gewinnen. Ja, wie du willst. Ja, aber eine High School am Abend sage ich ja immer nicht nein zu, aber direkt zwei hintereinander. Ja, ich würde dann jetzt eher dazu tendieren, eine neue Lobby zu öffnen und euch den Code nochmal schnell drüber zu schicken. Dann machen wir eine neue Lobby. Hä, wieso sind meine ganzen Räucherstäbchen weg? Ich hatte 20 Stück, die habe ich doch nicht reingetan. Was? Ja. Waren alle weg. Wohl viel mehr Geld, wie ich vorher hatte. Hm, weil wir jetzt vielleicht haben so Rückanschreitungen gemacht. Äh. Äh. Dann. Code habe ich rüber geschickt. Erstmal gucken, warte mal, erstmal gucken. Nein, nicht beitreten. Zu spät. Jetzt habe ich Asylum und High School. Aber was geht denn mit der Karte jetzt? Haben die was geändert? Ah, jetzt habe ich hier, zumindest Willow Street und die beiden Farmhäuser dabei. Oh, wir haben ja nur ein paar Runden spielen. So, jetzt haben wir die Willow Street wenigstens. Nein, Mr. Nice Guy. Das ist jetzt zum Beispiel eine, hier gibt es keine Spindel zum drin verstecken. Hier gibt es immer ganz viele Hiding-Spots hinterm Sofa, hinter der Waschmaschine, im Keller, hinter der Mülltonne, weiß ich was. Hier gibt es ein paar Safe-Spots, wenn man so will. Ah, guck mal, obwohl das jetzt sogar eine neue Lobby ist, sind die Lautstärke-Einstellungen immer noch drin. Hört man mich noch? Wir brauchen noch drei Kopfkameras. EMF-Räder fehlt noch. Und starke Taschenlampe. Ich habe noch nichts reingemacht. Was brauchen wir? Kopfkamera, habe ich noch eine. Starke Taschenlampe habe ich drei. Ich brauche mal. Hallo? EMF, Polo-Apparat fehlt noch. Polo-Apparat, Videokamera, mit Stativ, sonst noch was? Karmometer, braucht man nicht. Ja, ich habe schon, warte mal. Ich habe nicht mehr Kopfkameras, kann ich kaufen. Starke Taschenlampe reicht, ich habe noch zwei Kopfkameras, benutzt man eh nicht. Also die sind wirklich nicht sehr sinnvoll, die Kopfkameras. Ja, wenn man zu mehreren spielt, eventuell Sturm, wenn einer im Truck guckt. Ja, aber wir haben immer die Taschenlampe an, das heißt, jedes Mal, wenn du dort einschaltest, wirst du geblendet. Und es gibt neue Geister, zwei neue Geister. Am Anfang war es gut, wo du gestorben bist, konntest du noch weitergucken, aber das ist ja nur gefixt worden. Yokai und Hantu. Ob die Nix, soll alles überarbeitet werden. Neues Belohnungssystem, neues Geldsystem, Items, wann upgradbar werden. Ob die Taschenlampe irgendwie verbessern kann. Reichweite oder weiß ich was. Also so eine Art Prestigesystem, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, dass man sagt, ich opfere jetzt meine Erfahrungspunkte, kriege ich dafür so ein Prestigelvel. Und fangen wir bei Level Null an. Geister Events sollen überarbeitet werden. Soll vieles gemacht werden in der nächsten Zeit. Da hat er zwei Leute angestellt. Ein Programmierer und ein Artdesigner oder sowas. Salz, das kann man hin. Kann ich sagen, ob der Geister 1 bis in den Augen reagiert. Hedl Smith. Dann muss er gleich auf den Monitor gucken. Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Hat die Sicherung schon jemand reingemacht? Oder ist die schon gut gewesen? Ich hab die reingemacht. Ich laufe rein und gucke nach der Sicherung. Wo bist du? Da hinten hast du das Fotokamera, ne? Ja, wo ist er? Hier, auf dem Bett direkt. Mittig auf der Bettdecke. Bist du hier? Ich mach mal die Türen wieder zu, wo wir schon waren. Das wäre mit dem EMF im Keller. Ne, ich schaue mit der Box unten. Ähm, der hat gerade hier das Bild umgeworfen. EMF 3 am Bild. EMF 3 am Bild. Wir haben gefrierte Temperaturen. Keine Temperaturen. Bist du hier? Ja, bist du? Gefriert der Brot, okay. Das ist doch nicht viel. Ich habe den Link jetzt nicht. Es gibt Trello. Das ist ja so ein... Ja, was ist das? Ähm... Stundenplan-To-Do-Listen-Dingen-App. Also kann man sehen, was die Entwickler in Zukunft alles noch vorhaben. Dann hier, ja. Der ist nicht mehr so safe. Hier sollte es mal einen Safe-Spot geben. Er macht gerade die Tür auf. Vom Bad. Und das war gerade das Geister-Event. Und... Oh. Hier. Helen Smith. Schreib ins Buch. Da der Link. Da kann man gucken, was sie noch so auf der To-To-Liste stehen haben. Und da ist so gut wie alles überarbeitet. Hast du fast gelaufen? Ja. Erledigt. Genau. Oh. 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 So was wie eine To-Do-Liste. Das ist ein Krabbler. Das ist ein Krabbler. Das ist ein Krabbler. Das ist ein Krabbler. Alter, der hat mir die Tür zugemacht. Ich sehe es durch deine Kopfkamera. Buch. Da haben wir zwei Bücher. Ach da, okay. Habt ihr Buchhafte kopiert? J-Juray oder der... Nein, ich hab kein Futterapparat. Nein, negativ. Alter, der hat sich zu mit Tür gepackt. Ich weiß auch noch oft. Hast du zufällig Räucherstäbchen mit? Wo ist er? Glaub nicht, er versteckt sich gerade. Hm, ist gerade in die Garage gerannt. Jetzt kommt er wieder raus. Ich muss mal pickeln. Ich muss mal aufs Klo. Ähm, was haben wir? Wir haben... Buch. Nein, ich hatte keine Räucherstäbchen dabei. Und... Gefrier. Dämon, Juray. Dämon, Juray. Dämon oder Juray? Oh, jetzt war Interaktion. Sehr schön. Ja, für Dämon brauchen wir... Ähm... Orb, glaub ich. Ähm, Box... Für Dämon... Oder... Orb für Juray. Schon wieder Hand. Na komm, du Gnallgeist. Ah. Er will einer räuchern. Die Temperaturen. Geht? Oh, stand es nicht erledigt. Oh, die Hand ist vorbei, okay? Ja, kann ja auch nicht. Wenn man mit links und rechts versucht, das zu aktivieren, obwohl man es mit F aktivieren muss, ne? Ah. War noch im anderen Spiel. Ah. Aber ich habe nichts verloren. Ich habe nichts reingetragen. Okay. Ja, ich habe... Im letzten Moment fiel mir ein... Ich muss F drücken. Das ist immer blöd, ey. Friertemperaturen haben wir. Ja, das hat man schon drin gestehen. Wir haben Buchen und Friertemperaturen. Genau. Ach so. Wir brauchen Orbs und Fingerabdrücke. Schon wieder Hand. Die Tür ist schon wieder zu. Wie war das neue Game? Ja, bei mir liegen noch Räucherstäbchen... Ich glaube, ich muss noch ein paar Mal... Äh... ...spielen. Möchtest. Ziemlich viel gestorben. Aber interessant auf jeden Fall. Die Mechaniken. Ich werde mich mit sich heute auch noch mal machen. Hat aber so turnusmäßig. Seid da immer in der Zwischengarage und Bade. Ja, wo liegst du ein Dumbo, die Räucherstäbchen? Ich liege direkt am Eingang. Gleich vor der Haustür. Da wohl die Taschenlampe blinkert. Da wohl die Taschenlampe blinkert. Genau. Und da ist das Räucherstäbchen. Und jetzt fehlt noch das Feuerzeug. Das muss auch noch irgendwo rumkurbeln. Aber das sehe ich auch nicht. Schmeiß mal eins durch die Tür. Also der Geist ist gerade hier nirgendwo in der Gegend. Ja. Und denk dran F drücken. Siegel. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? EMF 1234. Gib uns ein Zeichen. Wo bist du? Achtung. Achtung. Der ist hier hinten. Kommt von hinten nach vorn. Renn, Jimmy, renn. Hab gezählt. Ich bin hinter der Waschmaschine. Das ist Igel. Ach so. Igel, versteck dich. Okay. Geht in die Garage. Garage, Waschmaschine. What the fuck? Weil ich jetzt gesagt habe, ich bin in der Garage. Hat er mich gehört. Und ich habe kein in-game Push-to-Talk gedrückt. Ich habe nur Push-to-Talk-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool-Tool. Und da hieß es immer, nein, man muss Push-to-Talk drücken, damit die einen hören. Ne, ne, ne. Ich saß da hinter der Waschmaschine, wo normalerweise nie gucken kommt. Und du hast gesagt, ich renne, Jimmy, renne. Ich sage, nein, ich bin hinter der Waschmaschine. Und da kam es straight auf mich zu und hat mich an der Waschmaschine gekillt. Ja, das ist auch kein Safe-Spot mehr, ne? Genau wie der Schrank in der Stufe. Nein, weil ich gesprochen habe. Ja. Also ich darf weder mit dem YouTube-Chat noch mit euch noch mit sonst irgendwem reden, wer hat der Hand. Das ist das, was ich schon immer gesagt habe. Alle immer, was heißt alle, aber viele sagen, ne, 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 man muss da Push-to-Talk drücken, damit der Geist einen hören kann. Man kann den ja auch so auch provozieren. Ne, das ist immer das, wenn wir hier über Discord reden und es ist ein Yo-Kai. Oder wenn ich mit dem Stream rede und es ist ein Yo-Kai. Hm. Da ging ja auch immer die Hand los dann, ne? Ne, anders nicht. Es ist schon Phasmophobia-like-Club. Also es ist nur bei der Box oder Orbs, ne? Ich bin gerade die ganze Zeit mit der Box rumgelaufen. Es hat immer nichts erkannt, nichts erkannt, nichts erkannt, nichts erkannt, nichts erkannt. Kann natürlich sein, dass er nicht auf mich reagiert. Aber ja gut. Also bei mir hat er auf die Box nichts. Ich bin da quer bis hinten durch zu den Räumen gerannt und weiß ich was. Also es ist schon Club ein bisschen wie Phasmophobia, aber hier müssen wir ja nur die Beweise sammeln und darauf ausmachen, was für ein Geist es ist. Bei Ghost Hunters Corp muss man den Geist am Verhalten und am Aussehen erkennen. Es gibt zum Beispiel den Kind, da weißt du recht, okay, es ist ein Kind. Don sagt, es gibt einen Revenant, der kriecht immer nur, der wird niemals auf zwei Beinen laufen oder die Geister kann an der Decke laufen, an der Wand stehen. Und aufgrund des Verhaltens musst du rauskriegen, was für ein Geist es ist. Dann hast du verschiedene Instrumente, wo du noch Beweise mit sammeln kannst, zum Beispiel auch ein Buch, auch so Messgeräte. Und aufgrund der gefundenen Hinweise gibt es dann einen speziellen Exorzismus-Ritus oder Sachen, die du machen musst. Du musst zum Beispiel dann den Geist mit Weinwasser beschweißen, Salz auf den Boden streuen, mit so einer Kanone beschießen. Was gibt es noch? Räucherstäbchen. Und dann hast du quasi nochmal mehr Bonus, weil man den Geist auch besiegen kann. Also ich fand das Ghost Hunters Corp auf jeden Fall vom Spielprinzip ganz gut. Wir haben uns vielleicht ein bisschen doof heute da angestellt. Man stirbt sehr, sehr schnell. Die Geister sind sehr, sehr aggressiv. War aber auf jeden Fall die 15 Euro, weiß ich nicht, ob sie jetzt schon wert waren. Das ist halt Early Access, ist noch sehr verbuggt. Wir haben teilweise verschiedene Anleitungen gehabt. Bei Don't stand was anderes in der Anleitung, als bei mir in der Anleitung stand, um den Geist zu besiegen. Aber ich hoffe auf jeden Fall, wir haben ein paar Rüttchen Spaß gemacht. Kostet 14,99 gerade. Vielleicht warten, bis es im Sale ist, wenn ihr das auch zocken wollt. Weil zur Zeit ist es halt noch relativ verbuggt. Aber das ist ein neues Spiel, das wir heute mal ausprobiert haben. Gestern rausgekommen. Alpha Wolf hat es gestern schon gemacht. Ich habe mal reingeschaut bei ihm und ins Stream und sagte, ja, 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 sieht doch ganz interessant aus. Weil ja samstags unsere Gruselrunde ist, haben wir dann gesagt, komm, machen wir das heute auch. Ja. Hat ein bisschen was von Kreuzung. Das hast du vor, wie ein Ghostbusters. So ungefähr, genau. Nur, du musst halt erstmal rauskriegen, womit du den Geist besiegen kannst, indem du die anderen Hinweise findest. Nach oben. Dann kann man nachher noch Bonusbelohnung sammeln. Da gibt es doch so Geräte, da kann man versteckte Gegenstände mitfinden und verfluchte Gegenstände mitfinden. Wenn man die noch einsammelt. Man kann also alles mitnehmen aus dem Haus. Und der Geist kommt aus dem Haus raus. Also du bist nicht safe, wenn du nicht im Haus bist. Hast du, äh, hast bei Fasmo auch gesagt, wegen Geldwert. Was wollen wir jetzt sagen? Ja, weiß ich, ja, hab ich bei Fasmo auch gesagt, ist es das Geldwert. Das spiele ich immer noch immer gerne. Weil bei Fasmo wird auch viel gemacht. Du siehst ja die ganzen Updates, die hier ständig kommen. Wenn das bei Ghostbusters Korb auch so bleibt. Und da viel gefixt wird, was dann nicht funktioniert. Und vielleicht noch was... Also optisch, würde ich sagen, sieht das andere Game besser aus. Wenn du hier die Spielcharaktere siehst, die sind netter gemacht. Natürlich gibt es immer noch diese Verrenkungen, wenn du da mit der Knarre... Oder hier, da lief eben einer mit so, äh, Arme gebrochen durch die Gegend. Bei Nett, die war eben eine Hand schief. Die konnte gar nicht richtig mit der Taschenlampe leuchten, weil die Hand irgendwie gebrochen war. Keine Ahnung. Aber es, äh, doch. Kann man machen. Ich bin dann aber schnell auf Toilette. Und man kann als Geist auch Gegenstände mitnehmen. Äh, vom Equipment. Und, äh, Gegenstände hinlegen. Das wird auch nicht ganz verkehrt. So, aber ich bin mal schnell Pipi. Puls steigt das bis 530. Aber, bis gleich. Ich hab eine Kamera umgestellt. Die guckt jetzt ins Schlafzimmer. Hm, mach mal noch eins weiter, Nettel. Weiter. Weiter. Also, ob sehe ich ja nicht. Das kann üblich nur Orbs und Box sein, ne? Egel. Er ist. Das ist es. Vielen Dank. Hey, wir haben ein Buch. Der hat jetzt ein zweites Buch auch reingeschrieben. Das habe ich jetzt hier hinten ins andere Zimmer reingeschmissen. Mach ein Foto. Habe ich schon. Oh, cool. Du, drei Sterne. Ja, steht noch ein Foto und dann können wir abhauen. Kein Ohr. Aber Vorsicht, Hand. Mach mal bitte ein zweiter Dicker Barat. Ja, also ihr sollt das nur von vorne reingucken. Moin Patrick. Eins, zwei Warte. Warte, Warte. Hm. Und bei Ghost Hunters Korb das einzig Blöde ist auch noch, es gibt es auf Englisch, Spanisch, Französisch. Und man muss teilweise was aus einem Buch vorlesen, aus der Bibel, beziehungsweise aus dem Exorzismus Buch. Dann muss man das auf Englisch vorlesen. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen. Höchster Puls 130, okay. Wieder da. Pippi. Igel lebt ja immer noch. Wuhu? Igel, kannst du nochmal die Box versuchen, bitte? Weil das ist ganz komisch hier, weil Orbs sehe ich hier nicht. Ich habe die Kamera nochmal umgestellt, die steht jetzt im Raum und guckt. Ja, auch schon gesehen. Aber da gucken wir auch schon. Das Einzige, was wir bei dir sehen, ist der Qualm von den Gefriertemperaturen. Oder der Atem, ne? Ja. Ja, wäre das jetzt Ghost Hunters Korb, würde ich jetzt reingehen, als Geist ein paar Kameras umstellen, ne? Hm. Ja, das müssen sie aber auch noch ändern, oder? Ja. Ja, ich sage gerade schon, das einzig Blöde ist auch, dass es halt nicht auf Deutsch ist. Dass die keine deutschen Texte zu vorlesen haben, ne? Jo, ich höre dir zu. Das Interessante daran ist, ne? Die meistgesprochene Sprache auf der Welt ist Spanisch, dann kommt Englisch, ein bisschen Chinesisch. Die Franzosen, die sind wirklich... Das ist ein französischer Entwickler. Ach so, na gut, da brauche ich mich nicht zu wundern. Ja. Weil wir sind doch mit die Kraft stärkste Kraft, aber ich glaube, wir haben zwei Weltkriege verloren, ne? Seitdem ist es nicht mehr so mit den deutschen Sprachen. Ne, aber soweit ich weiß, das ist französischer Entwickler. Ach so, na, dann wundert mich nichts mehr. Ja. Was machen wir jetzt? Hör mal auf, mach mal weiter. Ja, abhauen und raten und fort. Raten. Wer braucht die Orbs? Jura. Ich bleib am Jura. Ich auch. Studio Goupil. Bonjour et bienvenue. Das ist, fängt ja schon direkt... Genau, das ganze Video auf Steam ist auf Französisch. Trag dir bitte ein. Fertig. Was tragen wir ein? Jura? Also ich habe Jura, ja. Meine Box, du hast gesagt, Box ist nicht, also ist nicht. Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Orb, den wir nicht sehen, ne? Ja. Unter Bett. Kurz rauchen. Jo, bis dahin. Unterm Bett? Ja, da, wo man dich sieht. Ach so. Ach, Jimmy. Ja, Jura. Ab der Fahrt. Ab der Fahrt, genau. Was ist jetzt hier kaputt? Warum steht da senden? Ey? Nichts senden hier. Du kriegst das jetzt weg, da. Du musst es doch, Jura. Ja, wenigstens 40 Dollar. Bei mir hat sich was aufgehakt, im Moment mal gerade. Da unten hängt zwei vorne dran, wo man weiß, was ich gekriegt habe. Jo, dann lief's ja gut. Und du bist aber noch da. Ich habe ja so im Bildschirm was stehen, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Ach da, ja. Nur gehst du mal kurz raus und kommst wieder rein, oder hast du die Lobby? Es ist egal, was ich öffne. Da steht senden von irgendeinem Windows-Kontext. Ich weiß aber nicht aus welchem. Oh, guck mal da, du hast eine Taste festgestellt. Da hast du irgendeine festgestellt-Taste. Ne, das ist mein Push-to-Talk. Ach so. Ja, hilft nur Neustart, wa? Ich weiß nicht, wo's herkommt. Also Steam? Ja. Ich weiß es nicht. Ne, senden. Wo soll denn da senden herkommen? Wenn jetzt die ganzen Rechner neu starten, haben wir keinen Bock drauf. Also das ist von Windows oder so, ne? Mach doch mal ein Rechner-Stick auf dein Desktop und guck, ob es danach noch immer noch da ist. Okay. Ist immer noch da. Ja. Wenn ich jetzt ein Rechner neu starte, muss ich hier alles neu. Ich hab ja immer die ganzen Chats und alles offen, ja. Grafikbock. Ja. Außer du hast Glück, dass Phasmophobie es sich jetzt drüber legt. Ne, es ist ja egal, weil ich welches Fenster ich aufmache. Es ist alles, was ich hier... Oh, sonst starte ich wirklich die ganzen Rechner, aber grad schnell neu, wa? Muss hier irgendwo herkommen oder abmelden, anmelden, geht am schnellsten, ne? Ja, ja, guck mal, Tastmanager. Vielleicht hilft das. Nö. Ist weg. Ne, doch nicht. Ist, äh, stür. Ich komme gleich wieder. Dann gehe ich jetzt kurz hoch. Okay. Okay. Rahmen. big. Vielen Dank. Oh, der läuft ja über einen anderen Rechner. Oh, ganz genau. Genau. Bebe. Ich mach noch zwei oder drei Runden. Jetzt hört der Chat, ich mach mich nur ziemlich leise, ne? Äh, warte mal, muss ich wieder... Ich bin verzerrt. Hallo? Ja, ich mach mich mehr verzerrt. Kannst du ein Päckchen Tabak? Nein, ich will nur eine Zigarette. Das darfst du doch nicht in die Kamera halten. Das ist Fremdwärme. Doch, raucht und verstopft ihre Arterien. Hören sie gar nicht damit auf, sondern fangt... Nein, umgekehrt. Mein Twitch-Chat. Wo ist mein Twitch-Chat? Fast bevor wir wir gestreben. Genau, Creator-Dashboard. Pop-out. Da ist mein Twitch-Chat. YouTube-Kanal. Mein Kanal. Ja, ich bin nämlich schon seit 5.45 Uhr wach. Da ist mein YouTube-Chat. So, brauche ich sonst noch was? Ne, ne? YouTube-Chat. Dead-Chat. Live-Chat. Okay, man, OBS muss ich starten. Dann müssen wir über die Teams-Hörer. Kommen wir eh keine heute. Donations mit so einem Kram. Astrophobia starten. Halt, erst den Praktiker beenden. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Mit dem Rechner. Ja, und wenn die heute Morgen schickt, ist sie dann los. Äh, doch. Ne, am Montag. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja mal gespannt. Kommst du aus Berlin oder was? Ich gehe ja. Ich gehe all den Fernen vielleicht. Ja, da komme ich ja hier noch nach dem Siegumst. Da war ich ja gerade zweimal. Weiß ich nicht, dass du aus Nordrhein-Westfalen kommst? Was? Wer weiß das? Weiß Shadowfly nicht, dass du aus Nordrhein-Westfalen kommst? Du? Danke. Äh... Ne, äh... Spiegel? Alle privaten Spiele beitreten. Aus Zwischenanlage einzufügen. Jawohl. Wer ist denn jetzt der Lobbymeister? Äh... Ich glaube der Rauker. Egel won. Der Rauker? Okay. Warten wir kurz. Kannst du schon mal ein paar Sachen einfügen? Ich habe nichts. Ich habe kein Geld. Was fehlt denn? Alles? Machen wir mal eine Runde auf Schimmi. Da hast du recht, Alfa. Warte. Erst mal warten. Ob sie das macht, ist auch wieder ein halbes Jahr. Ja, was sie sagt, sie hat es vergessen. Sie sagt, das Ding... Sie sagt, ich stünde verpackt da. Aber sie hätte die Adresse nicht mehr gehabt. Wir haben gestern drüber gesprochen und eine halbe Stunde später war es bei mir im Chat. Und dann denke ich, ach, wenn du gerade da bist. Ich denke doch noch wach bleiben sollen. Fehlt noch was? Ja, soll ich mal eine Runde ausgeben hier oder was? Ja, dann sei aber so schlau und bleib draußen, ey. Ja, dann habe ich eine Ausrede. Ja, ich glaube, wer ist denn jetzt raus? Fehlt aber noch was? Jetzt ist die Runde weg. Der Igel. Der hat das bestimmt noch gar nicht gemerkt, weil der eine Rauchen ist. Ja, ich fange kein Gruppen an. Wer hat denn schon was dazu gefügt? Ich? Ja, dann nehme ich alles raus, dann mache ich mal eine Runde auf mich. Ähm, wo ist der Code, die Nummer? Immer noch dieselbe. Immer noch dieselbe. Don, du bist Gruppenanführer. Ja. Wir machen eine Runde auf mich, also alles mal rausnehmen hier. Riesdale Farmhouse. Alles mal rausnehmen. Ich denke, da haben wir schön was zu fotografieren, oder? Jo, jo, jo. Das sind immer noch Feuerzeuge, aber ist ja egal. Habt jetzt alles, alles raus? Ja. Ich klicke auf alle und tut sich nichts mehr, okay. Denn die Pillen sind auch nur egal. Ich meine. Was brauchen wir dann jetzt noch? Noch ein Thermometer? Na, nee, reicht eins, ne? Ich brauche mal eh nicht, ist eh Profi. Sonst irgendwas mit Bewegungssensor ist drin, Audio-Sensor, okay. Ab dafür. Bereit klicken noch, Jungs? Alle da, okay. Und stopp. Ja, aber mal gucken. Sonst schreibe ich immer in die Mittwoch nochmal rein, oder was? Weil ich habe ja jetzt gerade Urlaub. Ich könnte dann mal auch schön frisch machen. Aber vielleicht muss ich noch hier upgraden, reinstecken, keine Ahnung. Bei Dings hat er ja jetzt Gewerbe angemeldet. Inspektion bitte, jetzt stellt sich vom Arsch an die Wand. Jetzt auch mal vorbeugen. Und bitte husten. Tiefluft holen. Hier wird nicht gegafft. Ja, das ist halt bei Ghost Hunters Kopf schon besser, dass er da nur den Kopf bewegt, ne? Nicht den ganzen Oberkörper knickt. Ich dachte mal, das Schlimpste ist ja vorbei, dann schlipsch irgendwie. Aber was anderes, Lars. Das ist ja einfach. Heute geil, Lars. Ja, starke Taschenlampe für er? Warte, ich... Warte ich nicht. Waren doch vier. Okay, Haus hat... Ich habe keine Hand, denke ich mal. Dann nehme ich die normale. Es füllen trotzdem Taschenlampen, aber egal. Ich gehe die Kerze nehmen. Fehlen zwei Taschenlampen, oder was? Es fehlen alle starken Taschenlampen. Ich habe überall auf alles geklickt. Ich weiß, das ist manchmal verbuggt. Ja, wir brauchen mal später erst. Dann nehmen wir hier das Ding hier und das Ding hier. So. Super, jetzt das Farmhaus hier mit ohne Licht. Und man, wir müssen die Lampen anmachen. Boah, das ist ja gar nichts mit der Kacklampe hier. Wo bin ich? Emf3, Foto-Toilette. Bussi-Toilette. Fingerabdrücke. Bini und ich, wir sind fahnlos. Ich stehe hier gerade mit so Blaulicht-Dingern. Ja, wir fahren wir schon. Okay, wir wollen das gar nicht mitnehmen. Joa, Kerze oder Kerze? Was ist das denn machen wir in Rissage? Was ist denn? Komm hier lang, Igel. Ja, mit der Kamera. Aber Foto, mit Blitzlicht. Wo ist denn die Toilette? Sieht gerade nicht. Ich glaube, die Kerze ist zu dunkel. Nicht deswegen benutze ich die UV-Lampe. Wo die Spinde sind. Oben? Nee. Achso, hinten. Ach, da. Komm, Jimmy. Hä? Nee. Nicht falsch hier. Hä? Ich bin wieder plan- und orientierungslos. Geht's da nicht irgendwo rein noch? Hä? Nee. Dann anscheinend nicht. Jetzt bin ich wieder an der Haustür. Hä? Wir sind jetzt da, wo die Spinde sind. Bist du hier? Wo bist du? Jimmy, komm doch mal raus. Oh, die Box hat gesprochen. Geisterbox. Komm doch mal raus, sag das. Ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ah, da. Wir haben schon Fingerabdrücke, ja? Ich muss mit der Fingerabdruckklappe ganz rumlaufen. Na ja, ein paar mehr ist auch nicht schlecht. Aber mit der Fingerabdruckklappe siehst du mehr als mit der Sitzelung umgekehrt. Nee, Knicklicht. Ich hab nur so ein Knicklicht-Ding. Bist du hier? So, hier ist Bad. Bist du hier? Jetzt erkennt er nichts mehr. Habt ihr schon fotografiert hier? Ja. Bist du hier? An der Tür hier was ran? Wo bist du? Ja, hier. Also, er geht nur auf eine Person anscheinend. Bist du hier? Box. Hat du damit ausgesagt, ja. Wir hatten ja schon Box. Box und Finger haben wir. Und die zwei Fingerabdrücke haben wir schon fotografiert. Spür mitgeschwätz Poltergeist. Und da fehlt noch das Buch für Spirit. Gespenst ist noch Gefriertemperatur. Und Poltergeist ist noch Orbs. Und ich würde jetzt ungerne da reingehen. Weil es, äh... Hier und da hab ich gesponsert. Also, so ohne Licht, meine ich. Jo, bleib du draußen. Was ist, ich schläge mit Knicklicht mal wieder ins Regal, falls es noch einer mitnehmen will gleich. Was ist, ich schläge mit Knicklicht mal wieder ins Regal. Kannst du mal leuchten? Wo bist du? Ich stehe vor der Haustür. Ich hab nur die Fingerabdrücklampe. Wir haben vier Mann, keine starke und nur eine normale Taschenlampe. Das ist natürlich hart. Das ist jetzt noch einer. Stell die mal in den Raum. Das ist kacke. Ich seh nichts. Das ist praktisch, dass einer keine Kopfkamera hat. Ich schalte mich grad durch, aber... Boah, ist nix zu sehen. Nix in den normalen Kameras und auch nix in den Kopfkameras. Was brauchen wir denn noch? Man hat gesagt, Orb, Buch. Gefriertemperatur, ne? Oh ja, Pillen, wenn wir mal gucken. Eagle bei... Okay, alles gut. Don bei 50. Netti 88. Eagle 65. Ich hab grad schon Pillen genommen, deswegen. Da steht eine Cam irgendwie hinter der Türe. Da seh ich nur die Türe. Ich hab die Kameras tunstellen müssen, also. Ja. Ich hab die Kameras. Die an der Bordtür und die an der Tür gleich daneben, die zur Wunschüge. Dann hab ich nur heute am Fenster. Ich komm. Ist aber auch ruhig, das Viech, ne? Die ganze Zeit die Linie auf Null. Wie heißt er denn? John Miller. Sind die Fingerabdrücke im Spind, oder was? Die Fingerabdrücke sind hier hinten. Die steht im Spind. Lass mich doch. Da, okay. Okay. Die umgestellte Kamera zackt, aber auch keine Orbs. Habt ihr aber was in das Badezimmer gestellt? Ja. Ah, diese da? Okay, da kannst du halt auch keine Orbs. Das stimmt, das links ist Klo. Kannst du die vielleicht ein bisschen noch nach rechts drehen? Warte. Warte. Wo du gerade warst, dass sie so ein bisschen durch die Tür guckt. Ja. Ne. Hm? Pass auf wieder. Die im Badezimmer. Jetzt gehst du drauf zu. Genau. Ne. Jetzt gehst du drauf zu. Also Igor, wenn er jetzt anfängt zu handeln, bist du Mode, ne? Genau. Die. Ja. Mal so. Donutsch dir draußen vor dem Fenster. Habt ihr mal die Bücher umgelegt? Habt ihr gesehen, eins liegt im Badezimmer und eins liegt da vorne. Ne. 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 Dann kommst du noch ein Handtou sein Bei dem vielen Fingerabdrücken. Wir haben ein Buch. Wir haben ein Buch. Was ist das... Oder ist das mein Gitternetz? Guck mal ob das Buch... im Bad ... Ne. Ach, Scheiße. Das war das fliegengitter hier. Ach, das fliegengitter hier vor dem Fenster ist... auch so, Viereckige Rüspeln. Und wir haben Box Punkte Fingerabdrücke. Das hat da also jemand reingeschrieben. Kann es noch Spirit, Gespenst und Poltergeist sein? Kein Tantoo. Oh, verrückt. Aber der ist konstant auf 0. Jetzt geht er mal auf 2. Sanity Eagle bei 14. Joker 18. Don 80. Steht Don draußen vor dem Fenster und leuchtet rein. Verdammt, hat nicht gezählt. Oh, war er kurz auf 10? Verdammt, das hat nicht gezählt. Teammitgliedszeuge eines Geister-Events. Ist einer tot? Nein. Ja, dann hat das mit dem Crucifix wahrscheinlich gewirkt, oder? Der war ganz kurz auf 10. Ich überlege gerade, es sind viele Sachen durch die Gegend geflogen. Habt ihr was gehört? Oder so? Ich habe nur eine Tür. Poltergeist. Nein, hat nicht gezählt. Hat nicht gezählt mit dem Crucifix. Der war eskaliert. Hab ich das Foto noch geschafft? Hab ich das Foto noch geschafft? Ja, drei Sterne Geister-Foto. Super. Und auf dem anderen Bild ist er auch zu sehen, zählt aber nicht das Geister-Foto, okay? Ja, weil es nur Stenst war, ne? Crucifix ist aber auch noch nicht ausgelöst. Oh, ey. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, wieder die verpackten Orbs. Ja, gut, ihr habt die Crucifix beide nebeneinander liegen, ne? Also, ja, ist definitiv drüber gelaufen, wo ich das erste Foto gemacht habe. Ja, ich hab den Crucifix umgelegt, das liegt jetzt mitten in der Tür. Ne, aber hier, das scheint, das ist, das ist eins, was noch vorher schon da lag. Sie ist in der Kamera. Das hab ich hingelegt. Ich meine, da lagen eben beide. Ich konnte eben in der Kamera... Oh, die eine Tür ist auch zugemacht worden. Wo ist es denn jetzt, das Crucifix? Da, genau. Ja, raten und fahren, bevor noch einer stirbt. Fotoalbum muss... Ah, ne, ein Foto ginge noch, aber okay, muss jetzt nicht. Zwei sind nix geworden, ansonsten jede Menge schöne Drei-Sterne-Fotos. Wenn wir Orbs raten würden, wäre es ein Poltergeist, aber dafür ist er eigentlich, der tut die ganze Zeit gar nix. Äh, der war nur so inaktiv, weil unsere Sanity so hoch ist, ne? Wer rät einer von den Dreihen auf alleine? Warte. Äh, Spirit Gespenst Poltergeist. Spirit ist ja der 0815-Geist, der nix besonderes kann. Doch, kann vorübergehend gestoppt werden, wenn er ausräuchert, haben wir ja nicht gemacht. Gespenst, äh, macht keine Fußabdrücke. Poltergeist schmeißt halt viel gleichzeitig durch die Gegend. Ist in leeren Räumen fast ineffektiv. Das könnte schon Poltergeist und Orbs sein. Wenn er denn da irgendwo im Bad oder was ist, leere Räume. Ich hab gelockt, bin kurz aufgehört. Aber da, da ist ne Kamera im Bad. Die guckt genau aufs Klo und eben stand die andersrum. Äh, das sind keine Orbs. Oder irgendwo verbuggt, dass wir sie wieder nicht sehen. Ich hab gelockt, dass wir sie wieder sehen. Hand. Eine letzte Marek noch und dann nach Marek Feierabend. Was, jetzt kannst du auch unterwegs, wa? Ja, ich hab geackert. Bin ja auch seit 5.45 Uhr wach. Ich hab euch das letzte Foto geschossen und bin dabei gestorben. Dann würde ich mal sagen, die Streamer leben immer noch. Oh, Fingerabdrückfoto, wa? Dann heißt es, die Nettie muss rein und den letzten Beweis finden. Weil der Chemie hat das ganze Equipment gesponsert. Irgendwo drinnen müsste jetzt ne Taschenlampe liegen. Nee, komm, sonst raten. Ich würde, ich würde jetzt Poltergeist raten und abfahren. Verbuggte Orbs würde auch eventuell passen, wenn der Geist im Badezimmer ist. Weil das Badezimmer ist leer. Dass der da nix machen kann. Aber der ist die kleinste Zeit auf Null. Und dann kommt eine Hand und dann ist einer tot. Und, äh, ja. Abort. Gut, im Bad hängen Bilder an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich die Bilder runterschmeißen kann. Aber ich rate Poltergeist. Dann habt ihr jetzt auch nochmal 3 Sekunden zum Raten. Und dann drücke ich hier auf das Knöpfchen. 3, 2, 1. Ja, wir haben ja gemalt und lackiert. Also, du. Die Wände. Tapeten abgerissen. Ich sag's ja, die verpackten Orbs. Ja, im Ernst. So viele Kameras wieder. Pff, keine Ahnung. Hey, Zeit im Geisterraum. Zeit im Geisterraum, 15 Sekunden. Ich war 5 Minuten im Geisterraum. Nicht, 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 nicht. Das ist nass. Ja, ja, okay, gut. Dann machen wir Feierabend. Dann haben wir 3 Uhr. Dann geh ich ins Bett. Schlafe ein bisschen. Dann hab ich mit meiner Frau ausgemacht, dass ich morgen streamen können, wann ich will und wie lange ich will. Sag Bescheid, wenn du in der Hand bist. Also so morgen Mittag, Nachmittag dann schon. Keine Ahnung, um 2 oder um 3 oder so. Ist doch live. Ja, ja. Wenn ich streame, bin ich live. Ja, so dass die Kinder mich in Ruhe lassen, dass sie mich in Ruhe lässt. Ich hab ja Urlaub, dann einfach mal ein Tag im Keller, Hocke. Äh, was ist das fehlt nicht? Hä, was? Wir machen jetzt noch eine Runde und morgen hab ich auch Sturm frei. Dann geh mal nach dem Bett, ne? Ja. Meine starken Taschenlampen sind jetzt alle weg. Waaas? Ist nicht schlimm. Ich hab starke Taschenlampen rein. Reingemacht. Ja, das erklärt vielleicht, warum keine da waren. Die sind irgendwie alle weggepackt, ne? Aber ich glaub, ich hatte, oh, ich hatte, glaub ich, eh nur 2 gehabt, ne? Macht ja nix. Fehlt da noch wat? Jo, hier, äh, Dings, äh. Video, haben wir noch Videokameras? Stativ? Videokameras haben wir 4 Stück, Stative haben wir 3. Was soll's alles dritt, ne? Thermobiet, oh, ja, 1 reicht, ja. Da haben wir räuchisch, da haben wir auch. Feuerzeug, haben wir alles. 1. UV, ne? UV, UV. Wann sind fix? Gruß. Feuer zur Ecke, ja. Ach, die sollen die Kacke mal alphabetisch sortieren. Ich weiß, ich hab keine Ahnung, ob die auf Englisch alphabetisch sortiert ist. Ich such mich da immer dumm und dämlich. Router Maradfahrzeug, ja, Taschenlampen 2 brauchen wir nicht, jawohl. Die sollen lieber wieder einen Bug beheben mit den Ops. Tipp, Vorsicht im Dunkeln, der Geist kann sie spüren. Aha. Ist ja gruselig. Alright, we're here. Take a look at the equipment and from air recording. Kätze ausblasen, durchs Salz wandern lassen und während der Jagd mit Reucherstöpfchen verjagen. Mariah Brown. Und wir können nicht sagen, ob ihr auf einzigpersonen oder wo geht. Klick wieder in die Kopfkamera. Da fängt die Lampe. Mach Lampe an. Du hast ne Kopfkamera vergessen, Jimmy. Gar nicht. Guck. Sicherung hab ich angemacht. Guck, ich kann meine wieder hinhängen. Ist gut, ich hab nichts gesagt. Hier ist Licht eingeschaltet. EMF 2, selbe Stelle wie vorhin. Bist du hier? Wo bist du? Wir haben die Box. Wo bist du? Im Bad. Im Bad. Ich bin im Bad jetzt. Bist du im Bad? Wie alt bist du? Ich stehe aber ganz an der Wand. Das kann auch außerhalb sein. Ich geh mal gucken. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Kett. Kett. Hier draußen im Flur aber auch. Also ich vermute aber mal im Bad wird das sein. Wo hast du die hier gefrierte Temperaturen? Hier im Flur. Hier im Flur? Bist du hier? Merklos. Wo bist du? Bist du? Bist du? Wie alt bist du? Okay. Ja, ja. Ich mach die Badezimmertür mal wieder zu. Die anderen Türen auch. Aber wir können jetzt da hinten durch die Hintereingang reingehen. Hat er gemacht. Haben wir aber nicht gesehen. Aber wie praktisch. Hinten sind direkt die Spinde. Okay. Aber es ist ja lustig, dass er an derselben Stelle direkt wieder ist. Gehst du auf dasselbe Haus? Na trotzdem gibt es genug Punkte, wo der spawnen kann. I'm walking. Hat es schon wieder ein Buch? Hat einer schon oben gestern gemacht? Nein. Äh, Ketze ausblasen, Salz wandern. Äh, Ketze ausblasen, Salz wandern. Einmal um das Haus herum. Hier hat man zumindest Fingernägel. Auch wenn die Finger hier total verkoppelt aussehen, hat man zumindest Fingernägel. Bei Ghost Hotterskorb hat die Hand ja nicht mehr Fingernägel. Irgendwie so ein paar Würste. Naja. Das sind alles Indie-Labels. Alle kleine, alles kleine Entwickler. Auch weiter rum, ne? Komm andersrum, ums Haus ist kürzer, ne? Äh, äh, äh. Hier müssen wir rein, ne? Jawohl. Gut, wie alt ist das Licht. Der hat mir doch die Haustür zugemacht. Schweinebacke. Ich hab kurz nen Herzschlag gehabt. Blas das Licht aus, blas die Kerzen aus, schreib ins Buch. Weil ich es gerade richtig gesehen habe, ist er gerade da hinten gelaufen. Obwohl es nicht wie lang dran war. Oh, wieder Herzbumpen. Don, du hast 28%. Jimmy tut's... Er ist durch die Kerze ge... Hat er ausgeblasen und... Beide Kerzen ausgeklustet. Er ist auch durch Salz gelaufen. Oh, ihr MF-Wimmelt auch. Wir haben ja vier. Vier, vier, vier. Step. Vier, vier. Okay, der steht direkt hier vorne. Häääh, das ist er! Das ist er weg. Genau, hier steht auch noch. Ich bin noch mal ins Buch. Gut. Das steppt direkt hier vor mir. Oh jeder. Es ist durch ganz viele Salze gelaufen hier. Schreib ins Buch. Bitte. Danke. Haben wir noch Kameras und Truck hier, oder? Ja. Schreib mal ins Buch. Don, noch da? Oder du bist auf der Stelle? Alles da. Du liegst gerade auf der Stelle. Jetzt bitte ich's alle. Oh. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke hab ich grad wie doof geguckt, eigentlich. So, bin im Bett. Gute Nacht, bis morgen. Jo, einfach wirft ihr auch eine gute Nacht. Ich weiß nicht, ob du nicht mitbekommen hast. Morgen fang ich was früher an. So, gegen Nachmittag schon. Hang. Und dann geht's auch ein bisschen länger. Also, wir fahren was ja früher anfangen, ne? Keine Ahnung, wann genau. Zwei Uhr, drei Uhr. Da bimmelt das EMF, ne? Ne, da blinkt die Taschenlampe. Oh, Bruderfingerabdrücke. Bei der Menge hier. Ne? Ja, ein Stativ zu wenig, ne? So. Wieder verpackte Orbs. Schnapp mal ganz viel Kameras da auf. Hinter Eingang ein. Wir haben Fingerabdrücke. Ah, doch? Okay. So muss ich vom Feierabend auf wieder zwei freie Tage. Ah, nice Olaf. Mal löchen, mal löchen. Schlecht hier noch. Wieder haben. Was wolltest du sagen? Nicht reden bei der Hand. Auch nicht im Discord. Aber ich mach gleich Schluss, Olaf. Aber er hat gerade eben schon angekündigt. Morgen fange ich früher an. So, gegen Nachmittag irgendwann schon. Was ist das hier für ein Schlulli? Hier stehen zwei Kameras draußen. Ja, hab ich da grad fallen lassen. Ach so. Hat eben einer ein brennendes Feuerzeug ins Regal geschmissen und schön hier zwei Räucherstäbchen im Regal abgefackelt. Ich schaue die Nummer zwei Pavel abgefackelt. Ich schaue die Nummer zwei Pavel abgefackelt. Und ich schaue die Nummer zwei Pavel abgefackelt. Ich kelle die Nummer zwei Pavel abgefackelt. Hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. gesehen. Räucherstäbchen angezündet und tot. Ja, muss man aber spielen, Olaf. Auf jeden Fall gut gemacht. Wir sind auch sehr verpackt. Sehr interessant. Das Ghost Hunters Corp. Mein Räucherstäbchen ist verbraucht, ne? Das habe ich noch geschafft, anzuzünden, während es mich gekillt hat. Na ja, egal. War das jetzt Interaktion? Oder ich habe hier nochmal welche, ne? Warte mal kurz. Das gucke ich schon mal draußen nach. Nicht drinnen. Waren Fingerabdrücke. Fingerabdrücke, ja. Ja, Olaf, schau mal rein am Anfang des Teams. Nochmal Fingerabdrücke. Man muss halt nicht rauskriegen, was für eine Art von Geist es sich handelt, über die Beweise, sondern das muss man auch rauskriegen, wie sich der Geist verhält und wie er aussieht. Dann muss man verschiedene Beweise sammeln, um dann rauszukriegen, wie man den Geist besiegen kann. Ob man jetzt den Geist mit so einer Ionenkanone beschießen muss, oder ob man den Geist läuft hier an dem Flur rum, an dem Holzstapel läuft immer noch im Flur rum. Am Badezimmer vorbei, Richtung Küche. Durch die Küche durch. Wohnzimmer. Richtung Treppenhaus. Ausdürfen. Geht jetzt die Treppen rauf. Bis oben. Oh, wird die schneller? Ja gut, jeder Geist wird schneller. Ist jetzt auch ein Blick zum Speicher. Ne, ist in dem Schlafzimmer. Hinter dem Speicher. Geht jetzt ein Speicher hoch. Ist auch am Speicher. Ist einer von euch am Speicher? Ne, ne? Ist weg. Und wir sind halt sehr schnell immer gestorben. Also der Geist fängt instant an zu handen. Da ist nichts mit Sanity oder sowas. Du machst quasi die Haustür auf und kannst instant gekillt werden, wenn der Geist das will. Man ist auch außerhalb des Hauses nicht sicher. Es gibt auch so eine Art Truck, so wie hier bei Fast before wir auch, wo man sich dann so rein kann. Und da ist man relativ sicher. Null. Aber wir sind auch schon sehr oft vor dem Haus gestorben heute. Also da ist man keineswegs sicher. Ja, muss man sich vielleicht ein paar Mal angucken. Entschuldigung, bis man die Spielmechanik komplett raus hat. Wo ist denn das zweite Feuerzeug? Wir hatten ein bisschen Spaß gehabt. Was hatte ich dabei? Ja, eins. Und wo ist das andere? Das war eben auch schon nicht mehr da. Besser als Fastmo, ich weiß es nicht. Aber ich denke mal schon, dass es besser werden kann als Fastmo. Also ich habe eben da eins rausgenommen, das war das letzte, was noch da war. Und es waren zwei Räucherstäbchen abgefackelt. Ich vermute mal, dass einer das brennende Feuerzeug da reingeschmissen hat oder eine brennende Kerze drunter gestellt hat, weil dann verfackeln ja mittlerweile die Räucherstäbchen im Truck ab. Wir wollen mal angucken, Olaf. 15 Euro ist jetzt nicht so die Unsumme für so ein Spiel. Also 14,99 Euro. Ähm, ja. Noch sehr early access und du kannst es nur mit Steam-Freunden zusammenspielen. Also es gibt keine öffentliche Lobby oder sowas. Du musst, du musst... Hier am Truck liegt. Ich habe es gefunden. Unter dem Tree-Pod, unter dem, unter dem Ständer hier. Kann es leider nicht aufheben. Jungnetty hat's. Deshalb, aber es wird zur Zeit zumindest als arge Konkurrenz zu Phasmophobia gehandelt. Was, wenn wir jetzt mal schaut. Wir sind ja tot. Ähm, Twitch. Ähm, Fast, bevor wir ja gerade 3.800 Zuschauer Ghost Hunters Corp 2.900. Es gibt einige Streamer, die es gerade streamen. Auf YouTube gibt es auch schon einige Videos dazu. Kanäle auf Deutsch. Naxx-Kinthe, okay. Aporox kenne ich nicht. fahre in die Augen zu. Joker 0703, Luferas, Utalit-U, nenne ich alle nicht. Also ich kann auch ein paar Deutsche dabei streamen. Giegel, hast du Billen gegessen? Fasmophobia-Killer, Frage ins Teichel genau. Wie wir? Äh. Gold don't die. I'm an exorcist the demons. Ich bin drin. Wohl. Wall spooky booties, still learning Ghost Hunters, äh, quatschen, zocken und albern sein. Gut oder schlecht. Aus jedem Fall, aus jedem Fall anders, auf jeden Fall anders, okay, auf zur Nachtschicht. Fasmophobia-Alternative, Fragezeichen. Also alle die, die ja großer Fasmophob normalerweise machen, streamen grad. Ghost Hunters Corp. Oh. Mal gucken, mal gucken. Jimmy, kannst du bitte noch mal reinkommen und mir dann sagen, wo der Geist ist, falls er anfängt mit an. Wer liebt. Ich bin on my way. Bin direkt an deiner Leiche. Äh, lag hinten, ne? Ich geh grad zur Haustür rein. Jo. Jo. Okay, geht los. Oh, in die Haustür rein, okay. Äh. Muss denn an die untenseite. Okay, ist in der Küche. Geht von dir weg, glaube ich, dann. Andere Seite der Küche raus. Ist jetzt im Wohnzimmer. Geht wieder Richtung Treppe. Geht wieder nach oben. Verdammt. Ist wohl noch der da? Musst bloß nichts sagen. Ist oben, ist oben, ist oben. Geht ganz hinten durch. Wieder in den Raum, wo es hoch geht zum Speicher. So ein Hummergeist. Geht wieder aus dem Raum raus. Und nicht den Speicher hoch, nein. Wieder Richtung Treppe runter. Im Flur. Am Badezimmer vorbei, am Barschküche vorbei und ist verschwunden. So ein Knaller, steh extra hier und will den verräuchern. Achso, da musst du einfach laut sein. Da musst du sagen, so wie ich eben, hier bin ich hier, bin ich hier, und zack, bist du tot. Na ja, ich hab ja jetzt hier 20 Mal auf den komischen Knopf gedrückt. Nein, du musst reden. Du kannst auch reden mit uns, ohne dass der Knopf an ist. Hallo Geist, komm. Geist, Geist, wo bist du? Hallo, hallo, hallo. Ich glaube, meine Sendung, die ist noch zu hoch. Hallo Geist. Hallo, 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 Geist, hallo, Geist. Hallo Geist. Hallo, 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 hallo. Hallo. Hoh. Tätig. Dann können wir einen großen, dicken Hammer. Hoh. So, jetzt wird nur noch ein, noch ein Bild. Over Steps. Okay, geht los. Ich wollte gerade rein. Oh, hinter mir ist er gesporen. Das war natürlich dumm. Super, ich spiele gerade voll im Flug und sage, hier ist keiner. Das genau hinter mir gespawnt hat. Das war wieder instant. Ja. Hätt sich so schön hier den Spinden verstecken können, ne? Scheiß, Dreck. Ja, deswegen stand ich ja auch hier. Ja, eben. Aber wie gesagt, ist egal. Ich habe, wie gesagt, nicht gesponsert. Aber es fehlt doch auch noch ein Beweis, oder nicht? Ne, wir haben alle Beweise. Wir haben alle. Wir haben Bock, wir haben Gefriertemperatur. Und was noch? Fingerabdrücke. Ach ja. Fingerabdrücke. Wird wie blöd fotografiert. Ja, gespenst. Okay. Ja, dann Eagle, herzlichen Glückwunsch. Du bist der letzte Überlebende. Nein. Nein. Der letzte mitspielende Überlebende. Ja. Ich habe nur noch ein Prozent. Ja, komm raus, Abfahrt. Komm, drück auf den Knopf. Haben alle drinstehen? Ja. Äh, hätte ich gerne, ein anderes Thema. Joa, machen wir Schluss. Ich komme hier viertel nach drei wieder, wa? Ja, meine Augen fallen zu. 37 Dollar, jee. Dafür wieder, oder? Scheiß, hier wieder verloren. Minimalverlust gemacht hat, holen wir wieder rein, irgendwann. Ja, 37 Dollar, genau. Ne, mach mal, mach immer alle Wettbewerbs oder? Also, ich mach nix mehr. Jo, schlaf gut. Wie gesagt, morgen will ich was früher machen. So gegen den Nachmittag, Mittag schon oder so. Gucken wir mal. Ja, bieb mich an. Ich bin da. Ich weiß doch nicht wann, ich weiß doch nicht was, ich weiß doch nicht was, aber ich werde nicht die zehn Stunden oder so als selbe Game machen oder so. Mach wieder ein bisschen durch, vielleicht mal wieder Lost Earth oder so. Mal gucken. Ich hab noch keinen Plan, ich hab irgendwann eine Frau nur gesprochen, von wegen höher, weil meinst du, kann ich morgen mal Tag einfach nur im Keller sein? Ja, war klar, sag ich okay, dann streame ich morgen den ganzen Tag. Was, noch nicht wann, was, aber gucken wir mal. Ne, jetzt, erstmal jetzt schlafen, dann gemütlich, keine Ahnung, irgendwann frühstücken, mit den Kindern oder eine Stunde oder zwei. Mal gucken, wie spät's denn ist. Da werde ich einfach spontan den Stream anschmeißen. Vielleicht trink ich euch euch vorher mal an, ob wir noch was, oder wie, äh, Dinge hier machen. Ghost Hunter Scorpion. Und da hatten wir am Abend vielleicht last wir an Earth. Also, im Spiel bin ich nicht gerade begeistert, aber, ne? Ja, vielleicht, wenn's auf Deutsch kommt und vielleicht, wenn die Bugs raus sind, ne? Wenn alles auf Deutsch ist, mal gucken, ob sie's lokalisieren. Ich find das Spiel total cool, dagegen ist fast nur eine Schlaftablette. Ja, aber, also, ich hab die Spielmechanik zwar jetzt einigermaßen verstanden, aber das dann halt in den Büchern, meinst du denn, bei mir stand was anderes drin, weil ich Geist war, weil ich tot war? Aber das hat sich auch geändert, je nachdem, welche Beweise man da eingetragen hat, ne? Keine Ahnung, ich denke mal, das wird das Update vielleicht fixen jetzt, was jetzt gerade da ist. Das müssen wir ja noch mal sagen. Aber warum bei dem einen da steht, durchs Salz und wo man sich die Tigerauge, keine Ahnung. Also, ich würde auf jeden Fall noch ein paar mal antesten oder vertiefen wollen. Ja, ich, äh, also zum Antesten, ja, aber ob's ein generelles Spiel für mich wird, ist frage. Ja, ja, muss ja nicht. Ne, wenn du ja keinen Bock drauf hast, musst du ja nicht mitspielen, nur um mitzuspielen, also, ne? Da machen wir lieber fast mal Vorbier, oder was? Ja. Meine Nase läuft jetzt auch langsam, okay? Ja, war bloß heute blöde, wir haben mit der Oma geholfen und hab ich noch abreißen und gestrichen und da sind wir beide fertig, also ich besonders. Oh, ja. Vielleicht, wenn du wieder was fitter bist. Ja, das bin ich morgen. Ja, ich war schon nicht gut. Ich hab gesagt, muss ich mal nicht aufstehen. Irgendwann fang ich an. Entweder mach ich erst alleine was, vielleicht auch noch erst mal zehn Stunden Last, äh, Seven Days to Die. Wollen wir mal schauen, ob wir das nochmal haben. Ja, das spiele ich auch. Ja, ich hab schon einige, die mich angeschrieben haben, äh, zusammen spielen, ja, vielleicht machen wir demnächst mal irgendwie so acht Mann Session oder sowas. Ja, warum? Wenn es echt so viele sind, die das mitspielen wollen. Na, schauen wir mal. Ja, oder? Gut. Nee, dann brauchen wir auch gute Nacht, wa? Mach ich euch ne gute Nacht und das ist für euch ne gute Nacht. Jo, gut, sehr schön. Seht und hören wir uns morgen wieder, wa? Gute Nacht. Ja, bis dahin, ja, und geht dir auch nochmal, danke. Ciao. Jo, du klingst halt wirklich, als würdest du gleich einschlafen. Du, ich bin auch, ehrlicherweise, paar Mal eingeschlafen. Ach so, ich dachte eben so, du stehst doch vorm, vorm, äh, Monitor, guckst dir die Orbs an und irgendwie guckst du fünf Minuten auf dasselbe Foto, auf dasselbe Bildschirm. Die sind im Live-Stream die Augen zugefallen. Oh ja, 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 gut, dann können wir jetzt mal alle ins Bett gehen, wa? Ja. Dann, vielen Dank, bis wir gespielt haben. Ja, dann, eine gute Nacht. Gute Nacht. Ja, macht mein Discord aus und euch dann auch eine gute Nacht. Olaf, dir auch eine gute Nacht. Werner, dir eine gute Nacht. Genau, und wie gesagt, ich weiß noch nicht, war nicht morgen, war nicht, wie ich Bock hab, vielleicht um zwei, vielleicht um drei, vielleicht um halb vier, mal gucken. Morgen werde ich früher anfangen und dann entsprechend auch länger machen. Ich hab ja immer noch Urlaub. Ich denke mal, Sonntagnachmittag kann man sich dann mal hier als Zuschauer vielleicht von Twitch oder von YouTube nochmal hinsetzen. Ich hab nächste Woche ja auch noch komplett Urlaub. Das hab ich morgen Abend auch kein Limit, dass ich um halb einschluss machen muss. Jetzt sind wir wieder wach. Genau, dann, danke. Nee, ich weiß auch nicht, womit ich anfange, aber zum Ausklang hab ich gedacht, äh, spät am Abend dann wieder Seven Days to Die. Aber vielleicht am Nachmittag oder um 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr Last. Und das vielleicht nochmal für zwei Stunden machen. Aber ich muss nochmal durch das Labor nochmal antun. Ich weiß es nicht. Aber ich hab nochmal Bock, Rimworld auch nochmal weiterzumachen. Dann hab ich aber total den Kopf verloren, wo ich da stehen geblieben bin. Und dann natürlich Seven Days to Die. Und wenn, noch ein paar Mal mitmachen, hier wieder das Anterscorp. Gucken wir mal, schauen wir mal. Ich muss grad mal gucken, ob ich den als Kind noch mal schnell rede. Ist überhaupt noch auf Twitch wer da? Sieben Leute? Ja, kann man machen, ne? Äh, wie schreibt er sich denn? Wann reiten wir da noch rüber? Und dann geh ich ins Bettchen, ne? Ich sag schon mal Gute Nacht. Bis dahin, bye-bye. Mal's gut. Wer mag, ist morgen wieder mit dabei. Naxquinto ist auch ein Phasmophobia-Streamer. Äh, gehört zu Arson und, ähm, Kasiloko. Ist aber gerade nicht online, wenn ich das richtig sehe. Sonst würde ich von den beiden ein brain ne. Deshalb machen wir jetzt mal den Axquinto. Den kenn ich selber gar nicht. Hab ich noch nie gesehen, glaub ich. Sehen wir mal darüber. Bis dahin. Gute Nacht. Ist gut. Tschüss, tschüss.